Guten Tag, Happens, hallo, oje mine, die Kopfhörer sind nicht, perfekt, Hilfe, ah, hallo, hallo, oh, was machen Sachen, ich hab wieder meine alten Kopfhörer auf, aber sie hören sich so krass anders an, Hilfe, ich bin gerade noch verwirrt, hallo Regirock, hallo Happens, hallo JJ, hallo 1235, hallo Verox, hallo JP, hallo Flo, was, Flo, was, hallo Pyro, hallo Meguminar, hallo Taylor, aber ich hör mich genauso an, oder, ich hör mich nicht anders an, ich hör mich nur selber anders, oder? Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll, Dave, ich hasse das auch sehr, durchaus sehr, ähm, entweder es kommt keine Ankündigung, oder es kommen halt alle, YouTube unterscheidet nicht zwischen Stream und Video, leider, vielleicht muss ich es einfach ausstellen und händisch machen, deswegen habt ihr die Glocke abgestellt, nur wegen den Livestreams, aber es geht nicht anders, dieses dumme, aber das mit der Glocke ist auch seltsam, weil eigentlich sollte ein Livestream, ein Livestream ist eigentlich automatisch so eingestellt, dass ihr nicht benachrichtigt werdet. Keine Ahnung. Hallo Marco, hallo Thomas, hallo Marino, hallo Anne, hallo Harry Potter, hallo Husky, hallo Meguminar, hab ich schon gesagt, hallo Christian, hallo Hikaru, Habt ihr euch alle schon Eisenhand abgeholt? Genau. Und, 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 heute ist Sonnenfinsternis. Davey war beim Wochenende, das wird dir gefallen. Ich habe dieses Wochenende gedacht, ich mache nichts Pokémon ähnliches und habe Final Fantasy gespielt. Ich habe all die Maps auf 100% gemacht, nicht komplette 100%, also hier und da fehlen ein paar Sachen, auf die ich keinen Bock hatte. Aber ich bin jetzt sehr stark, ich habe sehr viele Materia, ich habe sehr viel gemacht und bin jetzt quasi im Cosmo Canyon angekommen und habe alle anderen Maps bis dahin, eine habe ich 100%, die anderen habe ich so, würde ich sagen, 90%. Ford Condor habe ich nicht gemacht, weil ich hasse Ford Condor. Ich habe viele Kartenspiele gemacht, die auch echt schwer werden mit der Zeit. Oh, eine Sache. Alle beschweren sich über dieses Sit-Ups-Game von Tifa, ne? Was ist das Problem? Was ist das Problem am Sit-Up-Game von Tifa? Third try, man. Third try. Dritter Versuch einfach. Du wirst ja richtig drauf, du wirst ja richtig drauf hingeleitet, so zuerst das, dann wird das ein bisschen schwierig, dass du, ich saß über eine Stunde dran, das ging mir aber bei dem letzten Mal auch so. Im Remake gibt es das auch, die Stelle. Das war ein bisschen schwieriger. Da war das Spiel nicht so gnädig. Aber da, ey, Aber klick, 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 ich fand es. Irgendwann habe ich die Triggerstärke ausgestellt. Das habe ich nie an. Du meinst adaptive Trigger? Das habe ich nie an. Ich habe mir kurz gedacht, habe ich das anstellen sollen dafür, damit es schwerer ist runterzudrücken. Das grüne war so assi. Ja, aber dann nach ein paar Mal habe ich mich dran gewöhnt. Dann wusste ich mal grün. Boom. Boom. Also es war wirklich, ich dachte mir so, okay, okay, aber ich hatte sofort das Gefühl, okay, ist machbar. Und dann war es machbar. Es war einfach krass machbar. Und dann so, habe ich es geschafft. Vor allem der Typ macht ja auch Fehler, obwohl es das Finale ist, macht der Typ einfach Fehler. Wenn der keine Fehler machen würde, hätte ich es glaube ich nicht geschafft, weil er macht einen Fehler, ich habe auch einen Fehler gemacht und ich habe es trotzdem geschafft. Aber was sackenschwer ist, ähm, was ich nur einmal probiert habe, ist das Klavierspiel von den Chocobos. Was ist das für ein Kacklied auch dafür? Das Chocobo-Lied auf dem Klavier, boah, ist das schwer. Da hatte ich B. Ich habe es nur einmal probiert, ich hatte keinen Bock, das war so, also. Das Klavierding macht finde ich gar keinen Spaß. Vor allem, wenn einfach die Noten, die gezeigt werden, nicht das komplette Lied sind und wenn es gegen den Takt ist und sowas. Ähm, deine Stimme ist die beste, hast du schon mal überlegt, Podcasts zu machen? Ich, ähm, habe Podcasts. Muss einfach nur auf YouTube, Lug's Mind Podcast eingeben. Schon mal überlegt, dass ich vielleicht Podcasts mache? Ja, ich habe schon lange keinen Podcast mehr gemacht. Aber klar, ich habe immer wieder überlegt, Podcasts zu machen. Aber meistens muss man da mit Menschen das machen. Und ich bin nicht gut mit Menschen, ich weiß nicht. Ah, okay, mal eben kurz fliegen. So, aber wir sind noch nicht fertig. Hallo Kalris, hallo Bagdash, hallo, 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 äh, äh, Scout Lee, hallo. Ja, aber die Podcasts sind ein ganz anderes Thema. Also ich habe keinen Pokémon Podcast gemacht, ich habe Twitch Podcast gemacht. Also ich habe mit Streamern über, über Twitch geredet, wie man streamt und sowas. Das ist aber auch lange her. Deine Stimme ist angenehm? Irgendwas zwischen Raucher und Nichtraucher? Das beschreibt mich ganz gut, zwischen Raucher und Nichtraucher. Zehn Jahre geraucht. Ja, aber deswegen klingt meine Stimme nicht so. Ich habe einfach eine relaxe Stimme. Ihr könnt alle so eine Stimme haben, aber die meisten Leute reden nicht entspannt. Ich rede auch sehr leise. Ich habe mich erholt vom, vom Deoxys, ähm, Fail. Ja, direkt. Ich war eine halbe Stunde sauer danach, weil ich... Nein, einfach weitermachen. Oh, zwei Controller benutzen. Interesting. Aber, hä, ist das nicht schwerer? Hallo Skip. Hallo Julia. Dein Sub wurde gar nicht angezeigt. Doch. Der wurde bestimmt angezeigt. Wurde er angezeigt? Hat jemand Teso Sub gesehen? Also ich sehe ihn hier. Danke für deinen Prime Teso. Aber kam kein Alert oder was? Bist du dir sicher? Wir müssen ja Sache auf den, auf den Grund gehen, wenn das so ist. Äh, aber Verox hatte das hier gemacht. Was ist das? Hallo Hannes. Wir sind auf dem Weg zur Liga und das da ist ein süßes Entorosa. Rosateron. Was hast du letztes Mal gemacht, wo Rosana tatsächlich süß aussah? Was war das? Du hast die Zahlen falsch rum gemacht. Du wolltest Antons Körper. Next time. Oh, Rosson. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Alert gekommen ist. Es ist nur keine, es geht keine Party ab, wenn du subscribest. Das ist nur das Auge hier bewegt sich, wenn du subscribest. Kann sein, dass du es verpasst hast. Aber eigentlich sollte das, äh, gehen. Wir kämpfen uns hier durch. Ich habe alle meine, mein ganzes Team ist auf Level 45 gelevelt. Was für die Siegesstraße jetzt, äh, okay ist. Fermicula. Das gibt es mit beiden Geschlechtern aber, oder? Fermicula. Und schauen wir mal, was für ein Level dann die Top 4 hat. Ich schätze sehr stark, ich bin unterlevelt für die Top 4. Aber zumindest für die Siegesstraße bin ich es nicht. Ich bin neu hier im Live, aber habe mir deine Videos bei YouTube angeschaut. Du bist echt korrekt und macht Laune, die zuzusehen. Dankeschön, MR. Foniphras ist ein natürlicher Feind. Und korrekt, weil Foniphras ist ein Ameisenbär. Lohnt es sich, Online-Chillerpin Venigro zu resetten? Ich weiß nicht, was du mit dieser Frage meinst. Hast du nicht letztes Mal schon so eine komische Frage gestellt? Was meinst du mit Lohnt sich? In welchem Sinne Lohnt sich? Dass ich dann stolz auf dich bin? Nein. Dass du vielleicht denkst, dass es so schnell geht, dass du ein Easy-Shiny hast? Nein. Das ist dein Lieblings-Anime. Boku no Pico. Das Lob soll sich im Hinterkopf behalten. Ich habe heute meinen neuen Vertrag unterschrieben und ein Nachbar hat vor ein paar Tagen wieder versucht, das Haus abzufackeln. Das war so geil damals, als du fast verbrannt bist. Ne, hä, was ist passiert? Wie hat er das schon wieder geschafft? Der gleiche Nachbar? Alter, alle zwei Schritte kommt einfach was. Mit Lohn meine ich, ob es dafür auch wert ist. Es ist das gleiche, was du sagst. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Was heißt es, ob es dafür auch wert ist? Was heißt es? Ähm, ich sollte ein anderes Pokémon an erster Stelle haben. Geht mir genauso, bin auch das erste Mal live. Liebe aber auch deine Videos, muss nur leider losarbeiten jetzt. Viel Erfolg bei der Arbeit, Julia. Halte durch. Die Encounter-Rate ist wild. Und im gleichen Zuge ist es auch wild, wie... Wie viele, wie schwer, seltene Pokémon erscheinen. Und ich glaube, mein Plan ist, dass ich Swarones Eisstahl beibringe. Weil dann ist es gut gegen Drachen. Dann habe ich einen Drachen-Konter. Ähm. Im Moment kann ich noch kein Eisstrahl. Aber ich glaube, das wäre ganz gut, wenn mein Swarones Eisstrahl kam. Ich habe schon ein paar TMs entdeckt, die ich beibringen kann. Aber das machen wir erst, wenn wir sie wirklich brauchen. Hallo Jay. Du hast da was für mich. Dankeschön für deinen Prime. Oh, da, da ist der. Da ist der Alert. Doch, 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 da ist der Alert. Alles funktioniert. Dankeschön. Ist die Kerze schon entwickelt? Ja, die Kerze ist entwickelt. Aber noch nicht komplett. Denn Spukball... Ich habe es vergessen. Ich habe die mir alle gebuckmarkt. Aber Zaplaleck und Laternecto können wir erst entwickeln, wenn sie die letzten Attacken gelernt haben. Und ich glaube, Zaplaleck... ...habe ich alles, was ich wollte. Ich glaube, ich wollte nur Donnerblitz auf Zaplaleck. Und Laternecto halt Spukball. Und ich glaube, Spukball dauert noch. Sollen wir das jetzt mal schnell gucken? Wir gucken jetzt mal. Zaplaleck kann halt nur noch eine andere krasse Attacke. Aber die scheint es mir nicht wert zu sein. Hier. So. Hier. Und zwar, wo sind wir? Hier. Spukball 53. Also noch 8 Level. Und danach Hitzekoller wäre halt schon okay. Aber ich lerne lieber Flammenwurf. Ob 95, 140, aber nur 90% und sowas. Ich glaube, Flammenwurf reicht. Wenn ich das Skilabra beibringe. Also Flammenwurf, Spukball. Und dann wahrscheinlich noch eine Unlichtattacke. Wie zum Beispiel... Ja. Nichts. Verdammt. Mal gucken. Und Zaplaleck kann halt Blitzkanone auf 69. Es dauert aber noch ewig. Und Fuchtler wäre auch interessant. Aber Blitzkanone ist halt Genauigkeit 50. Vergiss es. Vergiss es. Deswegen eigentlich... Und Magensäfte... War eigentlich nur ein krasses... Das ist glaube ich so wie... Bauchtrommel oder so. Das ist mit Magensäfte angegriffen. Und Pokémon verliert seine Fee. Ach so, es verliert die Fähigkeit. Ja. Ist natürlich sehr taktisch und sowas. Aber komm. Deswegen eigentlich bei... Hier mit... Ah ne, Säure Speyer gäbe es noch. Aber das ist nur eine Stärke von 40. Aber es wäre wenigstens eine Giftattacke. Und Stromstoß. Da ist Donnerblitz besser. Deswegen. Vielleicht gehe ich auch noch auf 49 für Säure Speyer. Aber es ist jetzt auch... Ich weiß, Säure Speyer macht halt so Spezialverteidigung Down für zwei Stufen. Das ist schon geil. Vielleicht warte ich noch auf 49. Ich habe Spukball schon als TM, ja. Aber ich war... Warte, wann war? 54. Ich muss eh so weit hochleveln. Ich warte lieber auf normales Spukball, als dass ich die TM verschwende. Also ich bringe dem noch Säure Speyer bei. Und ansonsten hätte ich Zapplalek noch beigebracht. Also der kann im Moment Donnerwelle. Lichtkanone wäre vielleicht nicht schlecht. Zapplalek ist glaube ich ziemlich ausgeglichen. Was war das? Zapplalek war relativ ausgeglichen. Ja, 85, 75. Also eher der physische Angreifer. Und physische Angreifer würde bedeuten, dass Lichtkanone gar nicht... Also ja, Lichtkanone. Also es wäre dann Donnerwelle, Lichtkanone, Magensäfte oder wie es heißt und Donnerblitz. Es wäre auch interessant, ob es Regentanz kann. Regentanz und Donner ist halt krank. Aber... Ach, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Das heißt, ich warte jetzt noch auf Level 49. Und mit Zapplalek warte ich auf... Neun... Ne... Zapplalek warte ich auf 49. Und Latenekto könnte ich eigentlich... Ne, muss ich auf 53 warten. Genau, 53 und 49. Das ist im Moment der Plan. Und zuerst müssen wir hier durch. Niemand da mit Aeon-Ticket für Oras? Schade. Was? Soll dir jemanden... Geht das? Soll dir jemanden Aeon-Ticket geben? Hä? Was? Hallo, The Hammer. Hallo, Taco Dragon. Du spielst für Gen 3 die Remakes anstatt das Original? Das ist doch verständlich. Was ist Elfuhn? Pflanze? Das ist keine Fee. Was ist Elfuhn? Ah ja, ich habe meinem Meistergriff Hammer am Ball gebracht. Ah ja, ich glaube, Genauigkeit 90. Fußkick ist halt so ein bisschen abhängig immer gewesen. Pflanze Fee? No, Pflanze. Haha. Fußkick war halt immer so ein bisschen abhängig. Fußkick wäre jetzt zum Beispiel gegen Elfuhn richtig Schrott. Aber deswegen habe ich Hammerarm jetzt genommen. Ist auf jeden Fall wenigstens stark. Um 90% geht eigentlich. Man kann Aeon-Ticket in Oras per Street Pass weitergeben. Das kannst du ab jetzt nur noch weitergeben, wenn du lokal jemanden neben dir stehen hast. Denn die Online-Server sind aus. Draut hat sich selbst bebuselt. Leo, das ist Gen 5. Drarot, das ist Gen... Eben, ich habe es ausnahmsweise mal richtig gesagt. Zebritz. So, wir kämpfen hier total taktisch. Pass auf, wir kommen hier durch. First Try? Nein. Jetzt erst die Checks. Happens hat mal eben die Pokefusion von jemand anderem überschrieben. Der gemeine Happens. Happens, das muss dir doch auffallen. Du hast doch die Kontrolle. Hab ich? Ja, hast du. Ich meine, es gibt drei Belohnungsanfragen. Alle drei sind Pokefusion. Tut mir leid, Skipp, du kriegst deine Punkte wieder. Du kannst es gleich nochmal einsetzen. Beziehungsweise, trotzdem verliert man dadurch eine Benutzung. Böse Happens. Was bist du so zur Zeit erpicht auf Pokefusion Happens? Du hast es früher nie gemacht. Azrael, hallo. Es ist sehr ungewohnt, ohne viel zu denken. Ich habe es jetzt. Warum stirbt der nicht? Hallo, hallo, Knirscher. Hallo, hallo, hallo. Bin ich schneller? Nein. Aber nochmal, Wingy Thames. Du kannst die unendlich oft benutzen. Ach, das meinst du damit. Ich wusste nicht, was du damit meinst. Ich kann unendlich oft Spukball beibringen. Dann muss ich natürlich nicht warten. Das muss ich gleich mal probieren. Psychogenese wollte ich meinem Latein Ecto beibringen. Psychogenese. So, das heißt aber, Happens kriegt hier seine Fusion. Die von Dings wurde überschrieben. Du darfst nochmal später, aber... Böse Happens hat dich übertrumpft. Bonjour, hallo. Kam in die Pokefusion schon? Nein, Skip. Der böse Happens hat sie gelöscht. Aber du hast die Punkte wieder gekriegt. Du kannst sie gleich nochmal machen. Schau, und das dafür haben wir dich überschrieben, Skip. Skip, das hier musst du übertrumpfen. Und ich glaube, das kann jeder leicht übertrumpfen. Guck, was er dir angetan hat. Guck, was er getan hat. Hallo, Henpro. Was ist das? Ich weiß noch nicht mehr, was es ist. Aerodaktyl und... Hä, was sieht denn so aus? Kuh? Quapsel. Ah, ein Quapsel ist das... Das ist ein Quapsel. Weg damit. Schäm dich. Aerodaktyl und ein Ei. Oh, hierin kann ich mich sogar erinnern. Oh, das war jetzt ein Fehler, oder was? Nee. Wir können hier lang. Ah, okay, Boden. Man kennt's. Der Boden. Voller wilder Pokémon. Hallo, Nico. Ich scheime in mich. Ja. Du Hohensohn. Hallo, Daniel. Hier gibt's Phoniphras. Wie sieht's mit unserer Liste aus? Ist Phoniphras auf unserer Liste von den Pokémon, die wir nicht fangen dürfen? Phoniphras ist, glaube ich, relativ weit unten, oder? Wenn wir einen Phoniphras finden, dann dürfen wir es sogar fangen. Was ist mit der Ameise? Auch die Ameise dürfen wir fangen. Okay. Ameise und Phoniphras dürfen wir fangen. Da steht, es ist nicht vorrätig. Jaha, dann wart doch einfach. Das ist alles beschrieben bei den Kanalpunkten. Ihr müsst euch nix wundern irgendwie. Da steht, es ist nicht vorrätig. Also es ist nicht vorrätig. Und dann sollte dann Countdown stehen, wann es wieder vorrätig ist. Du bist auch ein Ho-Ohensohn. Ho-Ohensohn ist besser als Ho-Ohensohn. Husky, du bist ein Schalellos. Und da ist auch schon ein Phoniphras. Allerdings ein Weibchen. Wir mögen keine Weibchen. Ich glaube, tausche mir ein Relaxo von SoulSilver auf Platinum und Zucht mit Lahmrauch. Megumina, gib nicht auf. Was soll denn das? Warum willst du denn aufgeben? Eins der wenigen Pokémon, die mal selten sind in Gen 4. Und du gibst direkt auf. Ich brauche tatsächlich... Ne, ich habe glaube ich Kießling... Die Kießling-Reihe habe ich glaube ich voll. Robustheit. Was für eine Liste. Ähm... Da Gen 5 null Herausforderungen hat, was das Sammeln von Pokémon anbelangt, werde ich alle versteckten Fähigkeiten fangen. Das heißt, jedes Pokémon, das eine versteckte Fähigkeit hat in dem Spiel, werde ich fangen. Das sind aber nicht alle. Nicht alle können versteckte Fähigkeiten haben. Die Starter zum Beispiel, ne, können keine versteckte Fähigkeit haben. Und vor allem wurde... Vor allem wurde die Dreamworld abgestellt vor Jahren. Und in der Dreamworld gab es die meisten versteckten Fähigkeiten. Also die können wir uns alle nicht holen. Das heißt, ich habe da eine Liste gemacht, auf der steht, welche Pokémon alle eine versteckte Fähigkeit haben. Das heißt, ich brauche die jetzt nicht fangen, weil die müssen wir uns später an bestimmten spezifischen Orten fangen, wo sie eben die versteckte Fähigkeit haben können. Hallo Amalia. Ich glaube, man kann die Starter mit versteckte Fähigkeit per DNS-Glitch kriegen. Ich habe eigentlich letztens... Also wir haben ja den Stream gehabt, wo ich alle... Wo ich alle gemacht habe. Und dann später in der Nacht habe ich noch wirklich alle, alle gemacht. Also ich habe jetzt laut Liste alle Geheimgeschehen geholt in Gen 5. Guck mal, wie weit ich laufen konnte. Ja, und da sind die Starter nicht dabei. Japanisch vielleicht? Oh, ein männliches Fermi Cooler, das können wir fangen. Überlebt das einen Hammerarm? Ich glaube nicht. Aber Zermürben sollte es definitiv überleben. Das ist Stahl. Japanisch ist es verdammt viel. Aber wenn du das Europäische anschaust, ist es überhaupt nicht viel gewesen, was man da... Deswegen kriegt man ja die alle so einfach, weil es kaum eine Auswahl gab. Willst du nichts Zermürben machen? Okay, das ist ein bisschen zu wenig. Chill. Kann man Fermi Cooler... Elektro geht nicht gegen Stahl, ne? Oder ist es nur... Kann ich Fermi Cooler Donner wellen? Ne, ne? Doch. War da nicht was? Ein Gift war es. Man kann sich vergiften. So rum. Wenn du mein Zappler legstippt, dann... Gift war es. Tauschst du 3DS-Freundschaftskurs für die Friends-Safarin Gen 6? Die 3D... Die... Die... Die DNS... Die Online-Server sind... Offline. Es bringt nichts mehr. Oder was... Ich weiß, super viele tauschen gerade ihre... Friend-Codes auf den DS, aber erklärt mir, was das... Was es... Was das bringt. Ich verstehe es nämlich nicht. Donnewelle geht hier noch gegen Elektro? Haben die das hier noch nicht geändert gehabt? Krass. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich war da gerade doch an irgendwas dabei. Wie lange ist der Counter und den sehe ich nicht? Ich glaube 5 Minuten. Steht der da echt nicht? Ich dachte, der steht da. In Kontakt-Safari. Ja, aber Kontakt-Safari geht doch nur... Über Online-Server, die ausgestellt sind. Hä? Eigentlich war es... Sehen sie noch nicht aus. Eigentlich war es, dass die... Ach, ich dachte... Ach, 8. Heute ist der 8. Okay. Aber wofür... Warum wollt ihr dann meine... Was? Ich verstehe es trotzdem nicht, warum ihr meinen Code wollt. Also... Weil... Also... Ich verstehe es einfach nicht. Wofür? Was kann man denn machen? Ich meine, wenn die Online-Server aus sind, dann... Geht es doch nicht mehr. Dann war es das. Irgendwas wollte ich sagen. Aber bevor wir es jetzt vergessen, wir machen einmal Skip. Skip. Look at that. Look at your... Kampf ist gut gegen Unlicht. Unlicht ist gut gegen Kampf. Kampf ist gut gegen Unlicht. Was ist das? Es ist besser als das von Happiness. Definitiv. Ähm... Kapuno? Willst du das nicht fangen? Ups. Wir finden schon die ganze Zeit Kapunos. Das ist Baldorfisch und Kapoeira. Das ist nicht deins. Doch, das ist deins. Du hast... Du hast... Ach, Maure Dieven hat es gemacht. Maure Dieven, du warst es. Moment, das Skip. Du wolltest es doch machen. Wurdest du, wurdest übertrumpft schon wieder. Maure Dieven, das ist deins. Kapoeira und Baldorfisch. Wieso nur Gen 1 und Gen 2 bei Fusion? Weil nur Gen 1 und Gen 2 durchgehend Bilder existieren. Und danach werden die Bilder, also gibt es Lücken. Und weil es Lücken gibt, ne, dann gebt ihr zufällig eine Lücke ein und sage ich, upsie. Also gibt es nur Gen 1 und Gen 1 und 2, weil da gibt es keine Lücke. Geiles Game, wenn ich das spiele. Auf jeden Fall. Bis auf die Story. Warte, jetzt muss ich nochmal gucken, ob versteckte Fähigkeit bei Duodino existiert. Oh nein. Wir können es tatsächlich fangen. Kapuno sollte man hier fangen. Ja, ja, ja. Okay. Wir können Kapuno hier fangen. Okay. JGamer, du bist ein Flamping-Jong. Und JJ, du bist ein Ursa-Ring. Für die Freunde Savary braucht man kein Online, nur um die Freunde zu registrieren. Und Pokémon XY greift dann auf die Freundesliste zu. Jede Person in der Freundesliste hat einen bestimmten Pokémon-Typ, den man dann in der Friends-Safari hanten kann. Okay. Und das geht in XY. Werde ich irgendwie Friends-Safari benötigen, wenn ich XY spiele? Gibt es in der Friends-Safari, außer dass es, glaube ich, erhöhte Shiny-Chancen hat? Gibt es da irgendwie... Irgendetwas Besonderes? Es war so klar, dass hier ein Item liegt, oder? Lomaori. Gibt nichts Exklusives dort. Nur wenn du Shiny-Chancen willst. Hintergut, alles gut. Dann wäre ich das, glaube ich... Das heißt, ich hätte die ganzen Freundschaften, die ich jetzt bei Wuffels geschlossen habe, nicht löschen sollen. Ich hätte nicht die halbe Stunde aufbringen sollen, um alle Wuffels-Freundschaften wieder zu löschen. Ich habe die alle wieder gelöscht. Außer ein paar, die ich kannte. Äh, Fleck-Noil hat eine versteckte Fähigkeit. Du hättest so viele Kontakt-Safaris gehabt. Ja, aber... Wofür? Ich meine, klar, vielleicht will ich irgendwann Shiny hunten in Gen 6. Das war schlecht, glaube ich. Vielleicht. Wird der Origin-Decks von Generation zu Generation einfacher? Ja. Ist ja logisch, weil die Spiele wurden alle einfacher. Kannst du bitte einen Freund entbannen? Er will wieder in deinen Chat teilnehmen. Sploodie! Wer ist das denn? Wer ist das denn, der so blöd war und hier gebannt wurde? Julius? Du meinst der Typ, der mich jeden Tag genervt hat? Hat er denn einen Entbannungsantrag gestellt? Nein, hat er nicht. Er hat nicht mal einen Entbannungsantrag gestellt. Er scheint es nicht so ernst zu meinen. Nope. Oh Gott. Ja, er hat dazugelernt und er weiß leider nicht, wie man einen Entbannungsantrag stellen kann. Dann hat er nicht dazugelernt. Vielleicht überlegen wir es uns, wenn er einen Entbannungsantrag stellt. Aber davor sage ich dir, nein. Er hat sich über mehrere Streams sehr nervig verhalten. Und ich weiß ganz genau aus Erfahrung, dass er das weiterhin auch tun wird. Weil er in seinem Alter nicht weiß, was nervig ist und was nicht nervig ist. Das hier ist nur ein Stream. Er kann trotzdem zuschauen. Encounterart ist echt krass hier. Ich mach gleich meinen Top-Schutz an. Er will fragen, was dein Lieblings-Pokémon ist? Nee, er will zum hundertsten Mal schreiben, kannst du bitte deine Cap abnehmen? Ah, der war das. Es gibt exklusiv Friends-Safari-Pokémon, aber ich glaube, die sind nur Altamons von vorigen Generationen. Ja, aber ehrlich gesagt, ich hab gedacht, Online-Server werden ausgestellt und Friends-Safari wird noch funktionieren, aber halt nur nebeneinander. Dann würde ich mal eben kurz meinen Freundes-Code in den Discord stellen und jeder kann mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Und dann werde ich, beziehungsweise jeder muss halt sein, dann auch drunter schreiben. So ist das ja leider gemacht. So ist das ja sehr gut. Lass mich kurz schauen, lieber speichern. Fliehe ich aus dem Spiel, wenn ich Homebutton drücke? Ich glaube bei DS-Spielen war das noch so. Du hast gestern die Vivillon-Form gemacht zu einem großen Teil und leider kann ich die fehlenden nicht einfach über Postkarten in Carpo entwickeln, wenn die aus Gen 6 kommen, da die die DNA der Region behalten. Verstehe ich nicht, das Spiel geht tatsächlich aus. Hast du schon Traumradar gespielt? Nope. Dumme DS-Spiele. So, ich mache kurz einen Screenshot von meinem DS-Code. Warum sehe ich so aus? Das Mi, ja mein Mi auf der Switch ist viel cooler. Ich habe den nie hier geändert. Und dann ziehe ich den auch mal unter Friend Codes auf den Discord. Okay. Süß. Warum startet das Spiel nicht? Der DS ist abgestürzt. Oh, was? Das ist aber creepy. Das hat ein bisschen lang gedauert. Ey, wofür der Screenshot online ist eingestellt? Korrekt, ja. Ich bin einfach nur dumm. Wo ist der Bart? Ich habe keine Ahnung, wie man Mi einstellt. Hallo Katetsu. Man muss zurück, ja. Das heißt, ihr müsst eure Codes schreiben und dann kann man sich miteinander vernetzen. So wie wir es bei Wuffles gemacht haben, super nervig. Hab die noch drin? Du bräuchst nur wieder adden. Ja, ich habe euch alle gelöscht ey. Ich dachte es ist alles sinnlos, nachdem die Server alle down gehen. So, ich mache noch kurz einen Tweet. Ich habe heute eben alle auch gesehen, wie sie rumtweeten, dass man hier Freundschaftscodes und sowas. Und dann dachte ich mir, hä, ich verstehe nicht, warum die Leute das machen. Ich dachte, die wollen alle heute noch sau viel halt Friends Safari zusammen machen. Ich dachte nicht, dass das darüber hinaus dann noch funktionieren wird. Was funktioniert noch? Ich Friends Safari in XY. Auch mich. Ich glaube dich habe ich noch alle, die ich vom Namen her kannte, habe ich drin gelassen. Also Maori, Draroth glaube ich, habe ich alle nicht gelöscht. Ich habe noch, bevor die Server down gegangen sind, ein paar Wundertausch gemacht. Mein erster Tausch war einfach mein Trassler gegen ein Cresselia. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hallo Itaco. Warum geht das noch? Weil die Technik so funktioniert. Hallo Cynthia. Mir ist peinlich, dass ich Kaliban heiße. Ich hieß überall früher Kaliban, weil das meine Lieblingsband war, ist und so. Deswegen heiße ich überall Kaliban. Aber hey. Okay. Dann machen wir da auch mal mit. Okay, jetzt Gen 5. Gen 5. Wie geht dieses Spiel hier? Das geht so, indem man Topschutz anmacht, habe ich gehört. Wo ist der Topschutz? Wo ist der Topschutz in dem Spiel? Ich hatte es doch letztens geordnet. Das muss doch dann hier sein. Ah, warte mal. Habe ich das nicht? Wie war das Kürzel? Y. Oh. Okay, ist das nicht. Warte, hier? Oh, es geht. Okay. Den Namen kann man in der Einstellung ändern. Nö. Kannst du meine Pokefusion machen? Endlich. Ich meine, ja. Ich meine, ja. Ist gut. Ist gut. Hallo, Turki. Wie. Ah. Okay. Spiel mal nicht weiter. Wie es hat nicht funktioniert. Was soll nicht funktioniert haben? Pokefusion Skip 2351. Slime Addicta? Nein. Du hast gehofft, dass es eine Art Hydra wird. Das kann passieren vielleicht, wenn du die Zahlen tauscht. Das zweite ist immer der Körper. Und das erste ist immer das, was zusätzlich gemacht wird. Also wenn du die Zahlen umdrehst, könnte es vielleicht eine Hydra werden. Was ist da hinten ein Yuka Cola Banner? Ein Poster, ja. Bissbark. Das kommt sehr gelegen. Ähm. Aber der ist wahrscheinlich schneller als ich. Der ist Level 45. Der ist so schneller. Und tschüss. Mariko, du bist ein Stabtor. Mir geht mein Team schon aus. Ist das eine 0,33 Flasche oder noch kleiner? Ja. Das ist echtes Glas. 330 Milliliter. Interessant. Irgendwie ist mein Sepi Royale das, was ich am wenigsten benutze. Aber ich bin auch ein bisschen, ich mein Sepi Royale ist mein Liebling aus Gen 5, aber es kann nichts. Es kann nur Pflanzen attacken. Es kann einfach nichts brauchbares, finde ich. Also wenn ich ein Pflanzen-Pokémon brauche, dann ist Sepi Royale großartig, aber ich muss echt mal gucken, was ich dem für TMs noch beibringe. Weil Slam ist halt, da will ich lieber Body Slam können oder Body Check. Serapendra. Hm, hässlich, hässliches Ding. Gott, ich hab nix. Flug. Bye, Skip. Du bist bei 22.500 Ho-Oh Soft Resets. Was soll man da sagen? Sucks to be you. Umso länger du machst, desto eher kommt es. Vergiss das niemals. Ich finde, du solltest dir aber sowieso lieber, jetzt wo du schon so weit bist, lohnt es sich langsam vier DS-Systeme zu kaufen und viermal gleichzeitig Ho-Oh zu suchen. Sepi Royale hat nur noch Drachenpuls und eventuell Kraftreserve mit der versteckten Fähigkeit ist super. Ja, nur kannst du die versteckte Fähigkeit nicht haben. Aber was ich auch gesehen habe, ist, ich könnte ihm Drachenrute beibringen. Ich glaube Drachenpuls ist noch nicht mal. Lass gucken. Habe ich auch, glaube ich, ge... Bookmarked. Sepi Royale. Lernt keine Drachenattacke von sich aus. Aber wir können Drachenrute beibringen und das war's. Durch Vererbbarkeit. Windhose. Durch Attackenlehrer. Wutanfall. Ah, Schwarz-Weiß 2. Das kann Drachenpuls nicht lernen, du meinst Drachenrute. Vielleicht heutzutage, aber in Gen 5 kann es nur Drachenrute lernen. Drachenrute ist ja nicht schlecht, aber es ist auch nur ein 60er Angriff. Aber Drachenrute hatte irgendwas Speziales. Irgendwas Spezielles. Drachenrute verursacht Schaden und besitzt eine verringerte Priorität. Ah ja, damit tauschst du das gegnerische Pokémon aus, ja. Du slappst es quasi aus dem... aus der Arena raus. Geh mal hier runter. Es war so klar. Oh, Verhöhner. Okay, okay. Ich habe 2 3DS, 2 DS Lite und 2 DS E. Wie viele DS-Systeme wollen sie haben, Herr meint? Ich meine, virtuelle Konsole kannst du nur auf dem 3DS, glaube ich, spielen, oder? Aber du machst Ho-Oh nur auf einem System. Dann mach doch Ho-Oh mal auf zwei Systemen, oder machst du das schon? Warum bringst du ihm denn Laubklinge nicht wieder bei? Laubklinge? Warum soll ich ihm denn Laubklinge beibringen? Laubklinge? Laubklinge? Das kann keine Laubklinge. Da, Laubklinge. 190. Aber das kann doch Laubklinge. Warte mal. Warum kann es keine Laubklinge? Habe ich dem aus Versehen Laubklinge nicht beigebracht? Weißt du mehr als ich? Warst du da dabei? Habe ich Laubklinge aus Versehen nicht beigebracht? Äh, so, wir sind wieder hier. Gämmst du? Nein. Sag ich aus Versehen verlernt? Ich glaube, ich habe aus Versehen gesagt, nicht beibringen. Also ich habe quasi B gespammt. Oder A oder dann B. Es ist sehr schwer. Äh, in Gen 1 war es noch sehr leicht, Attacken aus Versehen zu erlernen. Inzwischen ist es sehr schwer, Attacken überhaupt zu lernen. Und was heutzutage nicht mehr schlimm ist, weil du alle jederzeit wieder bei dir bringen kannst. Ich kann mich nicht daran erinnern, was bei Laubklinge war. Ich meine, Gigasauger ist aber besser als Laubklinge. Und Seperoyal ist, glaube ich, ein Spezialangreifer. Und Laubklinge ist, glaube ich, physisch. Äh, warum kannst du da noch Blitz, du Alien? Das ist hier nicht gut. Ich spiele nur auf einem 3DS. Ich gehe dann den harten Weg und bin am Ende stolz wie Bolle, wenn es Shiny ist. Das heißt, du könntest zwei Ho-Oh gleichzeitig suchen. Ich brauche drei weitere DS-Lights, sondern muss ich sie Controller modden? Ja, ich liebe deinen Zwang, DS zu besitzen. Was willst du auf dem DS-Light? Warum denn DS-Light? Weil die günstiger sind? Ich könnte, aber mit Pech hat es dann die andere ID und dann bin ich traurig. Achso, weil du willst, dass es quasi deinen Hauptspielstand-ID hat. Ja. Komm, jetzt mach mich einfach platt vor Nifras. Vielleicht mach ich dich zuerst platt. Hm. Hat Late-Nektos Schwebe? Es wäre ja gut für ein Feuer-Pokémon Schwebe zu haben. Wahrscheinlich hat es keine Schwebe, oder? Das macht Schaufler. Hm. Ich glaube, ich habe keine Schwebe. Aber Zapplerleck hat Schwebe. Ich meine, das Phonifra ist nur Feuer oder Feuerboden? So oder so, ich habe ein Problem. No Feuer. Donnerblitz! Verdammt! Phonifras wird mein Ende hier sein. Das ist übrigens eine Nasslog. Wir müssen danach den Spielstand neu starten. Mein, der kann halt einfach nichts bisher, dieses Laternecto. So, das heißt, ich könnte aber wirklich jetzt einfach Spukball... Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ich könnte mir dann einfach Spukball beibringen. Es hat keine Schwebe. Was hat mein Laternecto überhaupt? Mein Team ist großartig. Ich habe nur überhaupt nicht aufgepasst. Dann gucke ich mal. Spukball. Das heißt auch... Das heißt, ich kann hier einfach... Mich bei den TMs einfach bedienen. Sicher. Bisschen Angst. Spukball. Ich meine, steht keine Anzahl daneben. Wie viel ich habe davon. Ich schiebe euch die Schuld zu, wenn ich jetzt Spukball verliere. Einsetzen. Also ich will Ehrlicht, Flammenwurf, Psychokinese, Spukball. Würde ist Stärke, 100. Spukball ist 80, ist auch 100, ne? Würde macht noch irgendwas anderes. Fügt Ziel mit Statusveränderung hohen Schaden zu. Ich glaube, Statusveränderung macht dann 100. Okay, machen wir... Okay, machen wir... Dann Eisstrahl. Matschbombe ist halt auch eine Überlegung wert. Das ist ja wirklich geil. Hallo, Maxim. Matschbombe, Rabigator, aber nicht Serpi Royal. Rabigator mit Matschbombe. Hm. Ich meine, ich kann mich ja hier bedienen. Das ist ja echt geil so. Schmarotzer. Knirscher. Schaufler. Sandgrab. Mach ich mal Sandgrab weg. Knirscher 80, 95. Die Sandhose ist halt immer ganz angenehm, aber... Ne, ich mach mal Sandgrab weg. Das wäre dann Stärke. Ja, Stärke war tatsächlich besser als Slam. Hast du recht. Felsgrab. Fassade. Raub. Siedewasser. Wär auch interessant natürlich für Svaroness. Ja. Das Zapplerleck nicht... Also ich finde ja komisch, das Zapplerleck sollte Wasser attacken können. Es ist ein Fisch. Anstatt Ruheort. Dann hätte ich Eisstrahl, Surfer, Fliegen, Siedewasser. Ich werde Ruheort eh nicht einsetzen. Und Fliegen ist eine gute Flugattacke. Schleuder. Ladestrahl. Freier Fall. Irrlicht. Akrobatik. Halt auch interessant. Wer kann denn Akrobatik? Wer kann denn Akrobatik? Zapplerleck kann Akrobatik. Ich weiß ja nicht. Wie kann man mit zwei DSN gemeinsam handen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mutti, dass du nicht vorher gespeichert hast und nun zwei Hilti-TM wieder zu haben. Wie gesagt, anscheinend, wie beziehungsweise nicht anscheinend, man sieht es hier, man verliert die TMs in Gen 5 nicht. Heimzahlung, Blitz, Voltwechsel, Kräfertrutz, Dampfwalze, Isisodem, Volltreffer-Garantie. Das heißt, es macht sogar 80 Stärke. Wobei, Volltreffer ist hier 1,5. Kreuzschere. Der Anwender greift mit gekreuzten Scheren an. Das scheint eine gute Attacke zu sein. Aber ich glaube, ich habe kein Pokémon mit Scheren. Nope. Ich war unsicher. Ich habe euch geglaubt. Hier, Drachenrute. Stärke 60. Und wir wechseln das gegnerische Pokémon aus. Das kann auch interessant sein. Rabigator. Ne, Sepi-Royal. Du verdienst mal was anderes zu können als Pflanzenattacken. Grasmixer. Gigasauger. Ah, Blüten. Wie heißt es? Blütentanz. Wird Sepi-Royal noch lernen. Machen wir mal anstelle von Slam. Ich gucke gleich mal nach Stärke. So wie du es mit Ho-Oh gemeint hast. Naja, du hast zwei DS, zwei Spiele vor dir und spielst das Spiel gleichzeitig mit zwei Spielen. Spielst einfach das Spiel zweimal. Zerschneider, Fliegen, Surfer. Ich habe gar keine Stärke. Ich habe nie Stärke aufgesammelt. Wo ist Stärke in dem Spiel? Genau, Blättersturm lernst du noch, das meine ich. Soll ich mir schnell Stärke holen? Ich habe da gesehen, auf der... Hallo Daniela, hallo Son Bartox. Ich habe gesehen, auf der Siegestraße war... Außerdem hatten wir gespeichert. Auf der Siegestraße war so ein Block. Ich habe hier aber nur zwei Hände. Ja, und ein Pokémon-Spiel kann man mit einer Hand spielen. Ich meine, ich glaube du schaffst es mit einer Hand A zu drücken. Wo ist Stärke in dem Spiel? Schimpf 5 hat auch irgendwie viele Attacken mit nur 90 oder weniger Genauigkeit. Finde ich persönlich nicht so schön. Gehen wir mal weiter. Also ihr habt irgendwann gemeint, ich brauche keine VMs, um in dem Spiel weiterzukommen. Aber ich schätze mal diesen Block da, den ich verschieben kann. Der ist dafür da, um wahrscheinlich irgendwie im Kreis zu gehen, in der Siegestraße. Ich fände doch schön, dass sie heutzutage Pokémon Center auf der Siegestraße gemacht haben, dass man nicht jedes Mal den Weg hingehen muss, so wie ich jetzt. Aber Blättersturm, 90% ist immer noch okay. 90% trifft eigentlich echt viel. Unter 90% bin ich dann immer so, oh. Hallo Elias. Blättersturm, 90%, 140 damage? Das mach mal, das ist doch, das muss man, das muss man ja machen. Vor allem Stärke in Rayono City von einem Jungen. Ich schätze mal, wir werden noch einmal sterben und dann hole ich die mir. Marco macht gerade Registeel und Winikro gleichzeitig, ja. Und machst du Registeel, hast du gespeichert, nachdem du die Form gemacht hast? Oder machst du jedes Mal die Form? Ich hab damals jedes Mal die Form gemacht. Ich fand's cooler, als das Spiel neu zu starten. So, der Weg war nicht schwer, aber wir machen jetzt wieder Top-Schutz an. Ich will erstmal nur durchkommen. Trainieren lässt sich dann, gegen die Top-4 kann man auch sehr gut trainieren. Und ein richtig guter Trainier-Spot, XP-Farm-Spot, da den Block meine ich. Der ist wahrscheinlich aber einfach nur für so einen Rundgang. Oh, was haben wir hier? Leuchtstein. Anscheinend gibt's so eine Art Kampf-Arena mit so tatsächlich Sportlern. Und wenn man das Spiel durchgespielt hat, taucht da eine Krankenschwester auf. Die Krankenschwester hat immer ein Level 65. Wie heißen die? Ardino? Auf Deutsch. Warum surfe ich da eigentlich nicht? Ein, 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 wie heißen die? Das Schweinchen. Das Schweinchen. Ein Ohr-Doch, genau. So, gegen die hab ich verloren. Was hatte die? Doch, die hatte doch was Gutes. Ich konnte doch, ich hätte Hammerarm machen können. Genau, die hat irgendwie ein Level 65 Ohr-Doch. Und wenn die da ist, kann man die ganze Zeit gegen sie kämpfen und dann farmt man krass XP. Anscheinend. Abkürzung fürs Trainieren, genau. Das nächste Mal, wenn wir raus müssen hier, dann... Oh, das war doch... Das waren doch nicht die, verdammt. Jetzt hab ich genau das Falsche, ey. Dann kann ich mir Stärke holen. Welche Stadt hast du gesagt? Rayono City. Das ist ja, glaub ich, die Stadt, in der ich gerade war. Ähm... Knir-Shit. Rabbi-Gard war Knir-Shit. Was war von den bisherigen Origin-Jack-Runs dein Liebster und dein meistgehasster? Gehasster hab ich keinen, ich find die alle cool. Wollen wir mal Schmarotzer machen? Der Angriff von dem ist doch, glaub ich, echt ziemlich hoch. Knirscher wär besser gewesen. Das tut weh. Ah, ah. Äh, ich fand die alle cool. Ich kann mir noch nicht mal eins raussuchen, was am besten ist, weil die alle was haben, was cool ist. Es ist eher so, dass alle, die jetzt kommen, sind im Vergleich langweilig, weil die haben alle nix Besonderes. Deswegen suche ich halt besondere Sachen, wie die versteckten Fähigkeiten hier. Dressella. Moment mal, ich hab gegen die nicht gekämpft vorhin. Dressella hab ich vorhin nicht gesehen. Ich muss die TM-Flammenwurf noch finden. Ah, dann kann ich jetzt aber La Tenecto entwickeln. Das machen wir gleich. Weil alle haben was Besonderes. Gen 1 hat halt... Gen 1 ist so rudimentär, dass es verdammt cool war, halt die Sachen rauszufinden, die man eigentlich nicht sieht. Wie Geschlecht und IVs und Shininess und sowas. Gen 2 hat keine Fähigkeiten und dadurch mussten wir halt versuchen, die Raubkatzen zu finden oder beizubehalten, obwohl man keine Fähigkeiten hat und so. Gen 3 ist einfach das coolste Spiel von allen und hat halt so Sachen wie Barschwar und die Legis. Und einfach das beste Spiel von allen. Gen 4 hat diese... Oder und den Pomme-Glitch und was nicht alles. Gen 4 hat halt... Die... Krassen... Hier Void-Glitch und was nicht alles. Diese geilen... Unglaublich viele verschiedene Methoden, um alles zu finden. Und jetzt hört es halt auf. Jetzt sind es einfach nur Spiele, die man durchspielt und dann hat man alles. Kannst du eine Attacke machen. Wolltest du Laternchen nicht auf Psycho-Attacken verpassen? Ja, Psychokinese, aber ich habe keine Psychokinese. Kannst du? Ich bin Feuer verdammt nochmal. Kannst du aufhören, verwirrt zu sein? Das macht keinen Spaß. Weil man verwirrt ist und zu 100% nicht angreifen kann. Das ist so eine Sache, die sie zum Glück besser gemacht haben. Weil es ist so unfair. Ich muss wirklich Pokémon einwechseln, wenn sie einen Status haben. Du kannst mit denen nichts machen einfach. Jetzt ist meine Laterne wieder tot. Ich habe genau gar keinen Eisstrahl. Hör auf, verwirrt zu sein. Oh, es war unnässt. Ich warne dich. Sehr gut. Das ist das langweiligste Pokémon, auf das ich wieder verlasse. Ich habe noch über 60 Raids immer noch kein einziges Shiny aus den Dingern bekommen. Trotz 1% Chance pro Pokémon. Ja, aber 60 Raids ist halt nicht 100 Raids. Aber stimmt. Da es viele Pokémon sind, hast du eigentlich eine Chance von 1 zu 25 jedes Mal eins zu sehen. Ah, Phonifras, die hat davor was anderes gerufen. Surf it. Wehe. Ah. Auf Route 13 gibt es Psychokinese. Ich glaube, da kann ich noch nicht hin. Ich weiß gar nicht, wann ich da hin kann. Wann kann ich den Kreis vollenden, erst wenn ich Champ bin, oder? Heißt das, ich komme gar nicht zur Psychokinese? Oder ist 13... Wobei, ich glaube, wir sind gerade auf Route 14. Das heißt, ich sollte schon Route 13 können. Mal schauen. Und John, Dankeschön für deinen Prime. Vielen Dank. Wir sind auf der Siegelstraße, aber die Route davor... Ja, schau, hier ist der... Die Abkürzung, die wir jetzt nicht machen können. Davor ist Route 14, glaube ich, vor der Siegelstraße. Ich weiß gar nicht, wer den EP-Teiler hat. Und wer nicht, was alles hier. Wir machen gezieltes EP-Training, sobald wir hier durch sind. Ich glaube, meine Pokémon... Ich meine, ich könnte versuchen, die Top 4 mit meinen zu besiegen. Vielleicht wird es sogar gehen. Mit viel... Wenn man viel aufpasst und genau ist. Wahrscheinlich sacken viel Heil-Items mitnimmt. Als ob es Varonestes jetzt überlebt. Ach, Hermine, wir haben nichts. Oh, es ist Kampfgut gegen Pflanze. Ich glaube, neutral. Warum... Das finde ich auch eine schwierige... Wort... Eine Wortwahl. Oha, oha, oha. Danu? Oh, nice. Danu, danke schön für dein... Tier 2 im 14. Monat. Sodachita. Zablaleck, komm herbei. Vielen Dank, Danu. Hier ist dein Zettel. Danke schön für Tier 2 im 14. Monat. Danke, 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 danke. Danu war Schweiz. Bettina. Moment, was? Achso. Achso, sie heißt Bettina. Gibt es eigentlich in irgendeinem Spiel... NPCs, Trainer, Gegner, die Spitznamen verwenden? Nee, ne? Noch nie hat... Noch nie hat... Also vielleicht in Dialogen so... Meine kleine irgendwas... Aber im Kampf... Hat man noch nie Spitznamen gesehen. Grill Cheater. Oh ja. Hallo, Jonas. Nur bei Tausch? Ja, bei Tausch. Ja, ja. Ich weiß es noch lange hin, Leo, aber als Projekt nach dem Origin Dex, die Reto Achievements in allen bis dahin erschienenen Pokémon-Sets. Will ich machen, ja. Das ist... Habe ich schon gesagt, dass ich das machen will. Nach Origin Dex ist aber das nächste Projekt der... Der Ribbon Master. Und danach oder währenddessen Pokémon-Spiele auf... Mit allen Achievements spielen. Was im Endeffekt nichts anderes ist als 100%. Aber ich liebe halt Trophäen. Hey, Jay. Hallo, Eva. Theoretisch denn sexy Rivalen? Da gibt man sicher anfangs einen Spitznamen. Sich selber halt, ja. Aber nicht die Pokémon. Also nirgendwo steht... Es kann halt sein, dass die Pokémon Spitznamen haben, aber im Kampf werden Spitznamen nie angezeigt. Von Gegnern. Äh, was wollte ich gerade? Ribbon Master warte ich noch auf die Konsole. Was meinst du? Konsole? Pummel-Uff. Du meinst die neue Switch, um zu wissen, oder? Äh, Glasiola für Pummel-Uff. Und Meguminah, du bist ein... Äh, Finion. Der eine Wii ist kaputt. Achso. Oh. Gemini. Oh nice. Achievements sind halt das Beste. Aber Spitznamen wäre doch für Spieler zu schwer. Wie meinst du? Also ich kann verstehen, weil wenn der Gegner ein Pokémon rausholt und das Pokémon ist erstmal, hat ich einen Spitznamen, dann weißt du gar nicht, was das für ein Pokémon ist. Also ich kann verstehen, dass Spitznamen einfach... Selbst wenn die NPCs Spitznamen hätten, bei ihren Pokémon, wären die bestimmt im Kampf ausgestellt. Weil da steht da oben, Bienchen. Da bist du so, okay, Bienchen, was... Ich will wissen, was das ist, oder was jetzt eingesetzt wird. GFZ traut uns nix zu. Genau, genau. Tatsächlich. Hä? Was ist das? Von was reden wir? Mit hä? Was ist das? Kann ich nicht viel anfangen. Wie kann man das mit dem Papier machen? Weil auch sowas? Dann musst du Tier 2, Tier 3, 5 Gift Subs oder 1000 Bits spinnen. Hammerarm. Viermal so stark. Apropos Tauschmonds, wirst du dir in Black & White 2 alle Tauschmonds von Sabine und Markus holen? Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ich habe noch nie Black & White 2 gespielt und ich weiß nicht, wer Sabine und Markus sind. Ich habe schon gecheckt, dass anscheinend bekommt man Pokémon, die OTN haben. Und jetzt gibt es auch noch Sabine und Markus. Wer sind Sabine und Markus? So random. Sabine und Markus. Come on. Do it. Ach, jetzt sind wir eben so gut. Zwei Special NPCs, mit denen man eine Art Freundschaft aufbauen kann. Als Belohnung bekommt man deren Mons. Ja, dann müssen wir das machen. Kräfte messen hier. Hammerarm. Wie der andere zuerst dran kommt. Was hat der denn für ein Init Wert? Ist mein Meistergriff so langsam? Jetzt komme ich zuerst. Hä, der hat richtig. Der hat zweimal angegriffen und nicht getroffen. All das, was ich gesagt habe. Ich finde die... Die Wortwahl hier komisch. Äh, ich finde, wenn ich nicht treffe, sollte da stehen, Attacke geht daneben. Dann weiß ich, ah, ich habe eine Attacke gemacht, aber die ging daneben. Weil oft ist irgendwie die, 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 der Begriff, der da steht, dann sowas wie, die Attacke hatte keine Wirkung. Und da denke ich mir, Moment, ist das jetzt so elektro-bodenmäßig? Weil manchmal gibt es das. Kennt ihr das nicht? Manchmal steht dann so, das formuliert, ist, ja, manchmal ist das so formuliert, dass man denkt, wie, ging die jetzt daneben oder kann ich mit der Attacke gar nicht treffen? Und hier finde ich, jedes Mal, wenn meine Attacke daneben geht, ist es so formuliert, dass ich hinterfrage, Moment mal, kann ich überhaupt treffen? Ich finde das sehr komisch hier niedergeschrieben. Wie das da steht, das ist sehr komisch. Heute ist es, glaube ich, verallgemeinert. Heute steht wirklich immer da, Attacke geht daneben. Weil es ist auch ein Unterschied, ob man sagt, die Attacke geht daneben oder die Attacke ist fehlgeschlagen. Weil die Attacke ist fehlgeschlagen, heißt, zum Beispiel, wobei, ja, das ist noch ähnlich, die Attacke ist fehlgeschlagen und die Attacke ging daneben, ist so ungefähr, kann man sehen, ist das gleiche. Ich wüsste jetzt nicht, wo da der Unterschied ist in der Pokémon-Lore. Aber die Attacke hat keine Wirkung. Oder ich weiß nicht, was steht hier? Wir sehen es bestimmt gleich wieder, was hier steht. Moment, da ist noch eine Abkürzung, die ich nicht machen kann. Okay, wir haben Hisui mit einem... Äh... Li-Ber-Loo... Hallo, Li-Ber-Loo? Wir haben Eva mit einem Leufeo. Und wir haben Tornupto für Anne. Du bist cool, Brudi. Hey, Brudi, du bist auch full cool, Brudi. Lass mal Blut... Brudis werden. Wie sagt man das? Bluts Brüder. Lass mal Blut Brudi sein. Ähm... Knir-Shit, Knir-Shit, Knir-Shit. Der Retro, du bist ein Voluminas. Und Jay, du bist ein Hohen Dämon. Hallo, Master. Hat keine Wirkung auf Rabi-Gator. Maha. Alles funktioniert wie... Okay, doch nicht. Matrifol, verdammt. Saustarker Knir-Shit jetzt. Aha. Ich bin sicher nicht schneller als Matrifol. Wir probieren's. Haha. Was? Die Genauigkeit von Wuchtschlag ist bei 50%. Achso, der Gegner hatte Wuchtschlag probiert. Ja, ich hab gar nicht gesehen, was der einsetzen wollte. Und deswegen hab ich mir Wuchtschlag nicht beigebracht. Oder... Oder es kommt noch und ich werd's mir nicht beibringen. Ne, 50% Attacken sind so für'n Arsch. Wenn, dann muss man sowas wie Regentanz machen, dass Donner 100% kriegt oder sowas. Aber ich werd auch keine 50% Attacke einsetzen. Neue Fähigeschlagen kommt ja auch, wenn man Hypnose macht und das Ziel ist schon verbrannt, zum Beispiel. Genau, genau. Ich find, da sollte es Unterschiede geben. Die Attacke ist daneben gegangen, heißt, ich hab's nicht geschafft zu treffen, weil zum Beispiel 80% und ich hab die 80% nicht getroffen. Die Attacke hat keine Wirkung, ist sowas wie Elektro gegen Boden, hat keine Wirkung. Und sowas wie die Attacke ist fehlgeschlagen, ist sowas wie, äh, ich kann nichts einschläfern, was bereits vergiftet ist. Was übrigens Quatsch ist, find ich. Das könnte man ändern, so rein logisch gesehen. Aber es wär natürlich ein bisschen krank. Heile mich! Willenleser plus K.O. Attacke, let's go! Ist es so einfach? Wir sind von unten gekommen, ne? Ja. Und wieder können wir keine Abkürzung uns machen. Stimmt, Wurschlag muss auch noch aufladen. So, wir gucken mal kurz, was hier ist. Uff. Mal gucken. Ich geh gucken, was ist hier. Okay, das bringt ja mal gar nichts. Was wünschst du dir von Pokémon ZA? Dass es ein wunderschönes Spiel wird. Ne, ich wünsche mir einfach nur, dass es so wird wie Legends Arceus. Nur, dass es diesmal... Soll ich mich jetzt trauen, noch hier runter zu gehen? Irgendeinen Sinn muss es ja haben. Oh oh. Ich sag nicht, ich muss hier hin. Ne, okay. Toll. Brauche ich am wenigsten das Item. Ey, das soll einfach sein wie Legends Arceus. Nur, dass es in Kalos spielt. Der Fokus ist nicht darauf, quasi das erste Mal Pokémon zu fangen und Pokémon zu zähmen. Sondern der Fokus liegt auf... Ich brauche Stärke, Mann. Ich hole mir jetzt Stärke. Sondern der Fokus liegt darauf, die Stadt aufzubauen. Aber auch dafür musst du eben sehr viele kleine Quests machen. Die mit Pokémon verbunden sind. Wie zum Beispiel Fange 10 Macho Mice. Dass sie dir helfen, dieses Gebäude aufzubauen oder sowas. Rayono City. Von einem kleinen Jungen? Das sind so viele kleine Jungen. Du wünschst dir von ZA, dass es auf dem technischen Stand von heute ist? Jetzt, wir wollen nicht übertreiben. Du brauchst dir doch nichts wünschen, was unmöglich ist. Ach nee, das ist gar nicht die riesige Stadt. Okay, wo, wo, Junge? Wo, wo? Bist du ein kleiner Junge? Nee, du hast blaue Augen. Träume, genau. Ist das wirklich ein kleiner Junge? Weil dann ist der wahrscheinlich so groß. Lass mich träumen. Nein. Du gehörst in die Realität. Nein, 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 nein. Das soll einfach so werden wie Legends Arceus. Dann bin ich glücklich. Ich will irgendein Tagebuch haben, wo ich sauviele Quests machen kann, Pokédex-Einträge. Aber die Leute haben ja schon wieder die wildesten Theorien. Ich finde es ja schon eine wilde Theorie, dass ZA in der Zukunft spielen soll. Ich verstehe nicht, wie die Leute auf diese Theorie kommen. Das kann natürlich sein. Ich verstehe nicht, warum Leute sich so sicher sind, dass es so ist. Muss ich in ein Haus? Vielleicht muss ich in ein Haus. Auf der linken Seite in einem Haus? Okay, okay. Ganz krass, wie manche Sachen echt versteckt sind. Nice. Natürlich bekomme ich von diesem Menschen hier Stärke. Ist doch komplett eindeutig. Ich meine, alles zeigt darauf hin. Alle Wege führen zu Stärke. Soll ich das jetzt wirklich meinem Serpy-Royal beibringen? Meistergriff, Serpy-Royal. Ja, alle anderen haben gute Attacken, die ich nicht weg haben will. Denn Serpy-Royal kann eine Normal-Attacke vertragen. Grasmixer, Gigasauger, Egelsamen. Egelsamen ist zwar irgendwie geil, aber passt schon. Du sollst sie ja auch erkunden. Also, na gut. Umbau hört sich auch eher Zukunft an für mich. Vergangenheit wäre ja dann die Stadt aufzubauen. Nein? Ähm. Ich meine, man kann immer auf solche... Ich kann zur Siegestraße. Obwohl da kein Pokémon-Center ist. Was? Oha. Nice. Erstmal ist es immer schwierig auf so diese Semantik oder so auf bestimmte Begriffe sich zu beziehen, weil, naja, auf Japanisch, zu Englisch, zu Deutsch, da gehen immer oft Sachen verloren. Wenn, dann musst du Japanisch sprechen und dann dir genau anschauen, was die japanische Seiten sagen, um wirklich sicher zu sein, dass es das ist. Ähm. Aber die, 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 die Lore von Carlos ist halt, dass damals ein riesiger Krieg herrschte. Vor tausend Jahren oder sowas herrschte ein riesiger Krieg. Und dieser Krieg hat halt alles zerstört. Das heißt, du könntest sehr wohl sagen, dass eine Stadt in Schutt und Asche wieder neu aufgebaut werden muss, umgebaut werden muss, ne, das ist jetzt die Frage. Umgebaut, aufgebaut, ne, heißt im japanischen vielleicht das gleiche oder im Kontext oder was nicht alles. Kannst du mich gehen lassen? Was ist hier oben? Ähm, die, ich find halt, und das muss nicht sein, klar, aber ich find halt, der Begriff Legende ist Vergangenheit. Wenn es um eine Legende geht, dann redet man immer um etwas, was früher passiert ist und zu einer Legende wurde. Du kannst nicht sagen, die Zukunft wird eine Legende sein. So, es passt irgendwie nicht. Legends ist für mich eine Reihe an Spiel, die uns zeigt, was in einer Region früher passiert ist. Quasi die Legenden von dieser Region. Und da passt Zukunft nicht mit rein. Es kann trotzdem sein, dass wir halt zwischen Vergangenheit und Zukunft vielleicht hin und her wechseln. Von die Frass auf männlich. Hm. Komm, du überlebst und zermürben. You can do it. Überlebe. Yes. Hallo, Prani. Und es ist halt alles da, um das zu machen, ne? Krasse, krasser Krieg, der in Carlos herrschte. Eine ganze Illumina City wurde zerstört und jetzt bist du beauftragt, diese Stadt wieder aufzubauen. Du bist der Architekt, der die Stadt wieder aufbauen soll. Und damit, dafür reist du in die Umgebungen um Illumina City, fängst Pokémon, sammelst Materialien und baust diese Stadt wieder auf. Und das wär cool. Das wär verdammt cool. Halt, 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 halt. Ja und das kleine Zusatzding, wie immer, ist halt irgendeine, ist halt das Megas da entdeckt wurden. Und du beginnst halt Megas zu entdecken, vielleicht Megas, die heutzutage ausgestorben sind und so weiter. Aber, wir wissen es nicht, wir wissen viel zu wenig, aber spekulieren macht Spaß. Ich verstehe noch nicht, warum Leute sagen, das muss in der Zukunft spielen, weil der Blueprint ist blau und voll futuristisch. Ja und? Ist aber nur ein Artstyle. Bam, 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 bam. So, darunter brauchen wir nicht gehen. Aber dann sind wir da rein und da ist Sackgasson. Dann kann man hier rein und da geht's weiter. Und jetzt hab ich diesen einen Block, den kann ich doch jetzt hier wegschieben. Ne, also den, da hab ich den anderen Block grad verpasst. Ach so, das wär der eine Rundgang gewesen, den haben wir grad nicht gemacht. Aber das kann ich jetzt machen. Soll ich die dümmste, kürzeste Abkürzung? Es gibt null Hints für Zukunft. Ja, du kannst sagen Z bis A ist schon so ne Spanne halt. Oh mein Gott. Und dann kannst du sagen, zum einen hast du so diesen typischen alten Bauplan und dann zoomt es da rein und dann hast du diesen modernen Bauplan und kannst sagen okay Vergangenheit und Zukunft. Ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, aber es ist halt trotzdem einfach nur ein Artstyle. Es muss nicht heißen, dass es Zukunft ist. Äh, soll ich jetzt nochmal hier runter? War da nicht noch ein Weg? Ne, ich glaub nicht. Gehen jetzt hier hoch. Ja, doch, 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 doch. Für ein Legends Celebi wäre es doch ein passendes Szenario mit Zeitreise. Ja. Ja. Klar, klar, klar. Irgendwann mal vielleicht. Ich frage, ob Yoto die Region irgendeine Vergangenheit hat und von der wir wissen. So, Hammerarm, mach dich so platt. Nice. Das heißt ja auch gern sowas wie laut der Legende wird ein Held erscheinen und XY den Arsch aufreißen. In dem Kontext wird eine Prophezeiung ebenfalls als Legende bezeichnet. Das stimmt, du könntest in der Zukunft spielen und die ganze Zeit von einer Legende reden. Aber die Legende ist trotzdem die Vergangenheit. Du kannst natürlich in der heutigen Zeit etwas stattfinden lassen und die ganze Zeit von einer Legende reden. Aber wenn du von einer Legende redest, ist es immer die Legende hat prophezeit. Und diese Legende ist in der Vergangenheit gewesen, weil sie hat etwas prophezeit, das heute stattfinden soll. Flampibian. Hallo Timmy. Stimmt, in Yoto könnte man halt die Raubkatzen mit Ho-O zusammen abfrühstücken. Könnte man sagen, was ist damals passiert. Der Turm ist abgebrannt, aber damals die Erschaffung von den Raubkatzen, Ho-O, irgendwie sowas kann man machen. Ich glaube das erste Mal, dass wir eine Flampibian sehen. Tschüss. Was, was ist das? Rainer war's? Da kann ich ja auch einfach durchsurfen. Oder vielleicht Siedewassern. Probieren wir mal Siedewasser. Verbrennt Siedewasser zu 100% oder hatte ich gerade wunderschönes Glück? Och, wie stark die Verbrennung hier ist. Dieses Spiel ist absolut, finde ich. Verwirrung 100% gefühlt. Alles ist einfach härter in diesem Spiel. Alles ist so viel härter. 30% bloß. Ich dachte, Siedewasser hat höher. Ich finde auch, dass es sich um ein Spiel in der Vergangenheit handeln muss. Wäre es über die Zukunft, wäre es dann auch eher ein XYZ2 ähnlich wie bei Black & White 2. Jaaa. Ich meine, ich will auch nicht sagen, es muss in der Vergangenheit spielen. Ich sage nur, es deutet nichts darauf hin, dass es in der Zukunft spielt. Muss. Aber ich finde es logischer, wenn es in der Vergangenheit spielt, weil wir haben Legends Arceus. Da war das so. Warum sollten sie es Legends nennen, wenn es nicht auch die gleiche, den gleichen Aufbau hat? Heißt Vergangenheit. Wir lernen über die Vergangenheit einer Region und so weiter. Sturzflug. Ah. Vor diesem Moment habe ich mich immer gedrückt. Sturzflug. Sturzflug tut so weh. Aber es ist 120. Also Siedewasser, Surfer. Was ist eigentlich Siedewasser für eine 80? Surfer ist doch auch 80. 95. Okay. Siedewasser ist echt nur geil, um halt zu verbrennen. Also Fliegen müssen wir behalten. Fliegen ist einfach geil. Fliegen ist auch 90er Stärke. Aero Ass ist halt nur 60er Stärke, aber extrem schnell. Aber Aero Ass will ich austauschen mit Eisstrahl. Aber Sturzflug tut so weh. Es tut so... Es ist wirklich so ein Drittel oder sowas, was einem da abgezogen wird. Es tut so weh. Aber ich brauche wirklich Siedewasser. Siedewasser ist schon cool, wenn es halt verbrennt. Aber der Plan ist ja eigentlich jedes Pokémon zu killen. Komplett. Brauchst du wirklich Sturzflug? Es ist halt schon geil, wenn da einfach ein Pokémon ist, was stark ist. Und du machst einfach Sturzflug und es ist weg. Das ist halt das Schöne von Attacken benutzen. Ich würde auch... Ja, ich lerne nicht Sturzflug. Warum gab es damals eigentlich kein Pokémon Stromgelb für den GBA? Warum gab es kein Pokémon Grau? Das ist halt so. Das Leben ist hart. Siedewasser bei Brocolos und seiner Scheißfähigkeit ist nice. Ah ja, weil wenn es verbrennt, dann ist die Robustheit weg. Kann ich hier runterrutschen? Irgendwo war doch so ein Abhang, wo es ganz runter wieder geht. Ne, gehen wir erstmal hier lang. Wie viel Schutzeiten hast du denn verbraucht? Und nicht so viel. Muss ich hier entscheiden? Ist immer so blöd. Es sind zwei Wege. Nein! Oder ja. Oha, oha, oha. Warum kann ich dich so leicht umgehen? Aber ich will nicht. Bei Remakes gab es noch nie ein drittes Spiel. Ja. Die Remakes sollten halt eigentlich das dritte Spiel sein. Kann man die Starter am Anfang shiny resetten? Ja. Das erste Mal, dass Starter shiny locked waren, war ein Gen 8 der Fall. Bis dahin kannst du alle Starter resetten. Oha, ein Brocolos. Wird er Robustheit haben? Haben die alle Robustheit? Hier, wehrt die Attacke ab. Das steht da. Brocolos wehrt die Attacke ab. Was heißt das denn? Das ist doch der falsche Begriff dafür. Du kannst doch nicht sagen, wehrt die Attacke ab. Dann denke ich mir so, okay, meine Attacke geht nicht bei Brocolos. Weil Brocolos wehrt die Attacke ab? Das ist doch komplett dumm, der Satz. Da muss stehen, Meistergriff hat die Attacke verfehlt. Oder Brocolos wurde verfehlt. Wer hat die Attacke ab bedeutet, dass der irgendwas kann, sodass ich ihn nicht treffen kann? Das ist total blöd, das ärgert mich. Sowas ärgert mich. Das ist einfach nur... Wie kann man... Was ist mit Let's Go? Was ist damit? Was ist mit Let's Go? Verdammt. Wenn man an den Anime denkt, passt das schon. Da dort praktisch einen Move macht, der eine Attacke verhindert. Ja, ich weiß. Klar, in Wirklichkeit ist es halt so, dass die ausweichen oder so ein Schutzschild machen oder eine Attacke machen, die dagegen geht oder sowas. Aber hier ist es nicht so. Hier ist es ein Rundenkampf. Hier muss stehen, fehlgeschlagen, hat keine Wirkung und so weiter, um zu verstehen, was gerade passiert ist. Klar, inzwischen habe ich gecheckt, dass Wert abheißt, ich habe nicht getroffen. Aber es ist der falsche Begriff dafür. Hallo Anubis. Wollte für Kopfkino sorgen. Also wie im Anime wehrt er die Attacke mit dem coolen Move ab. Aber tun sie ja nicht. Aber ja, aber tun sie halt nicht. Weil dann würde er nicht noch angreifen können. Weil dann hat er seine Attacke eingesetzt, die meine Attacke abwehrt. Dann soll er nicht noch eine Attacke einsetzen dürfen. Oh, ein Zapplerrang. Was soll man jetzt? Was soll man gegen Zapplerrang? Einfach nur stark sein. Was soll die Fantasie der Gegner am Regen? Und was ist mit mir, dem alten Sack? Ich habe noch keine Fantasie. Fakten. Fakten ist meine Fantasie. Lustig, wie es auf seinen kleinen Beinchen hin und her tanzt. Was ist denn mit Zapplerrang los? Ich mache Schaufel, okay? Komm, ich mache Schmarotzer, weil Zapplerrang ist stark. Okay, nicht so stark. Drachenklaue? Wer kann Drachenklaue? Ich muss meinem Drachenklaue beibringen. Wer kann Drachenklaue? Ich muss die TM Drachenklaue finden. Ich habe keine Drachenklaue. Ja, aber, 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 aber. Irgendwo muss es eine TM Drachenklaue geben. Sonst unfair. Dann sollte er die auch nicht können. Was ist denn hier? Ist das jetzt der richtige Weg gewesen? Auch nicht die TM dafür verschwenden. TMs kann man nicht verschwenden. Stimmt. Ich könnte ihn einfach fragen. Hey, kannst du mir kurz Drachenklaue geben? Ja. Und nicht die TM dafür verschwenden. Okay, soll ich da runterrutschen? Was ist der andere Weg? Da geht es bestimmt einfach nur wieder hoch. Drachenklaue gibt es hier sogar irgendwo. Ah, hier ist der Rundweg. Ich finde jetzt Drachenklaue. Ich wette, Drachenklaue ist das Item, was ganz unten liegt. Wofür ich jetzt alles nochmal runterrutschen muss. Was ist das denn mit einem kleinen Brocken? Ist das auch Stärke? Was ist das denn? Was für eine Verarsche. Ich kann den größten Brocken bewegen. Aber dieses kleinen Kieselstein kann ich nicht bewegen. Hier komme ich durch, wenn... Hä, warum sollte da ein Stein sein? Lass da doch eine Person stehen. Die weg geht, wenn ich Champ bin. Warum ist da ein Stein, den ich nicht verschieben kann? Gen 5. Ich liebe dich. Aber du bist manchmal komisch. Da ist ein Musketier drin. Ah, cool. Aber warum liegt da ein Kieselstein davor? Ich bin bald mit Schwertschild durch. Welches Pokémon-Spiel als nächstes für die Switch? Äh, Detektiv Pikachu bitte. Okay. Ist das der Weg vielleicht sogar, der jetzt... Oh, 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 oh. Stromstoß? Brauchen wir nicht, aber okay. Irgendwo muss ich den krassesten Weg runterrutschen können. Und ich meine nicht das hier. Okay. Ich meine den da. Ich sage, das da ist Drachenklaue. Aber... Da da eine Tür ist, kann es auch sein, dass wir da hingehen können. Okay. Okay. Als erstes... Mach ich jetzt den einen Rundgang auf. Und dann, äh, probiere ich den anderen Weg runterzurutschen. Den wir gerade nicht gegangen sind. Wir finden jetzt diese Seite. Du hast auch diese Page, wo man pro Ball etc. die Fangschuss ausrechnen lassen kann. Ich meine, es ist nicht meine Page, aber ja, die gibt's. Du hattest, glaub ich, in meinem Video gesagt, welche das ist. Ich weiß noch nicht mal, welches Video das war. Kannst du mir kurz sagen, welche das ist? Du kannst allgemein einfach sowas... Also ich sag's ja gleich. Ich sag nur allgemein, ihr könnt sowas super leicht googeln. Das ist nämlich das erste Ergebnis von allem. Immer. einfach Catch Rate Calculator. Und vielleicht noch die Gen davor. Gen 3 Catch Rate Calculator. Immer alles auf Englisch einfach googeln. Keine von den Seiten, die ich habe, ist irgendwie krass versteckt. Das sind meistens wirklich die ersten Google-Ergebnisse. Aber es heißt... Dragonfly Cave. Dragonfly Cave. Und die Seite hat extrem viele geile Infos und solche... Umrechner. Dragonfly Cave. Also quasi die Libellenhöhle. Verdammt. Hä? Hä? Wo ist dieser Weg? Aber... Um direkt den Umrechner zu finden, solltest du eingeben... Gen 3, Gen 4, Gen 5, was du halt brauchst. Catch Rate Calculator. Es reicht auf Deutsch, um es zu finden. Ich glaube, wenn ich Fang-Chancen-Umrechner eingebe, kommt nicht Dragonfly Cave. Ich glaube nicht, dass Dragonfly Cave so krass gutes SEO hat. Fang-Chancen-Umrechner Gen 3. Fang-Chancen-Umrechner Gen 3. Fang-Chancen für Pokewiki, Bisa-Fans. Da kommt nicht die Seite, die ich benutzen würde. Aber es gibt auch von Pokewiki einen Umrechner, der wahrscheinlich... Ne. Da steht nur, wie man es umrechnet. Aber das ist kein Umrechner. Also ich wüsste nicht, wie man mit deutschen Begriffen die Seite finden soll. Also... Und ich glaube, hier unten ist das jetzt... Hier. Ich greife immer gern auf Erfahrungen zurück, weil man findet oftmals auch 100 Seiten, die irgendeinen Müll produzieren. Zumindest versucht man sowas gern zu umgehen. Claro, claro. Claro que si. Bam, bam, bam. Können wir hier. Können wir hier lang. Hallo Fast Guy. So, wo ist jetzt dieser eine Weg? Hallo Onkel Yu. Heißt das jetzt hier wieder sowas, was zu einer anderen Jahreszeit dann irgendwie betretbar ist? Ne, warte mal. Das da ist da oben. Ne. Ich glaub dir, das rote J... Alles gut. Ich glaub dir, dass man das auf Deutsch auch finden kann. Aber es ist einfacher, einfach auf Englisch zu googlen. Ähm, hier und dann hier. Das Item haben wir auch noch nicht. Was ist das für ein Item? Wo finde ich das? Muss wieder nach oben ganz? Ja, ja, ja. Ich weiß, aber ich suche hier auch andere Sachen noch. Aber dann gehen wir jetzt mal diesen einen Weg. Moment. Was ist, wenn ich hier runter rutsche? Ist das Gleiche? Ich bin, glaub ich, hier runter gerutscht. Ah! Das ist es! Oh, okay. Nugget. Oh, als ob ich kein Gate hätte. Als ob ich ein armer Schlucker bin. Okay. Haben wir wenigstens das. Dann ist es doch nochmal was anderes. Oh Gott, oh Gott. Wo geh ich denn jetzt hier? Okay. Was hat es mit dem Codes auf Discord für kontaktuale Aussicht? Was habe ich verpasst? Das habe ich auch erst heute gecheckt, warum Leute das machen. Drachenklaue, da ist sie. Ich rutsche trotzdem nochmal einmal diesen einen Weg da. Um zu schauen. Ne, wir haben noch den anderen Weg. Da war noch ein Weg. Äh, Kontaktsafari ist in XY. Vor allem für Shiny Hunter interessant, weil man dadurch eine erhöhte Shiny Chance hat. Das ist so ein XY Feature. Die Kontaktsafari ist aber nicht mehr, also eine bestimmte Funktion der Kontaktsafari ist nicht mehr möglich. Wenn heute Nacht die Server ausgeschaltet werden von Nintendo. Aber umso mehr Freunde du hast in deiner Freundesliste auf dem DS, desto mehr Features hast du in der Kontaktsafari. Okay. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was alles, dies und das, aber okay, es war doch nichts hier. Wir können wieder hoch. Anscheinend, wenn du halt gerne Kontaktsafari machst, lohnt es sich viele Freunde in der Freundesliste zu haben. Selbst wenn die Nintendo Server offline gehen, hast du dadurch einen Vorteil in XY. In der Kontaktsafari gibt es keine besonderen einzigartigen Pokémon, aber viele machen das halt, um zu shinieren zum Beispiel. Und bevor ich es irgendwie in ein paar Jahren bereue, weil ich vielleicht doch irgendwas da holen will, hole ich mir noch ein paar Freunde. Oder durch die Kontaktsafari mehr hat, mehr Inhalt hat. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie Kontaktsafari gemacht. Aber wie immer, lieber machen, lieber machen, bevor es komplett vorbei ist. Wir sind da! Ist das ein Pokémon Center? Haben ist besser als brauchen. Hallo Henriette! So, ich entwickle jetzt mein Latenecto. Und Henriette ist heute ein Schnobilikat. Schnobilikat! Wo sind die? Warte hier, Drachen... Wo ist Drachenklaue so weit oben? Drachenklaue ist das erste. TM2. Okay, Drachenklaue. Ja, Ravigator kann ich doch sicher auch, oder? Zapplalek kann es nicht, weil es noch keine Arme hat. Okay, Ravigator, muss mal überlegen. Drachenklaue ist einfach gut. Ich zeig nochmal, Drachenklaue, 80 Stärke und jedes Mal werde ich stärker fallen. Oder ich werde jedes Mal, erhöht sich meine Attacke, ne? Was hier gar nicht steht. Aber das passiert doch. Was steht hier gar nicht? Drachenklaue macht doch meinen Angriff jedes Mal höher. Schmarotzer, also ich will Erdbeben noch lernen. Vielleicht verlerne ich Schaufler. Schaufler habe ich halt gerne als VM quasi. Vielleicht verlerne ich Schaufler und mache Erdbeben, anstatt Schmarotzer Drachenklaue und Knirscher ist halt einfach geil zu haben, weil es zurückschreckt. Das ist Metallklaue. Ah. Ich dachte nur, vorhin hat das Zapplerrang das eingesetzt und dann hat es halt was gekriegt. Aber vielleicht war das wegen irgendwas anderem. Vielleicht war das eine Fähigkeit. In welchem Discord-Chat ist das? Würde gerne mitmachen. Unter Friendcodes. Knirscher senkt Verteidigung bis lässt zurückschrecken. Oh krass, Knirscher lässt gar nicht mehr zurückschrecken. Schnicken. Fändet ihr das keine gute Idee? Drachenklaue anstatt Schmarotzer. Was ich komisch finde, wie das hier formuliert Anwender, macht sich die Kraft des Ziels zunutze, je höher dessen Angriff. Dessen Angriff ist bezogen auf Ziel. Aber mindestens macht es trotzdem 95 Schaden. Mindestens 95, aber 95 ist höher, umso höher der Angriff vom Gegner ist. Das ist schon geil. Aber Knirscher ist auch geil. Ich habe schon das Gefühl, Rabigato sollte Drachenklaue können, weil stellt euch vor, ich gegenüber einem Drachen, Rabigato hält gegen einen Drachen gut stand. Und ich kann ihm wehtun. So ein Trickgefalo kann mein Rabigato dann gut weghauen. Schmarotzer hat Stärke 95, wenn der Gegner viel Angriff hat. Das ist aber auch dumm formuliert dann. Das lese ich mal kurz durch. Die Frage ist Schmarotzer oder Knirscher. Schmarotzer. Schmarotzer verursacht Schaden. Okay. Anders als bei anderen Attacken wird hier der Angriffswert des Ziels und nicht der des Anwenders für die Schadensberechnung verwendet. Dabei fließen auch die Statusveränderungen. Zum Beispiel Schwerttanz und sowas. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Schwerttanz... Ich glaube Knackrack kann Schwerttanz. Wenn ich einen Schwerttanz Knackrack vor mir habe, wäre Schmarotzer sackenstark. Weitere Faktoren zur Berechnung des Schadens werden von Anwender gestellt. Stab, Verbrennung, blablabla. Warum hat es dann aber Stärke 95? Das verstehe ich nicht. Dann hat es doch Stärke nichts, sondern die Stärke... Achso doch, es hat Stärke 95. Es kommt nur darauf an, wie stark es dann tatsächlich ist. Ja, ja, okay, okay. Ich bin... Ich war... Ich war... Ich dachte, der Stärke Wert wird beeinflusst durch die Stärke vom Gegner. Aber es ist einfach so, als ob der Gegner die Attacke macht. Auch Stab aber. Das ist krass. Das heißt, wenn der Gegner nicht Unlicht ist, hat Schmarotzer keinen Stab. Krass. Weitere Faktoren. Stab, Verbrennungsfähigkeiten. Ach krass. Ach, deswegen war mein Schmarotzer down nicht so gut. Weil... Das heißt, Schmarotzer hat nur Stab, wenn der Gegner auch Unlicht ist. Wodurch ich automatisch aber keinen sehr effektiven Angriff mache, weil Unlicht ist nicht gut gegen Unlicht. Aber außer vielleicht der zweite Typ und sowas und sowas. Was für eine krasse Attacke eigentlich. Ich fände aber Knirscher auch besser, weil das... Also... Klar ist die Stärke 95 und somit besser, aber... Manchmal will ich halt einfach Knirscher machen. Und meistens ist der Gegner halt nicht Unlicht. Wenn Knirscher... Zum Beispiel Psycho. Wenn ich gegen den Psycho Gegner Knirscher machen will, dann wäre Schmarotzer Quatsch. Weil dann wäre Schmarotzer lang nicht so gut wie Knirscher. Okay. Genau, wenn ich selber keinen großen Angriff habe und der Gegner schon, dann ist gut, ja. Okay, Drachenklaue. Aber ich will... Zapplerang müssen wir entwickeln. Okay, jetzt entwickeln. Warte, Finsterstein. Wo ist mein Finsterstein? Ambo hier, oder? Leuchtstein. Warum sind die Steine nicht nebeneinander? Hier, Finster... Ach, Leuchtstein. Das ist was anderes. Finsterstein. Ich habe sogar zwei? Haben wir eigentlich letztens einen extra gesucht? Da ist eins der geilsten Pokémon ever. Oh, es ist so ein gutes Ding. Du entdeckst VGC. Ja. Ich meine, es gibt schon coole Sachen. Aber es ist mir alles viel zu kompliziert. Oh nein, das wird in seinem Bestandteil aufgelöst. Wie seltsam ist hier die Entwicklungsanimation eigentlich. Für mich ist eine Entwicklung, dass es tatsächlich so morphed zu dem Ding. Also ihm wächst noch ein Arm oder weißt du, so ein Morph. Was vielleicht... Vielleicht kriegen wir das irgendwann. Einen tatsächlichen Morph. So ein Gen 15 oder sowas. Aber... Dass es sich in Bestandteile auflöst und wieder zusammensetzt, ist schon... Auch wieder besonders Gen 5. Joshi, du bist ein Kaktus. War jemand am Wochenende auf der Kaktus eigentlich? Kannst du mal bitte scharf stellen, du dumme Kamera. Es macht keinen Sinn. Kaktus. Eyo. Wollen wir mal die Stats eigentlich anschauen? Das heißt, nur noch mein Skalabra. Und Skalabra, äh, mein Zaplalec. Und, äh, Zaplalec war was? War es 49 oder 54? Was wir jetzt wollten. Zaplalec lernt auf... Säurespei auf 49. So viel kann ich noch abwarten. Abwarten. Säurespeier. 49. Noch 3 Level für Zaplalec. Skalabra hat jetzt... Ein Spezialangriff von 168. Das ist echt nicht schlecht. Also Spukball geht ab. Und was hast du gesagt? Psychokineser ist auf Route 14? Psychokineser anstatt Begrenzer wäre jetzt noch schön. Und Flammenwurf. Flammenwurf war auch irgendwo. Dein Name hat als Übersetzung Kaktus. Joshi. Joshi heißt Kaktus. So, wo ist Route 14? Ich glaube nämlich, da komme ich noch nicht hin. Weil das hier ist... Route 12. Das ist Route 13. Das hier ist Route 14. Soweit ich das verstanden habe, komme ich da erst hin, wenn ich den Champ besiegt habe, oder? Also komme ich nicht zur Psychokineser. Schwarze Stadt. Das ist alles Endgame. Und wo ist Flammenwurf? Flammenwurf hätte ich schon gern. Aber ich habe keine einzige Psychoattacke dann. Flammenwurf. TM 35. Schreien der Ernte. Das ist auch... Schreien der Ernte ist auch am Arsch der Welt. Da kommen wir auch nicht hin. Wie? Ich brauche die Attacken. Du bist ein VIP wieder? Warum hast du kein VIP? Hast du irgendwann... Warst du irgendwann mal nicht T3 hier? Ich mache das nicht so häufig. Wie geht das nochmal? So? Hast du jetzt, oder? T3 auf Patreon. Ja, aber ich verstehe nicht, warum... Wenn du es mal warst. Ich habe sie sicher nicht weggenommen. Komisch. Beschwert euch. Schon gut. Hallo Johnny. Bist du nicht der, der Deoxys gefällt hat? Ja. Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, die Leute finden es schlimmer, als ich es schlimm finde. Hallo Lil Bopeep. Ich habe noch nicht die Liga gemacht. Ich glaube nicht, dass ich das mit meinen Pokémon schaffe. Ich glaube, die sollten... Ich meine, ich kann es mal probieren. Davor speichern. Um kein Geld zu verlieren. Mal mal zu schauen. Kann ich? Weil ich muss sie schon hintereinander machen, ne? Anscheinend kann ich mir aussuchen, wen ich mache. Ich kann mir aussuchen, wen ich mache zuerst. Aber wenn ich anfange, muss ich alle vier beenden, ne? Ah, wir kaufen mal ein bisschen Zeug, was wir sowieso brauchen. Top Genesung. Ne, wir machen... Das ist so ein riesen Unterschied zwischen Hyperdrank und Topdrank. Gott, nee, das... Oh Gott, kostet das viel. Warte mal, 114? Ne. So viel. Warte mal, 57.000? Für den Quatsch? Ne, ich gehe auf Hyperdrank. Dann Hyperheile. Stand 5 hat keine Reihenfolge. Ja, aber ich muss alle am Stück trotzdem machen. Ich kann nicht einfach rausgehen, oder? Ich hole mal ein paar Fluchtseile. Leber. Okay, jetzt ist tatsächlich mein Geld weg. Aber wir haben eigentlich alles. Und ich habe noch Nuggets und so. Ich war erst durchgehend. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass er weg ist. Ja, eben. Ich habe es... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hast du deinen Namen mal geändert? Ne. Egal. Hast du schon von PokeMMO gehört? Ja. Halt. Ich will... Kommt jetzt der Rival oder sowas. Ja, ja. Okay. Eisstrahl. Wo ist Eisstrahl? Wenn das jetzt auch noch im Endgame-Bereich ist, dann... immer ein Problem. Eisstrahl. Eisstrahl ist TM13. Und TM13 ist in der Riesengrotte. Oh oh. Da ist Kyurem. Das ist ja erst recht Endgame-Content. Route 13? Da komme ich auch nicht hin. Warte mal. Ich probiere jetzt mal ganz kurz da hinzukommen. Aber ich komme da nicht hin, oder? Was ist, wenn ich... hier nämlich versuche nach Osten zu gehen, dann sagen sie... Nope. Du kommst hier nicht rein. Oben steht auch jemand. Katsu. Dankeschön für vier Monate. Dankeschön. Ja, so krasse Ideen fürs Moveset habe ich auch nicht. Ich will einfach nur Attacken, verschiedene starke Attacken haben. Ich will ja noch nicht mal Blizzard. Ich will einfach nur Eisstrahl. Wie komme ich überhaupt nach Osten? Da oben. Aber ich komme da nicht hin, ne? Da steht jetzt wieder ein Idiot. Oh. Der lässt mich nicht durch, oder? Route 16? Ich kann hier, ich kann hier jetzt trainieren. Okay, warte mal. Ähm. Zapplalek. Zapplalek kann halt echt nix im Moment. Ich kann hier weiter. Okay. Irgendwann, irgendjemand wird sagen, stopp. Ich kann doch jetzt hier nicht. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich schon in die Eiskrotte kann. Oder in die Riesengrotte. Wie geht's voran mit Gen 5 Origin Decks? Wir stehen vor den Top 4. Aber meine Pokémon sind nicht stark genug. Deswegen muss ich trainieren. Beziehungsweise ich will gerade bestimmte TMs finden. Und diese TMs gibt's eigentlich nur im Endgame-Bereich. Jetzt versuche ich gerade da hinzukommen. Ich glaube irgendwie, dass ich da nicht hinkomme. Psychogenesis auf Route 14. Okay, hier kann ich auch einiges an Geld sammeln. Aber die Gegner sind ein Witz. Äh, hast du Glücksei ausgerüstet, Zapplalek? Was hast du nur ausgerüstet? Glücksei, okay. Gib dir das Glücksei. 49, Level 49 wollen wir. Dann können wir Zapplakek. Äh, Zapplerrang haben. Was würdet ihr sagen? Gen 5 Profis. Was für ein Level brauche ich? Alle meine Pokémon im Team. Was für ein Level brauchen sie? 60? 50? Wahrscheinlich 60, oder? Wahrscheinlich hat der Champ Level 65. 55? Häppens, du sagst einfach nur irgendeine Zahl. Sei ehrlich. 60 plus? 60 wäre schon gut, ja. Ich meine, wir müssen es ja nicht einfach schaffen. Wir können ja schon ein bisschen versuchen, geil zu sein. Wir müssen es ja nicht, wir müssen ja nicht durchrennen. 75 untertreibt nicht. Ich glaube nicht, dass 75 notwendig ist. Ich habe Cynthia geschafft mit gleichem Level. Also ich hatte jetzt gleiche Level wie sie. Was glaube ich 65 war. Signation. Die meisten Speedrunner machen immer bis 55. Guck Speedrun von Schwarz-Weißern. Sind wir nicht immer geil? Ja, aber wir wollen extra geil sein. Und unter Level die Top 4 schaffen. Ich finde hier ein gutes Team. Ich meine, Drache könnte vielleicht wichtig sein. Ich weiß gar nicht, was die Top 4 hat, weil Drache gab es schon. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Wir hatten eine Drachen-Arena, wir hatten eine Eis-Arena, wir hatten Pflanzen-Arena, wir hatten, glaube ich, eine Boden-Arena, wir hatten, glaube ich, eine Kampf-Arena. Ich glaube, es gibt einen Geist-Arena-Leiter. Hatten wir Geist? Ne, wir hatten keinen Geist. Wahrscheinlich gibt es Geist-Top 4. Unlicht wäre gut zu haben. Unlicht habe ich. Ich habe Rabigator und er ist Unlicht-Boden. Ich habe Elektro. Ich habe Pflanze. Ich habe Flug-Wasser. Ich habe Geist-Feuer. Und ich habe Kampf. Und ich habe Drachen-Attacken. Ich habe Eis-Attacken. Ich habe... Was ist hier? Hallo, Olopoto. 50 bis 55 reicht, sagst du. Auf 55 soll die wahrscheinlich gehen. Und das ist nicht so... 55 ist nicht so weit weg. Ich meine, ich bin jetzt so auf 47, 48. 50 bis 55 reicht. Okay. Also mit 55 soll ich es schaffen. Ich meine, auf 50 würde ich sogar heute locker grinden. In ein, zwei Stunden. Wenn nicht sogar eine Stunde. Wenn ich einen schönen Stop... einen schönen Spot für Ordoch finde oder so. Ich glaube, sogar auf der Siegelstraße gibt es einen Spot für Ordoch. Also da, wo man... sein Badge zeigen muss. Da gibt es so eine Gras-Stelle und da können Ordochs auftauchen. Ich glaube, das sind die stärksten Ordochs vor den Top 4. Ich habe einen Vorteil, dass du abgedeckt. Sagt mir... Machen wir spannend. Sagt mir nicht, was die Top 4 haben. Gegenstoß. Okay. Das ist, glaube ich, Unlicht, ne? Aber halt eine physische Unlicht-Attacke. Olopoto. Du bist ein Ladybar. Unlicht, Kampf und Flug ist gut gegen die Top 4. Ihr sagt mir nichts mehr. Wir lassen uns überraschen, okay? Ich bin... Ich will... Ich will auch versuchen, die zu schaffen, ohne Items zu verwenden. Also während dem Kampf. Zwischen den Kämpfen natürlich. Oh, Holzkohle. Ich habe noch gar nicht... Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich Items habe für meine Pokémon. Aber haben wir schon mal Holzkohle, Hitzekohle, Holzkohle für Skilabra, würde ich sagen. Band-Ticket habe ich auch. Jetzt schauen wir erstmal, ob ich zu Eisstrahl komme. Oder zu Psychokinese. Eisstrahl wäre, glaube ich... Ich erwarte vier Ranger-Spiele diese Woche. Kann es sein, dass ich euch inspiriert habe, Ranger zu spielen, ihr verrückten Menschen? Das tut mir dann doch ein bisschen leid, weil... Ranger ist nicht so gut. Ich fand es lustig zu lesen, wie Leute jetzt Ranger spielen und verzweifeln. Also wenn ihr zwischendrin im Spiel verzweifelt an irgendwelchen Pokémon bei Ranger, wartet auf die Raubkatzen. Die sind also. Genau, das wäre mein Plan, um zu trainieren. Ich suche eine Stelle, wo Ordoch sein kann, was auf der Siegesstraße ist. Und dann läuft man einfach nicht im Gras rum. Und wartet, dass das Gras wackelt. Glücksei ist ausgerüstet und dann grindet man. Ich dachte die zehn Hauptmissionen und dann kann ich das mit Manafi starten. Kannst du auch. Was habe ich... Was habe ich gesagt? Nice, Mariko. Und wir kommen hier nicht durch. Okay, keine Chance. Also Eisstrahl, Psychokinese und... Was war das? Und Flammenwurf. Die drei kriege ich nicht. Das heißt, mein La Ter Necto, äh mein Skilabra, kann keine gescheite Feuerattacke. Außer ich levels, was jetzt schon zu spät ist, auf Level 65 dann lernst Hitze Koller. Funkenflug. Was will ich denn mit Funkenflug? Das ist nicht so schlecht. Was will ich denn mit Begrenzer? Was bringe ich denn jetzt Skilabra bei? Bandsticker. Blendpuder. Drachenzahn. Ewiges Eis. Fatumknoten. Das ist ja ein Geistjuwel. Das erhöht einmalig die Stärke einer Attacke vom Typ Geist. Ach krass. Giftstich. Rudersand. Warte mal. Wann lernt Rabigator Erdbeben. Dauert glaube ich noch ein bisschen. 54. Oh. Und Wutanfall auf 60. Glättersturm 62 für Serpi Royal. Und Wutanfall auf 60. Glättersturm 62 für Serpi Royal. Ayemine. Okay. Latenecto. Was haben wir hier noch? Flammenwurf. Es kann nicht sein, dass Feuersturm leichter zu bekommen ist als Flammenwurf. Es kann nicht sein. Nevayu City. Du kannst mich mal. Es kann ja nicht sein. Wo ist hier Flammenwurf? Äh. Feuersturm. Äh. Ja. Feuer. Technische. Wo? Was? Wo? Im Markt kann ich Feuersturm kaufen? Ah ja typisch. Feuersturm. Donner. Blizzard. Soll ich mir Feuersturm kaufen? Wenn ich Flammenwurf nicht lernen kann, was soll ich denn sonst machen? Und 10% Verbrennung? Feuersturm. Nitro Ladung. Das ist aber nur 50. Einäschern. Das ist nur 30. Ihr Licht. Gegenstoß. Ich könnte ihm Gegenstoß noch beibringen, aber Gegenstoß ist halt eine physische Attacke. Das bringt nichts. Psychokinese wäre so schön. Gedankengut. Psychokinese. Erholung. Energieball. Ich brauche keine Pflanzenattacken. Ich brauche eine Feuerattacke. Hitzekoller. Liegt die TM-Hitzekoller irgendwo rum? Das wäre so witzig, wenn ich die jetzt kriege. Route 11? Da komme ich doch hin. Da komme ich doch hin, oder? Wo ist das? Ah, da komme ich nicht hin. Da komme ich gerade so nicht hin. Willst du mich? Da komme ich gerade so nicht hin? Ich glaube, da komme ich nicht hin. Ich glaube, genau bei Twindrake City sagen die, du kommst hier nicht rein. Hast du eine Newslog gespielt, oder wie kommt es, dass deine Pokémon noch nicht Level 50 haben? Ich habe das Spiel normal gespielt und jeden einzigen Trainer besiegt. Es ist glaube ich nicht normal, dass man Vanilla-mäßig hier auf Level 50 ist. Ich habe alles besiegt, was sich besiegen lässt. Hier glaube ich. Wobei, hier komme ich noch rein. Du Drecksack, lass mich da durch. Da liegt Hitzekoller. Oh, gemein. Okay, hole ich mir Feuersturm. Wer ist die? Nevajo. Wo ist die? Hier. Versuche ich es nochmal über den Weg nach Süden von Tech City. What? Tech City? Moment, redest du überhaupt mit mir? Ist Tech City nicht, äh, Gen 2? Wo ist Tech City? Und wie soll ich von Tech City auf Route 14 kommen? Ich glaube, du redest nicht mit mir. Okay, wo ist der Einkaufsladen hier? Alexander, du bist ein, äh, ich weiß nicht wie es heißt, Weiterentwicklung von Krokel. Ich glaube das war... Tech City's Joto. Achso. Hier drin einfach? Oder gibt es ein eigenes... Ah doch, es gab doch dieses riesige Gebäude, wo man auf mehrere Stockwerke in einem konnte, ohne Aufzug. Das war super angenehm. Wo ist das? Wo ist das Gebäude? Uh, das kann nicht sein. Jetzt kommt man hier hoch. Sicher, dass hier ein Einkaufsladen ist? Ich bin falsch. Hä, wo ist das? Nochmal. Feuersturm. Lococo. Genau. Nebayo City. Wo ist hier ein Einkaufszentrum? Es gibt voll wenige Häuser hier. Ach, das ist dann einfach nur das Normale? Markt-Items. Achso, es ist einfach der normale Markt? Man kann hier im normalen Markt Feuersturm kaufen? Krass. Quasi kannst du aufhören, die schlechtesten Tipps ever zu geben. In Teak City nach Süden. Mhm. Du hast nicht genug Geld. Das ist okay. Verkaufen. Wo sind meine Nuggets? Die sind nicht hier. Vier Stück. Bracht Feder doch auch, ne? So eine. Mein Schildfossil könnte ich auch mal einlösen. Hallo King Mela. Ja. Wie ich hab immer... Was? Hab ich das gerade nicht... Was? Hab ich gerade nicht zu Ende gedrückt? Verkaufen. Das war nicht genug? Hab ich nicht gerade meine Nuggets verkauft? Das war nicht genug? Wie kann das nicht genug gewesen sein? Krass. Ähm... Wir haben ein Geldproblem. Was kann man noch verkaufen? Bälle. Tatsächlich. Timerball. Was krieg ich für die Bälle? Okay. Finsterball. Der gute alte Flottball. Netzball. Heilball. Premierball dafür krieg ich was, oder? Ja. Hyperball. Superball. Ich sollte Hyperball behalten, falls ein Shiny kommt. Bokeball 200. X-Treffer. Brauch ich vielleicht. Superschutz, Topschutz. So viele. Ich hab so viel Geld ausgegeben. Sternenstück. Sternenstaub. Ich hab fast 70.000. Und noch 3.000. Das kann man noch verkaufen. Bären. Nee, so Heilsachen. So kacke. Sowas wie Gegengift. Tafelwasser. Feuerheiler. Spezialität, das brauchen wir alles noch, ich kann die ganzen Zink-Sachen und sowas kann ich auch noch benutzen, Sonderbonbons, zwei Stück, das ist ein Witz, man, mir fehlt immer noch was, nein 1400, super Trank, Trank, noch 600, gern, vielleicht brauche ich Bären, Geistjuwel, Glattbrocken, was kostet es, 100 bloß, kann ich hergeben, Mondstein, Schutz, Ohrschutz, noch 200, ok verkaufen wir einfach 3 Superschutz, ey 70.000 und weg ist mein Geld, krass. Am Ende werde ich kein einziges mal Feuersturm einsetzen, ich sag's euch. Jetzt ist nur, ich habe keinen, ich kann Funkenflug immer noch, also Grenzer brauche ich erst recht nicht. Das heißt im Moment kann ich Begrenze austauschen. Eieiei, ich guck nochmal durch meine Temps durch. Feuersturm wird das Spiel entscheiden. Genau, ich werde es einsetzen, aber nicht treffen. Felsgrab ist scheiße. Folterknecht, ne. Ich fahre nochmal Ogenmann. Ragenklaue haben wir, Brüller, Verhöhner. Was war nochmal Verhöhner? Ne, ne, ne. Spukballmatsch, Bombefeuersturm, Felsgrab, Kaka, Folterknecht, brauchen wir nicht. Fassade. Ist halt gut, wenn man selber einen Status hat. Wer kann denn Fassade lernen? Alle. Okay. Fassade, Raub, Siedewasser, Schleuder. Ne. Ladestrahl, freier Fall, Ehrlicht, Akrobatik, Gegenstoß. Gegenstoß ist halt nur Stärke 50 und ist physisch. Das heißt, mein Skelabra, ne. Heimzahlung, Blitz, Voltwechsel. Ich mein, Blitz kann geil sein, weil es halt die Genauigkeit verschlechtert. Das kann manchmal entscheidend sein. Voltwechsel, Käfertutz, kann keiner. Dampfwalze. Ich mein, vielleicht kann jemand, vielleicht kann Skelabra Dampfwalze. Nein. Aber Meistergriff. Meistergriff, kein Moment. Energiefokus. Was, glaube ich, sogar geil wäre. Zermürben, hat mich halt schon oft gerettet. Hammerarm, aber gute Attacke. Steinhagel, auch gute Attacke. Dampfwalze, Boden. Aber nur Stärke 60. Lass mal das. Eisodem. Soll ich jetzt einfach Eisodem beibringen, anstatt Eisstrahl. Falls. Ich mein, es hat eine Volltreffer-Garantie, dass ich einfach eine Eisattacke habe, falls ein Drache kommt. Ich mein, ich hab zwar auch Drachen-Attacken und sowas. Ach, Swarones kann es doch nicht mal. Es kann keiner lernen. Okay. Kreuzschere, kann keiner lernen. Drachenrute, haben wir schon. Kraftschub. Strauchler. Stromstoß. Stromstoß ist Stärke 90. Sablalek. Du kannst Donnerblitz. Donnerblitz ist 95. Ja, ne, brauchen wir nicht. Stromstoß 90. Ladestrahl 50. Okay, anstatt Ladestrahl kann ich Stromstoß machen. Aber ich werde immer Donnerblitz machen. Mann, Mann, Mann. Energieball ist vielleicht noch interessant für... Ach, keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt die Liste durch und ich fange Pokémon und dadurch trainiere ich ja auch schon mal. Ich fange einfach Pokémon, die ich noch fangen muss, was einige sind. Dadurch werde ich auch vielleicht ein bisschen stärker. Nicht meiniges, aber ein bisschen stärker. Ich habe heute schon eine Ameise gefangen und einen Ameisenbär. Also das hier und das hier. Wir gehen einfach von oben nach unten durch, würde ich sagen. Die meisten, die oben sind, brauche ich nicht fangen, weil die versteckte Fähigkeiten haben. Zum Beispiel, also die Starter gehen jetzt nicht, klar. Dann die Affen. Die Affen, oh Gott. Ist das der Online-Service-Beerdigungs-Stream? Nö. I don't care. Aber Hallo Sota. Also die Affen kann ich machen, dann Somnivora brauche ich nicht machen. Das hat eine versteckte Fähigkeit im Traumradar und in der Traumbrache. Ach, das existiert einmal mit versteckter Fähigkeit in der Traumbrache. Gut, aber das brauchen wir jetzt nicht holen. Äh, hier Fleck-Neul hat auch eine versteckte Fähigkeit. Dann kann ich tatsächlich noch zwei Schallquabs holen. Die brauche ich noch. Zwei männliche Schallquabs. Die holen wir jetzt. Wo ist Schallquab? Am Anfang irgendwo. Schallquab ist auf Route... Ah ne, in Ewigen Wald. Äh? Wo? Im Warsee. Kann nicht sein. Wo habe ich denn meinen Schallquab her? Doch, im hohen Gras ist einfach eine Kaulquappe. Okay. 40%. Also 0%. Und im dunklen Gras auch. Okay. Ewigen Wald, Schallquab, zwei Männchen. Das heißt, wir holen unser Pokémon dafür raus. Taktik. Taktik, ey. Pokémon. Seh ich nichts mehr. So, wo ist es? Ah, jetzt sind die hier rüber. Das stimmt aber auch nicht. Gott, ist ja alles durcheinander jetzt hier. Oh nein. Ich muss das kurz so machen. Ne, du, Köstchen. Du. 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 Und du. Und... Okay, genau. Und das da sollte mein Schambolzenweibchen sein. Okay. Und dann ersetzen wir kurz... Ich meine, ich habe auch noch kein Fang-Pokémon. Aber das brauche ich eigentlich erst für die krassen, für die Legis und sowas. Wenn überhaupt. Guck mal da. Ich habe noch mein Guck mal da nicht trainiert. Da nehme ich erst mal. Einfach Pico-Chiller. Und Zappler-Leck-Zappler-Keck mit Donnerwelle. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Dann auf zum ewigen Wald. Sind schon offline? Nein. Nee, erst in ein paar Stunden. Wo war der ewige Wald? Hä? Wo ist der ewige? Ah, hier. Bei Feuerstum muss ich immer noch an Pikachu in Pyros Arena denken, wo der Feuerstum auf es zurauscht und sie genau da die Folge splitten. Die Schweine. Moment, ich glaube, ich muss oben lang. Ich habe echt jeden Trainer besiegt einfach. 40 Prozent. Jetzt schauen wir mal, wie sehr... Wie sehr 40 Prozent tatsächlich 40 Prozent sind. Das ist meine Erfahrung, fühlt sich an wie 5 Prozent. Schallquart. Nope. Matrifol brauchen wir genau genommen auch, aber... Das gibt es im Heim der Täuschung mit versteckter Fähigkeit. Leider gibt es nur Matrifol mit versteckter Fähigkeit. Das heißt, die anderen zwei müsste ich mir dann erbrüten. Das habe ich noch nicht so durchdacht, wie gut das geht und sowas. Aber theoretisch sollte es funktionieren. Solange ich eins habe mit versteckter Fähigkeit, sollten die anderen darunter brütbar sein. Mal schauen, was steht denn hier. Ja, Strawickel auch. Wetterfest. Ja, die haben alle drei Wetterfest. Aber nur Matrifol ist im Heim der Täuschung. Matusselgur. Starkerweise nur im Außenbereich. Dann würde PokéWiki uns anlügen. PokéWiki hat gesagt Ewigenwald. Und hier ist der Ewigenwald. Außenbereich. Innenbereich. Okay, okay. Ich habe gestern einen TikTok mit Dioxys gesehen. Nice. Und? Nimmst du es auch härter als ich? Ja, ich habe es gesehen. Die Tabelle, über der Tabelle steht Außenbereich. Hier hatte ich meins auch her. Wenn es weiblich ist mit versteckter Fähigkeit, ist die Zucht einfach. Eben, oder? Das sollte ja funktionieren. Ich muss halt nur ein weibliches Matrifol im Heim finden. Und da ist es auch schon. Können wir dem irgendwie wehtun, dass es nicht so schlimm ist? Sternenschauer. Sehr gut. Wir haben einiges an Geld ausgegeben. Wir müssen jetzt alles. Alles benutzen. Oder halt nicht verschwenden. Wir dürfen die PokéBälle nicht verschwenden. Wir müssen halten. Wir haben kein Geld mehr. Aber wir können Geld farmen wahrscheinlich in den Top 4. Wir haben gar kein Münz-Amulett. Irgendwann muss es ein Münz-Amulett noch geben. Eins. 40%. Sind okay. Und ist da schon nochmal zwei? Nope. Vor allem ist es weiblich. Schwein. Hallo D-Boss. Dann brauche ich danach der rote Kung-Fu-Typ. Also nicht Karadonis, sondern auf Englisch heißt es anscheinend Thro. Thro und Sork. Was sind das eigentlich für Namen? Die müssen doch an irgendwas angelehnt sein. Thro. Jui-Testo. Genau. Jiu-Jiu-Testo. Wo finden wir Jiu-Testo? Das wäre das perfekte Pokémon für Versions-Exklusiv. Aber ist es nicht. Ist der nicht auch hier? Steht nicht da. Ah doch. Jui-Testo. Nur im dunklen Gras. Ah ne, auch im normalen Gras. 10%. Hier ist es Versions-Exklusiv. Aber ich weiß, dass Thro-Jui-Testo nicht Versions-Exklusiv ist. Aber hier ist nur Karadonis. Hier im Gras, wo wir gerade sind. Korrekt. Hier könnte Karadonis zu 10% auftauchen. Hallo Feli. Du hast gestern Dito getroffen. Nice. Auf der Gagdus. In XY sind sie. Exklusiv. Ich hasse die beiden. Ja, ich finde sie sind auch nicht die schönsten Pokémon. Ich finde es immer blöd, wenn Pokémon Kleidung tragen. Und die tragen eindeutig Kleidung. Das ist nicht so wie bei Machomai, dass man noch sagen kann, okay, das ist halt, das sieht nur so aus. Oder bei Liberlo, das sieht halt nur so aus. Fuck. Die tragen wirklich einfach ein Kung-Fu-Umhang-Dings da. Und das mag ich immer nicht, wenn Pokémon tatsächlich Kleidung tragen. Persönlich noch sympathischer als online? Wie geht das denn? Never meet your heroes. Ne, Dito. Ich finde, Dito ist genauso. Wie alt ist? On stream. Sie sehen aus wie sie am Straßfiguren. Das stimmt, ja. Hallo, Maori. Geschenk des Tänzers im Park, nachdem man ihn besiegt und seine beiden Mitstreiter gefunden und angeworben hat. So bekommst du das Münz-Amulett, dazu musst du nach Stratos City. Okay. Danke. Ich habe bei der Arbeit heute nichts zu tun gehabt, habe ich versucht, Reikon N10-Kristall zu fangen, bisher noch nicht geschafft. Es ist hart, ne? Es ist hart. Und noch ein Männchen. Wollen wir nochmal Sternenschauer machen? Nochmal ein Duplex-Hieb? Slap it. Ja. Hm. Hm. Ich dachte, Duplex-Hieb geht nur zweimal, wegen Duplex. Okay, viermal ist auch. Okay, okay. Was denke ich für eine Attacke, die zweimal geht? Es gibt doch eine Attacke, die nur zweimal geht. Doppel-Doppelschlag. Doppel-irgendwas. Du Doppel-Kick? Nee. Stahlkopf mochte es, deswegen durftest du mehr. Duplex-Hieb? Wir haben gerade Duplex-Hieb gemacht. Maury. Hey, Duplex-Hieb macht mehr als zweimal. Welche Attacke, an welche Attacke muss ich denken? Duplex-Hieb. Aber dafür bist du heute ein Kamaupp. Genau diesen Blick hattest du gerade, als du Duplex-Hieb geschrieben hast. Doppel-Hieb, glaube ich, ist es, ja. So, das war Brano-Waz, jetzt. Giu-Testo. Wo bist du? Du musst hier irgendwo sein. Route 10? Das ist die einzige Chance noch. Ah, nur in Weiß auf Route 10. Ich glaube, ich komme noch nicht zu ihm. 15, 18, ewigen Wald. Aber bei 15. Ja, auf Route 15 ist auf Schwarz ein Geotest im raschelnden Gras. Das heißt, beide gibt es. Beide gibt es auf beiden Spielen. Aber sie sind halt jeweilig nur im Endgame-Bereich. Und sehr, sehr selten. Das heißt, das kann ich noch gar nicht holen. Dann wäre als nächstes dran. Strawickel, versteckte Fähigkeit. Hier Lilligant und so. Ist, glaube ich, auch versteckte Fähigkeit. Nein. Okay, dann können wir uns Lillip holen. Ja. Und Barschuft, glaube ich, auch, oder? Nee, Barschuft können wir uns auch holen. Okay, wo bekommen wir Lillip her? Nee, wie heißt es? Nicht Lillip. Wer ist es denn? Petitil. Petitilil. Lillminip. Lillminip ist... Septerna City tauscht gegen Vaumball. Oder im Ewigen Wald. Also ist das quasi auch ein exklusives... Das heißt, wir holen uns das nicht hier, sondern in Weiß. Also ich kann es tauschen gegen Vaumball. Aber warum soll ich das machen, wenn ich es im Ewigen Wald kriege in Weiß? Okay, aber Barschuft können wir uns holen. Barschuft, das hatten wir doch vorhin schon. Auf der Siegestraße. Route 1. Da holen wir es uns. Route 1. Pokémon Schatten. Und was heißt Pokémon Schatten? Dass wir surfen können? Ja. 100% im Schatten. Aber jeweilig. Die blaue Form gibt es nur in schwarz. Surfen Pokémon Schatten. Ansonsten... Angel. Surfen wir einfach. Route 1 surfen. Wo? Überall. Okay. Let's go. Machst du das Video Gen 5 bis Ende der Woche fertig? Du bist ja komplett verstört. Du hast ja... Hast du ein Gefühl für Zeit und Raum? Ich glaube, Palkia und Dialga haben dir das komplette Gefühl für Zeit und Raum... ...entfernt. Hast du vielleicht irgendwann mal... ...Gedächtnisverlust erfahren? In den letzten Monaten? Vielleicht wurdest du von Dialga und Palkia... ...aufgesaugt in so einem... ...in so einem Strahl. ...und dann haben sie Experimente an dir gemacht. Dann hast du dein komplettes Gefühl für Zeit und Raum verloren. Weißt du, wo wir sind? Einfach mit PKX alle schnell zusammen klicken und fertig. Cool. Du bist ein cooler Mensch. Ja, ja, ja. Devos, du bist ein Goldini. Lucy, du bist auch ein... ...m...m...m... ...Finion. Ich versuche gerade auf meinem neuen Giratina das Itemfinder-Band zu bekommen. Ah. Und es soll anscheinend pro Item eine 1 zu 100 Chance sein. Kann es sein, dass das immer noch verbuggt ist? Ne, ich hab das gemacht. Hast du dir mein Video angeschaut zu... Ich habe jedes Zeichen. Das kannst du dir anschauen. Da erkläre ich das ganz genau. Hast du das nicht gesehen? Shame on you. Äh, warte. Ich gebe es dir. Du kannst in der Beschreibung... ...oder halt so in dem Scroll-Ding... ...siehst du dann Itemfinder oder sowas. Ich hab das Band jetzt. Hat nur so lange gedauert. Du hast vor 2 Minuten geschrieben. Okay. So, hier muss ich jetzt... Ah, vielleicht sollte ich angeln. Habe ich überhaupt eine Angel? Ich glaube, ich habe nie eine... Okay. Okay. Gut. Passt. Man braucht keine Angel. Okay, ich glaube, du hältst nichts aus. Ich muss Bälle schmeißen. Das könnte jetzt dauern. Hallo, Kapitan. Aber eine Viertelstunde für so ein simples Band. Ich versuche nämlich, alle Bänder, die es auf der Switch gibt, auf das Shiny drauf zu bekommen. Ach. Ich kann dir sagen, ich habe so eine Stunde gebraucht für einen Itemfinder. Ich weiß es nicht mehr, aber definitiv länger als 15 Minuten. Es ist nicht leicht, Itemfinder zu kriegen. Aber viel Spaß mit dem Partner, Marc. Ich glaube, wie es heißt. Gourmet ist einfach, aber das Partnerabzeichen, das kann gemein sein. Ich finde es schade, dass es in Gen 5 gar keine Bänder gibt. Gibt es keine? Sicher? Muss ich dir wehtun, Baschuft? Muss ich dir wehtun? Ich glaube, ich kann dir nicht wehtun. Außer ich mache einen Duplex Sieb, der nur einmal oder zweimal, zweimal schlägt. Das ist Spaßkanone. Ich glaube, ich, ich, nee, ich kann dir, na, verdammt. Ich brauche Trugschlag. Hast du wieder Call eingelöst hier? Das kennt man, was ist das? Das kennt man. Hut, Hut. Gott, Baschuft, please. Auf der Wii gibt es ja dieses Sidegame mit Mew. Die Wii U ist komplett uninteressant. Die Wii U hat auch Pokémon-Spiele. Weiß ich nicht. Musst du halt schauen, was dich interessiert. Hut, Hut, sagen wir. Ich glaube, ich sage auch Hut, Hut. 3, 2, 1. Hut, Hut. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Barschuft. Abgehakt. So, Flampian-Dings da. Die gibt es auch mit Schwarzschreckter-Fähigkeit. Das sind die... Kann ich irgendwo Terzuga... Wo ist das? Wo sind die Forscher, die mir das machen? Galabafloss? Galabafloss. Septerna? Septerna city. Ah, da. Okay. Hallo Mixery, Septerna City, also sehr viel Leveln tue ich jetzt nicht dabei. Das war nochmal mit Bashoff, man durfte das nicht irgendwie online tauschen oder so, weil es halt Arsch um Namen hat. Wirklich? Wirklich? Wie studiert das sicher? So, wo ist das Haus dafür? Ich schätze mal, nee. Das hier? Nee, oder? Da muss doch ein Schild davor sein. Dann dürfte man Bashoff auch nicht tauschen. Stimmt. Ja, das muss doch ein Schild vor der Tür haben. Alles? Okay. Ich muss jetzt überall reingehen. Museum, Café L'Arc, ach im Museum wahrscheinlich. Ach das Museum, also die Arena war ja das Museum. Oh Gott, das stimmt. Das ist so komisch, dass die Arena des Museums ist. Die Quelle ist halt, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt? Ja. Bin mir aber ziemlich sicher, Bashoff kann man tauschen. Bist du es? Bist du es? Nein. Bist du es? Nein. Du kannst es auch nicht sein. Du musst einen Kittel tragen. Blau, blau, blauäugige. Blau, blaues Auge. Hä? Du? Hä? Wer, 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 wer macht das? Ist das doch nicht hier drin? Museum. Außerdem kann man hier Fossilien wieder zum Leben erwecken. Wer macht es? Wo bist du? Sag nicht, ich muss mit dir zweimal reden. Sag nicht, das machen die am Eingang. Tatsächlich macht es jemand am Eingang. Komm, das muss irgend so ein krasser Forscherkittel sein. Oder krasse? Aber doch nicht einfach so, wo man denkt, dass man Eintritt zahlen muss. Mixery, du bist ein Golgantis. Oh, shit. Ich hätte speichern sollen. Es kann sein, dass das jetzt weiblich ist. Zu einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit. Ah, ich muss warten. Ich glaube, ich kann jetzt speichern sogar. Ich glaube, es zählt, wenn man es abholt. Achso, ich habe keinen Platz im Team, hat sie gesagt. Geht es so schnell, muss ich nicht mal rein und raus gehen? Nice Mixery. Ist doch ein cooles Hobby. Ja, okay. Geht nicht. Galapafloss, aber das haben wir schon abgekreuzt. Ich lasse es mal bei hier. Dann So, den Müllsack gibt es auch mit versteckter Fähigkeit. Jupp. Zoroazoroark, das machen wir bald. Habe ich eine Überraschung für euch. Und Zyto können wir hier nicht fangen. Das ist weiß exklusiv. Eis. Eis können wir fangen. Wo ist das verdammte Eis? Eins meiner Hass-Pokémon. Hat das überhaupt ein Geschlecht? Wie heißt das? Vanilli? Milli Vanilli? Vanilli Tee? Gelatini, genau. Und das hat sogar ein Geschlecht. Wie? Route 6, nur im Winter. Wir haben Winter. Oder im Tiefkühlcontainer. Aber wir haben Winter. Haha. Ich dachte es gibt keine exklusiven Pokémon im Winter. Im Winter. Gelatini, hohes Gras. 15% auf Route 6. Hi Luriel. Oh Mann. Ne, das geht nicht. Ich komme nicht durch die Höhle durch. Du möchtest dir demnächst mal ein Piano kaufen? Ich hole mir nicht das von Andy. Ähm. Oder weiß ich nicht. Warum möchtest du dir ein Piano kaufen? Wenn dann, dass ich spinne. Aber ich glaube eines deiner Palworld Videos ist nicht mehr verfügbar. Ist mir gerade random aufgefallen. Stimmt das oder werde ich verrückt? Welches denn? Moment, ich muss nach links. Wo ist hier überhaupt Winter? Wir haben April, das heißt es ist Winter. Aber es sieht nicht sehr winterig aus. Aber gut, dann sollte hier ein... Aber nur zu wenig, zu kleiner Wahrscheinlichkeit. Ein Gelatini im dunklen Gras auch 15%. Okay, einfach 15%. Das kann jetzt bisschen dauern, weil wir brauchen 3. Ich glaube da ging es darum Menschen zu fangen oder so, erinnere ich mich nur dunkel. Äh, ja. Der Glitch wurde aufgehoben, deswegen habe ich das Video gelöscht. Warum soll ich das Video lassen, wenn es nicht mehr geht? Das mache ich immer so. Es gibt YouTuber, die da einen Scheiß drauf geben und sagen, wenn man drauf klickt, kriege ich was dafür. Ich finde es halt, also ein Video online zu lassen, das nicht mehr funktioniert. Das ist ja ein Online-Game, du kannst es ja nicht spielen mit einem alten Patch. Wir hatten schon Frühlingsanfang eigentlich. Okay. Trotzdem ist es April und Winter. Absolut ehrenvoller Move von dir. Naja. Normal würde ich sagen. Alles andere ist eher... Also. Oder halt, ich mag halt Ordnung. Ich bin ein extremer Ordnungsfimmel. Und auch, wenn ich in mein YouTube-Studio reingehe, will ich, dass da Ordnung ist. Wenn ich dann ein Video sehe, was keinen Sinn mehr ergibt, dann geht das gegen meinen Ordnungsfimmel. Und dann muss ich das löschen. Ich lösche die sogar. Ich mache die nicht mal privat. Sondern ich lösche die. Wie zum Teufel hast du mich besiegt. Welches Video meinst du? Das Video in Palworld, wo ich gezeigt habe, wie man die Bosse fängt. Inklusive Menschen. Das geht ja nicht mehr. Das haben die... Die wollten das eigentlich lassen. Aber aus Versehen haben sie... Also sie haben einen Patch, sie haben einen Bug gefixt, der aus Versehen auch gefixt hat, dass man Menschen nicht mehr fangen kann. Also die auf denen bossen. Erstes Gelatini. Das Golden Cover eigentlich für alle weg. Das sind meine Temtem-Videos. Die sind noch aktuell, oder? Ich meine... Aktuell sind sie nicht, aber... Stimmt irgendwas nicht, was ich in denen sage? So, nochmal eins. Endlich! Da ist ja das zweite Winikro. Endlich! Du hast... Wann hast du angefangen? Krass! Hast du jetzt schon zwei shiny Winikros? Habe irgendwie nichts mehr von Pirate mitbekommen nach dem Hype an Anfang? Ja, nach einer Woche war das auch wieder vorbei. Vor zwei Wachen oder so, mit dem zweiten? Sehe... Aber wie viele Resets? Der Pokémon-Killer. Ich werde mich so freuen, wenn... Keine Ahnung, ein Gen 10 kommt. Und dann werden Leute sagen, ja das ist bestimmt nur drin wegen Palworld. Oder... Da hatten sie ganz schön Angst vor Palworld, deswegen haben sie das gemacht. Oder wenn nichts drin ist, sagen sie, warum haben sie das nicht gemacht? Die hatten doch Angst vor Palworld. Ich freue mich schon. Moment mal, das brauche ich. Aber ich glaube, die gibt es mit versteckter Fähigkeit. Ähm... Low Cups. Low Cups. Low Cups. Low Cups. Low Cups. Nein? Ich kann Low Cups fangen? Nice. Okay. Low Cups. Low Cups. Okay, das heißt ich kann hier auch zwei Low Cups fangen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Low Cups... 25%. Okay. Aber es gibt kein... Das andere. Schnuteln. So, wir haben das zweite. Gelatini. Alle offiziellen Statements zu Palworld lasen sich auch wie, ja wir wissen, dass das Spiel existiert, hört auf uns zu nerven. Ja das war das geilste, dass Leute sich für Pokémon einsetzen und sagen, wie können die nur Pokémon nachmachen und Pokémon ist einfach das so egal. Und dann bringt Pokémon einfach nur ein Statement raus, damit die Leute endlich die Klappe halten. Ja ja, wir verklagen die schon. Mhm. Blup. Och. Glaublich. Ich habe immer noch kein Celemi, dabei habe ich schon 179 gesehen. Ach du Armer. schon 179 Sekunden am Suchen. Ne, wie lange ist ein Reset? Aber keine Minute, oder? Low Cups, chill. Mein Gott. Ein Low Cups. Mein Low Cups wird zu Kavalanza. Ich dachte Schnutelm wird zu... Wo ist Schnutelm? Schnutelm ist komischerweise sau weit weg von... Ach Schnu... Ah, ich habe schon einen Schnutelm. Ja stimmt, Schnutelm. Hä? Ich finde Schnutelm... Ich finde... Hä? Ist das... Das fällt mir jetzt erst auf. Warte mal. Ich dachte immer Schnutelm wird zu Kavalanza. Ich finde Schnutelm sieht viel mehr aus wie die Vorentwicklung von... Hä? Ist das so? Wie? Was sagt ihr da? Hä? Das fällt mir zum ersten Mal auf. Ich dachte immer Schnutelm wird zu Kavalanza und Low Cups wird zu... Ähm... Hydragil. Ah. Ach so. Das ist die. Stimmt. Weil man die gegenseitig tauschen muss. Das heißt... Der kriegt seinen Helm. Was kriegt der andere dafür? Nix. Ah okay. Das ist aber dann cool. Die tauschen ihre Hülle. Ah. Das wusste ich gar nicht. Ich fand immer die Tausch... Also der Gedanke dahinter cool, dass man die so tauschen muss. Aber mir ist nicht aufgefallen, dass sie tatsächlich auch dann das Aussehen teilen. Jetzt gibt es seine Rüstung ab beim Tausch. Das ist lustig. Und direkt noch eins. Karl Ritz hätte gerne Pokefusion. Natürlich. Natürlich. Moin Deo, kannst du dir vorstellen nochmal einen Podcast zu machen? Ich höre deinen alten Podcast rauf und runter beim Zocken. Ich wüsste nicht. Also ich habe schon oft überlegt, einen Podcast zu machen. Immer wieder. Kurz davor und sowas. Ich habe immer so Momente, wo ich mir sage, ja man doch, das wäre voll cool. Vor allem andere Leute kennenzulernen dadurch. Weißt du, Leute einladen. Wirklich. Ich hätte gerne eine Person, mit der ich einmal die Woche einfach über Pokémon reden kann. Weil ich habe niemanden. Und fühlt euch jetzt nicht angesprochen. Aber vielleicht werde ich irgendwann jemanden kennenlernen, mit dem ich mir vorstellen kann, beziehungsweise das Problem ist, dass ich mache das quasi, das ist mein Job. Das heißt, ich habe die Zeit dafür. Aber die meisten Leute können nicht sagen, ja ich werde mir einmal die Woche eine Stunde Zeit nehmen, beziehungsweise Recherche davor machen. Und danach das auch schneiden und so weiter. Also du kannst es kaum von anderen Leuten verlangen. Außer von Leuten, die es auch halt wirklich ernst nehmen, ernst machen. Und finde mal so jemanden. Ich hätte Lust, wenn ich nicht alles alleine machen müsste, sondern ich hätte quasi einen Co-Host, mit dem ich alles zusammen machen könnte. Aber etwas zusammen machen heißt auch immer, dass man sich perfekt verstehen muss. Man muss alles teilen können, man muss Entscheidungen treffen können, zusammen und so weiter. Immer schwierig. Ich bin ein sehr krasser Einzelgänger, weil ich nicht von anderen abhängig sein will. Und dann wäre ich von jemand anderem abhängig. Das ist immer schwierig für mich. Hallo Doma. Ich fühle mich angesprochen, weil ich schon lange halt in die Szene rennen möchte. Und dann kommen noch mehr Sachen hinzu. Mindestens die gleiche Qualität an Audio, wie ich sie habe. Eine angenehme Stimme für einen Podcast. Reden können, artikulieren können, denken können. Das ist nicht selbstverständlich, dass das halt jeder kann. Das klingt so gemein, aber es ist nicht. Also ich habe an allem hohe Ansprüche und ich hätte dann auch an der anderen Person hohe Ansprüche. Das heißt, es muss einer sein, der bereits das auch quasi professionell macht, wie ich und sowas. Und dann muss man eigenes Business aufziehen, mit eigenen Namen anmelden und so weiter. Das muss man, wenn ich Sachen mache, dann will ich es immer komplett gescheit machen. Das heißt, ich mache es immer gar nicht. Also die Antwort könnte passieren. Ja, und die Antwort ist auch noch, abonniere meinen Patreon. Da lade ich jede Woche eine Stunde oder so hoch, wie ich einfach vor der Kamera sitze und labere über Sachen, die mich beschäftigen. Da kriegst du im Moment, wenn du subscribes auf meinen Patreon, für 5 Euro kannst du jetzt schon 20 Stunden einfach nur zuhören, wie ich labere. Zusätzlich. Darauf ist mein Patreon halt da, da setze ich mich einfach hin und labere eine Stunde vor mich hin. Aber es ist halt nicht wirklich Podcast. Es bin einfach ich, der redet zu gechillter Musik im Hintergrund. Also wenn du einfach nur meine Stimme im Hintergrund hören möchtest, lege ich dir das ans Herz. Das kostet. Machst du auch in Zukunft OnlyFans? Selbstverständlich. Ausruhzeichen OF. Mach ich schon immer. Ich würde voll gerne einen Podcast machen, aber ich wüsste nicht, worüber ich reden könnte, was andere interessiert. Brauchst du halt ein Konzept? Patron, das Beste, was man sich vorstellen kann. Und dafür wurde Farsky nicht bezahlt. Erstmal eine Idee, dann ein Konzept, oder? Naja. Ist die Idee nicht ein Konzept? Du musst halt eine Idee für ein Konzept haben. Was wäre denn der Unterschied von Idee und Konzept? Du brauchst halt eine Idee für ein Konzept. Du brauchst eine Idee für einen Namen. Eine Idee für ein Konzept. Idee für ein Logo. Idee für ein Ding. Ist halt Idee von was? Vom Konzept halt. Oder? Ist doch. Hand in Hand. Vom drittes Gelatini. Das heißt, ich kann Cavalanza auch abkreuzen. Beziehungsweise, hallo. Und das dritte Gelatini, wenn es denn drin bleiben will. Wo bist du hier? Konzept ist die Ausarbeitung der Idee? Idee? Nee. Idee heißt für mich Thema. Und dann Konzept ist schon die Ausarbeitung, wie man das Thema mit dem Podcast verbinden kann. Wenn ihr das so seht. Idee? Ich weiß nicht, wie ich das definieren würde. So ein Gefühl bei mir drin. Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Erst mal welches andere Pokémon. Seesokids. Versteckte Fähigkeit. Emolga. Leute haben gesagt, Emolga ist schwierig. Ich habe schon einen Emolga getroffen. Tatsächlich gibt es Emolga da, wo ich gerade bin. Im raschenden Gras. Okay. 75% im Winter. Nee. Schwaz. Äh, 20%. Oh doch. Ist 75%. Emolga 20%, wo ich gerade bin. Route 6. Okay. Wie bringe ich dich jetzt zum Rascheln? Hast du noch Kontakt zu Nebelspalten und Konsorten? Hast du noch Kontakt zu Nebelspalten und Konsorten? Oh, da raschelt's. Willst du mich verarschen? Verdammt. Das ist das Problem, wenn man 20% braucht. Hast du noch Kontakt zu Nebelspalten und Konsorten? Äh, ich hatte nie Kontakt zu denen, außer dass wir uns geradet haben. Und auf Kons Hallo gesagt haben und abgehangen haben. Ich weiß nicht, was du als Kontakt siehst. Ich kann dir sagen, ich rede mit niemandem außerhalb meiner Streams. Wenn ich mit Leuten rede, also schon hier und da so ein bisschen. Aber Kontakt heißt für mich so, dass man befreundet ist und miteinander abhängt. Aber tue ich nicht, weil ich nicht in dem Land lebe. Äh, okay, kann ich hier einfach jetzt hin und her laufen? Ich habe mit keinem anderen großen YouTuber Kontakt. Also, ach Gott, egal. Geht euch nichts an. Verpisst euch. Also nein. Aber ich hatte noch nie wirklich Kontakt. Pikachu wird in den Pokéballs gespeichert. Okay. Wir hängen online ab, das zählt genauso. Okay, aber wenn du sagst, wenn dich jemand fragt, hast du Kontakt zu Leo, würdest du ein Ja sagen? Ich dachte, du hast mit KFD im Kontakt. Jetzt ist die Frage, was ist für euch Kontakt haben? Wenn Kontakt haben für euch ist, dass man sich gegenseitig radet und dann in den Chat schreibt, ja. Wenn ihr denkt, dass wir jeden Tag miteinander telefonieren und in DMs schreiben, nein. Tun wir nicht. Ich meine, was definiert ihr denn als Kontakt haben? Für mich ist Kontakt haben klingt wie Freunde sein oder halt jeden Tag miteinander quatschen. Logo, ich korrigiere immerhin wieder über deine Website drüber. Machst du? Da machst du mehr als ich. Ich bin übrigens ein großer Fan von deinen Thumbnails. Die stechen gut hervor, aber haben trotzdem eine Leo-Charme. Dankeschön. Kontakt ist gegenseitig Küsschen auf die Wange. Okay. Mach ich irgendwas falsch? Muss ich das noch machen? Kann ich das noch machen? Muss ich rein und raus gehen? Muss ich alles abgehen? Aber das heißt, ich habe doch auch einen Schnuthelm gefangen. Sind nicht mal Schnuthelm und Laukapps dann exklusiv? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso dein Bild so verschwommen ist, bis mir aufgefallen ist, dass du wahrscheinlich den Bildschirm abfilmst. Nein. Ich filme nicht den Bildschirm ab. Wie krass gut würde ich den Bildschirm abfilmen, wenn das ein abgefilmter Bildschirm ist? Was? Weißt du, warum es so verschwommen ist? Weil ein DS 320p Auflösung hat und du schaust den Stream in Full HD. Okay. Hier. Ich mache es für dich so, dass es nicht mehr verschwommen ist. Jetzt spielen wir Originalgröße. Schätze ich mal. Fuck me. Oh. Eigentlich brauche ich es. Brauche ich es? Soll ich es fangen? Soll ich es fangen oder soll ich es nicht fangen? Warte mal. Lass mal mal gucken. Hier steht versteckte Fähigkeit von Sesokids Route 6 Schwarz-Weiß 2. Und dann sollte ich die ja auch, wenn ich ein weibliches finde, brüten können. Aber irgendjemand hat gesagt, das ist immer männlich. Dann geht es nicht. Auf Route 6 gibt es ein Sesokids, das die versteckte Fähigkeit hat. Ein Schwarz-Weiß 2. Wenn das immer männlich ist, dann geht es nicht. Wenn das weiblich sein kann, let's go. Ich fange es nicht. Hallo, I need those drops. Hallo. Mom raschelt nix. Kann ja nicht so viel Pech haben. Hört mir das nicht auch das Rascheln? Das ist nicht immer männlich? Sehr gut. Hallo, Kuron. Hast du eine Lieblings-Pokémon-Anime-Staffel oder einen Lieblings-Film? Ich habe nie den Anime oder Filme geguckt. Dabei wirkt sich was. Oh nein. Natürlich kommt ein Schritt davor das Sesokids. Wieso ist mein Bild so klein? Boah, niemand kann man glücklich machen. Dann mache ich es halt groß so, dass es verschwommen ist. Hier, bitteschön. Meine Güte. Geil, jetzt ist es weg. Äh, ich habe als Kind den allerersten Pokémon-Film gesehen und nach der Schule den Anime, was glaube ich die erste Staffel ist vom Anime und das war's. Ich finde den Anime und die Filme nicht so gut, dass ich die jetzt gucken müsste. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nur das Wackeln nicht gesehen. Okay, es geht schneller. Ich bin nur blind. Ich finde es den ersten Film nicht so gut, der ist doch recht melancholisch. Es ist trotzdem ein Kinderfilm. Und als Kind fand ich den auch, ne? Wir saßen alle da... Aber es ist trotzdem ein Kinderfilm. Keine Ahnung, ich kann mir bessere Filme zum... Ich kann meine Zeit, ich kann in meiner spärlichen Zeit, die mir noch auf diesem Planeten bleibt, coolere Filme vorstellen, die ich anschauen kann. Als jetzt alle Pokémon-Filme. Och, das war risky. Ich trottel. Was sind meine Lieblingsfilme? Prani, du bist ein... Kaum... Kamehaps, Kamehaps, Kamehaps. Ja, du kannst Ausrufezeichen Movies machen. Da kriegst du eine Liste von all den Filmen, die ich... Maximal gut bewertet habe. Auf meiner Letterbox-Seite. Da findest du auch alle Filme, die ich jemals geguckt habe. Aber... Ich glaube es war Filme oder da, Movies. Da kannst du drauf gehen, da siehst du alle Filme, die ich mit 4,5 oder höher bewertet habe. Das kann man sagen, sind meine Lieblingsfilme. Sind verdammt viele. Und... Aber standardmäßig alles von David Fincher, alles von Christopher Nolan und... So vereinzelte Filme, keine Ahnung. Prost in Boots 2 war so nice. Ist das auf der Liste? Wir suchen Emolga. 20%. Oder 15%, 20%. Nope. Ich liebe Pokémon, aber den Anime kann ich mir nicht mehr geben. Als ich hier und da geresearched habe für so die Aussprache von Pokémon Namen, habe ich mir halt hier und da, habe ich halt viele sau viele Folgen halt so schnell durchgeklickt. Ich muss sagen, die... Also jetzt Horizonte habe ich nicht gesehen, aber das davor... Keine Ahnung, halt mit Go, Gon, Go, Go... Das war schon cool, weil Go... War halt nice, weil er halt so wie ich alle Pokémon fangen will. Da unten, da komme ich nie hin. Und das war cool gezeichnet. Aber ich habe trotzdem keinen Bock, mir ein Pokémon Anime anzuschauen. Du, 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 du... Du, 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 du... Pust in Boots 2 habe ich 4,5 Sterne gegeben. Ja, der war auch gut. Der war auch sehr gut. Die Animation und so. Pote und so, das war echt ein geiler Film. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber... Es war ein guter Film. Passen Boots 2. Passen Boots, Pussen Boots. Ich habe zum Beispiel am Wochenende haben wir Detroit City... Äh, nicht Detroit. Asteroid City angeschaut. Der war kacke. Also dafür, dass der von... Von wem ist Asteroid City? Von wem ist Grand Budapest Hotel? Grand Budapest Hotel, großartiger Film. Aber... Asteroid City... Star-Besetzung natürlich. Kameraführung, wundervoll. Typisch, ne, für den Filmemacher. Aber so langweilig und verspult, ey. Meine Güte. Ich dachte, Asteroid City wird voll geil. Wes Anderson, genau. Wes Anderson... Mega gute Filme natürlich. Aber Asteroid City, meine Güte, ist der langweilig. Also hier und da muss man ein bisschen schmunzeln und so, aber... Es ist halt... Wes Anderson Filme sind schon immer Theaterstücke in Filmform. Aber was da auf extrem gemacht ist... Ist wirklich ein Theaterstück halt, als Film. Und... Es ist aber so... Keine Ahnung. Langweilig. Voller guter Filmgeschmack. Danke. Ah, Emolga ist jetzt doch nicht so lustig. Gibt's Emolga? Warte mal, ich könnte mal gucken, ob Emolga woanders vielleicht häufiger ist. Emolga... 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Überall! Oh mein Gott. Okay, gehen wir mal auf... 11? Das ist wahrscheinlich überall gleich. Emolga raschelndes Gras, 10%. Schlechter. Schlechter. Mal was was hier? Route 5 geht auch. 10%. Und dann auf Route 6 ist es auf einmal 20. Maum gönnt, Route 6. Emolga, 20% raschelndes Gras. Scheint wohl zufällig der beste Ort dafür zu sein. Wenn die Ordochs nicht wären. Welches ist dein Lieblings-Pokem in der Generation? Die 23. Soll gut werden. Kann man in Gen 6 einen Origin Dex bekommen, auch wenn man keine Freundin der Kontakt-Safari hat? Hat das noch nie gemacht. Du brauchst die Kontakt-Safari nicht? Kontakt-Safari ist nur geil für Shiny-Hunting. Und in der Kontakt-Safari gibt es glaube ich ein paar exklusive Pokémon halt aus den ganz alten Gens. Also so ein Gen 1 Bisasam oder sowas gibt es halt nur in der Kontakt-Safari glaube ich anscheinend irgendwie. Die Route mit dem hohen Gras. Was ist denn die Route mit dem hohen Gras? Da 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 da. Tschüss Prani. Mist. Du liebst Adrian Brody? Adrian Brody ist so jemand der kaum Filme macht. 20% sind nicht so schlimm eigentlich. Komm. Gegen 70% komme ich nicht an. Was sind eigentlich die anderen Prozent dann? Emolga. Matrifol 5%. Oh doch. Ach oh doch ist jetzt gerade 75%. Weil es keinen Fasanob gibt. Okay wir sind sogar bei 75%. Aber Emolga sind trotzdem 20%. Das ändert sich nicht. Hast du schon eine Idee wie du in Gen 6 an die mystischen kommst? Dann die kommt man nicht. Die habe ich schon. Man kann die Gen 6 mystischen nicht bekommen. Genau wie Gen 7, Gen 8 und Gen 9. Es ist unmöglich. Heine der Ertäuschung maybe? Heine der Ertäuschung? Wo ist der Heine der Ertäuschung? Im Endgame-Bereich vielleicht? Ich habe mal Emolga random gezüchtet in weiß 1 beim 5. Ei war Shiny. Sehr gut. Schaut euch vor. Das erste Emolga was wir finden. Shiny. Heine der Ertäuschung ist am Anfang. Emolga. Kommt nicht im Heine doch hier. Heine der Ertäuschung. Östlich von Rayono City, nördlich von Route 16. Ok. Und wie soll ich da hinkommen? Emolga raschelt das Gras 10%. Selbst wenn ich da hinkomme. 20% sticht 10%. Kannst du Affen mitsnacken? Will ich aber nicht. Wie oft habe ich in Gen 5 in den Origin Decks dieses Ort auch encountered? Mindestens 3 mal. Hast du eigentlich was mit den Sammelkarten am Hut? Nope. Ich habe dich mal bei einem TCG Video bei einer anderen Person gesehen. Äh du meinst wahrscheinlich Valentina oder? Ne ich habe von TCG nicht viel Ahnung. Ich habe damals. Eyo. Komm Männchen. Männchen. Yes. Unser. Äh. Wer ist es? Unser. Kleiner Schambolzen. Macht gute Arbeit. Kann ich dich Donnerwälden? Ja. Hahaha. Ich habe mit TCG nicht am Hut, außer dass ich als Kind halt das Gameboy Spiel gespielt habe. Und dass ich hier und da ein paar Karten halt mal geöffnet habe. Ein paar Booster Packs auch im Stream und sowas. Aber es geht so Sacken ins Geld. Kann es sein, dass ich Emolga nicht paralysieren kann? Aber es hat nicht geklappt. Oder hat es eine Beere? Hat es sich geheilt? Ich habe nicht hingeguckt. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Easy Clap. Emolga Head. Klick. Emolga. Dann Tamping Yong und sowas gibt es unter schreckter Fähigkeit. Ja, 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 ja. Dann ist noch die Quabbel. Wo kriegen wir? Quabbel habe ich hier. Ach, Quabbel gibt es auch mit versteckter Fähigkeit. In der Bucht von Ondula. In Schwarz-Weiß 2. Und die gibt es auch in männlich und weiblich. Das heißt, wenn ich ein weibliches fange. Wie ist denn das? Wenn ich ein weibliches Apoqualyb breede. Das hat eine Beere. Okay. Wenn ich ein weibliches Apoqualyb breede. Können dann überhaupt Männchen rauskommen? Es ist wie Nidoran. Schon, oder? Es ist wie Nidoran. Es kann einfach beides rauskommen. Es ist nicht so wie Sesokids. Äh, nicht Sesokids. Aber es ist nicht so wie Flabibi. Rotes Flabibi macht immer rotes Flabibi. Das heißt, wenn ich ein versteckter Fähigkeit ein weibliches Apoqualyb finde. Kann ich auch Männliche rausbekommen. Mit versteckter Fähigkeit. Das sollte also funktionieren. Okay, dann. Oh Gott. Oh, Jason Mamoa. Wo finden wir Jason Mamoa? Ich sehe ja vom Kumpel einfach auf Deutsch. Hallo, Mamoa. Hallo, Mamoa. Jetzt nochmal auf Deutsch. marmolida marmolida ist route 4 route 4 surfen pokémon schatten 95 prozent ok route 4 krass du kannst in elektro pokémon nicht paralysieren doch kannst du in gen 5 eben schon das wurde später erst geändert hat jemand vorhin gesagt und das stimmt auch deswegen das emolga hat ein item das die paralyse sofort aufgelöst hat die booster app app die bruste booster pack app ist dann auch nicht mal hat dann euch nicht mal ein release gehabt oder irgendwie 2025 oder so route 4 wo ist route 4 hier ist route 4 hier gibt es wasser wo ist denn auf route 4 wasser ist das nicht in der wüste auf welche gen freust du dich am meisten wegen origin decks gen 3 schon vorbei verdammt das schon pikulente damit bin ich gerade durch die luft geflogen ja habe ich schon ist eins meiner starken team mitglieder die die top 4 bezwingen werden warum er ist so spät bisher genauso wie die leute sagen leo wann kommt gen 5 video lass doch lasst doch pokémon die app entwickeln lass sie doch entwickeln wo soll denn hier wasser sein sprich doch gegen jede physik das hier wasser ist das wasser ist südwestlich ok ich gucke ich gucke was gibt es da groß zu entwickeln außer packs zu öffnen wenn es so einfach ist kannst du es ja selber machen hol dir unity und programmierst den unity shit hier durch hier nicht da komm ich nicht runter was genau suche ich wasser in dem wasser gibt es mami mamulida jason mamua wie stehst du pokémon leaks riddler kuh hat sich ja ziemlich in die nesseln gesetzt warum was hat er was hat er gemacht ich mochte das noch nie ich mochte so leute wie riddler kuh noch nie oder was heißt so leute wie es gibt ja eigentlich nur ihn der sowas speziell macht so von wegen irgendwelche rätsel geben ich finde es ist reines also der will einfach nur klicks und ich glaube der weiß tatsächlich gar nichts das ist wie ein wie so ein mentalist der auf einmal weiß was für namen du dir gerade im kopf gedacht hast also so du sagst einfach eine sehr schwammige sache und die ist so schwammig dass wenn etwas passiert kannst du immer sagen habe ich doch gesagt weil es so schwammig ist zum beispiel posten einfach zwei verschiedene farben alle so das ist die farbe von einem smog on aber das eine wassermelone ist in gen in gen 9 und dann kommt es nicht sondern was anderes und dann kann er trotzdem sagen habe ich doch gesagt lila ich glaube da ist nichts dahinter und es ist einfach nur irgendeiner der spaß hat und das hat es auch bewiesen und ich glaube das meinst du vielleicht da hier ist wasser okay das hat es auch ein bisschen bewiesen als letztens einer ihn quasi outcalled hat und gesagt hat das da hast du gesagt ist nicht passiert da hat er gesagt es gibt einen unterschied zwischen leaks und was hat er gesagt einfach spaß haben oder einfach verarschen wie hat er es formuliert da dachte ich mir so ja genau ich sag's doch genau so es ist einfach alles ist so der kurd die letzten monate nach weiß ich bursche der zählt er trollt einfach nur und wird dafür gefeiert ja genau und da ist es schon mamolida oh level 5 oh mein gott das ist ja hier so schlecht so schwache pokémon zu suchen weil denen kann ich nicht wehtun irgendwie das sollte aber nicht so schwer sein glaub ich ich will jetzt nachschauen was er da geschrieben hat aber das war in einem kommentar von jemand anderem im sinne war es von wegen äh nur weil er was sagt heißt das nicht dass das ein leak ist oder irgendwas sondern es kann auch einfach ein troll sein er hat buchstäblich immer gesagt dass er auch einfach sachen veröffentlicht die nicht ernst gemeint sind und ich bin mir so sicher dass es 100 prozent ist und manchmal hast du halt bei sowas einfach glück ähm wirst du gen 8 und 9 fürs video nochmal durchspielen oder fängst du einfach alle pokémon von deinem fertigen spielstand gen 9 habe ich fertig gen 9 habe ich direkt gemacht gen gen 8 habe ich schon gen 8 werde ich von vorne anfangen aber da gibt es halt nicht so viel zu tun das einzige was in gen 8 besonders ist ist pokusan mehr gibt es da nicht wer war das mariko dankeschön für 50 bits dankeschön elibiscos sollte so mamolida werden ja so dann den alien gibt es auch nicht mit versteckter fähigkeit wo gibt es elgiem elgiem das ist ein komischer englischer name py graulon genau turm des himmels echt? da war ich doch das ist weiter oben turm des himmels level level 3 ok im dritten stock gibt es kannst du männlich weiblich überhaupt sein? auf dem dach 50% gehen wir einfach hoch aufs dach dach 50% für graulon und du hast doch bestimmt kein doch du hast ein geschlecht ok heilen gehen unter dem turm des himmels auf dem dach 50% ich weiß eigentlich wie mit pokémon wie zeraora und marxedo was soll mit dem sein marxedo ist gen 7 das habe ich zeraora äh zoroa und zoroak ist eine überraschung seht ihr wenn es soweit ist äh turm des himmels ist hier ne drachenstiege turm des himmels hier und da beide gen 7 ach zoro du hast zoro zeraora gesagt achso äh die habe ich beide alle pokémon die man sich heute nicht mehr holen kann habe ich bereits weil ich entweder dafür sie geholt habe damals oder weil ich nette zuschauer habe die sie mir geschickt haben ich werde die für immer verwechseln die sind viel zu ähnlich zoroak und zeraora komm schon die sind gemacht um verwechselt zu werden chillregen oh mein gott ah hier ist irgendwo warte ich speicher kurz hier ist irgendwo der der roamer deswegen oder das ist der grund das muss der grund sein aber das ist schon extrem der regen ok a little witch was dein lieblingsmon aus der gen skilabra ich höre es glaube ich sogar ok ist das jetzt wieder weg hier warte ich muss glaube ich unten gehen hier die will ich noch nicht holen dafür brauche ich erst recht ein fang pokémon dafür holen wir uns und guck mal da mit guck mal da mit guck mal da mit ähm mit horrorblick und trugschlag und hypnose so viel lieben gen 5 mhm was ist denn lgm was meinst du mit lgm kennst du die pokémon klemmbaustein sets von mega das da ist das das ich weiß es tatsächlich nicht ist es das ich glaube oder wenn das das ist dann kenne ich es ach deswegen kommen hier mein 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 chinchilla ist nicht stark genug ach lgm little green man oh das ist tatsächlich cool lgm 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 little green man das ist tatsächlich sehr cool gen 5 war die beste auswahl an pokémon und jeder muss so denken weil hä gen 5 war die besten legendärsten pokémon und skellabra rabigator und ratitox lichtl gibt es auch muon der gen 5 ähm glaub nicht ne gen 5 hat die meisten besten pokémon und die meisten pokémon an sich wie komm ich ach da hallo mystery achtung kleiner spoiler phil ist nicht schlimm ne ich ist mir egal spoiler aber es bringt nichts zu schreiben achtung kleiner spoiler die augen funktionieren anders die augen lesen trotzdem weiter ok du solltest einen stern schauer vertragen können selbst von let's go pikachu drecks game drecks game lgm das finde ich jetzt aber auch cool und für graulern was ist das dann für eine coole anspielung lgm 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 Du warst heute in der Sonne. Aber Sonnenfinsternis ist in 20 Minuten und 30 Minuten heißt in 50 Minuten. So rechtet man. Zählt jetzt eigentlich immer noch das Pokémon? An erster Stelle? Wegen dem Schutz? Es kommen keine mehr. Das heißt, es sollte nicht zählen. Das heißt, es zählt immer das, was gerade am Leben ist. Die ist mir egal. Will Sonnenstrahlen auf der Haut? Also ich glaube in Deutschland und hier ist teilweise Sonnenfinsternis. Nicht so geil wie in Amerika. Da ist jetzt eine volle. Aber mich interessiert es auch nicht so sehr, weil ich habe damals, als in Deutschland komplette Sonnenfinsternis war, habe ich zugeguckt. Da ist wirklich kurz. Die Welt hat still gestanden und wurde dunkel. Ich wusste nicht mal, dass eine ist. Doch auf der Welt ist heute eine, aber nur auf der anderen Seite der Welt. In Amerika geht es krass ab. Da ist heute perfekt. Also wirklich so dieser Halo und einfach Perfektion. Es gibt schon Videos von Costa Rica oder sowas. Auch so perfekt einfach. Aber also hier in Irland anscheinend ist sie um 9.30 Uhr, äh um 19.30 Uhr. Wo eigentlich gar keine Sonne mehr da ist. Ich war damals sechs, da war das schon etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Wenn du sagst, du warst sechs und das ist 25 Jahre her, dann bist du jetzt 31. Das heißt, ich war zehn. Und ich weiß noch, ich war in München, Englischer Garten am See und da waren wir alle ganz groß. Viele Leute waren wir einfach in einem Restaurant dort. Gott, wie heißt das nochmal? Ist das berühmte Restaurant dort? Egal. Und da war dann wirklich so, alle hatten Brillen dabei und dann ich glaube aber, es war bewölkt. Ich kann mich erinnern, dass ich es gesehen habe. Vielleicht ist dann die, ist dann glücklicherweise gerade so die Wolke weggegangen oder so. Gibt es in Irland? Ja. 19.30 Uhr schon vorbei? Nein. Ich habe gehört, die nächste in Deutschland ist 2081. Ey, das können wir doch schaffen. Das schaffen wir noch. Das könnte man noch. Ich könnte das vielleicht. Ja, wird schwierig. Mitglied? Ist jemand Mitglied geworden? Lea, danke schön, dass du auf YouTube mir Geld gibst. Dankeschön, Lea. So, ich habe zwei, ne? Habe ich gerade gefangen. Okay. Boop, 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 boop. Okay. Dann wäre als nächstes dran Maxax. Oder? Maxax. Wo finden wir Maxax? Äh, wie heißt das? Milza. Ich weiß nämlich auch, dass die Pokémon immer hässlicher werden. Nope. Ich finde, jede Gen hat schöne, süße, hässliche, coole, verrückte, die ganze Bandbreite. Jede Gen. Es gibt keine Gen, wo nur hässliche sind oder wo nur schlechte sind. Es ist immer sehr schön durchwachsen. Äh, Panairohöhle. Kammer der Weisung? Da bin ich noch nicht, oder? Doch. Warte mal. Kammer der Weisung. Ah, das ist da, wo Cobalium ist. Aber sonst gibt es, äh, Rotomorf-Milza-Höhle. Aber es ist nur in der Kammer der Weisung. Da komme ich noch nicht hin. Okay, das heißt Panairohöhle. Panairohöhle. Die Panairohöhle ist da. Das weiß ich aber nicht, wie ich da hinkomme. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Alexander, Dankeschön für zwei Monate. Dankeschön. Hier ist die Panairohöhle. Von wo kam ich da hin? Wendelberg. Okay, warte, ich gucke nochmal. Panairohöhle. Panairohöhle. Betretbar. Durch. Von wo? Was? Anzahl Trainer? Nee, wo? Wie? Ähm. Den Höhleneingang findet man im Osten der Route 6. Okay. Wo ist die hier sein sollte? Genau. Osten Route 6. Ach, da wo ich hochsurfen kann. Danke, Alexander. Daraus ist 19.43. Nein. Ist 18.45. Warum lügst du? Immer nur lügen. Und jetzt schreibt keiner lügen, Tim. Hört auf mit dem Kack. 18.45. Wunderschöne Zeit. Es ist doch gerade 19.45. Oder geht jede Uhr in meiner Umgebung falsch? Also. 18.46. Die sind klein, die Uhr. Geht nicht größer. Osten Route 6. Route 6 ist da. Und dann hoch. Hier. Ohne Poké wäre, wäre ich ja auch komplett verloren. Aber so richtig Origin wäre es doch ohne Hilfe und glaube hoffnungslos. Ja, das geht schon. Du musst halt einfach viel mit NPCs reden, die dir viele Sachen erzählen. Ich glaube im Pokédex, vielleicht ist im Pokédex hier auch schon ein Ort. Und was ist, wenn ich hier hingehe? So schwer ist es nicht. Es wird im Pokédex angezeigt, wo Pokémon sind. Das ist ein absolutes Lieblings Pokémon. Und Rathutox. So komme ich jetzt hier und dann da hoch und dann hier und dann hoch. Gameboss, Kobalium, du bist. Hassend. Denn das gibt es in diesem Spiel hier. Milza. Milza. 30, 31, 20%. Überall. Ne, Panaero-Hügel. Ja doch, genau. Man braucht Blitz. Ich habe die TM Blitz. Vielleicht kann mein Picocella Blitz lernen. So gut wie jedes Pokémon kann doch Blitz, oder? Okay, ich bin komplett falsch gegangen. Aber vielleicht kommen wir hier. Ah, kann ich da durch? Ja, hier ist Kobalium. In der Höhle, wo wir jetzt hingehen, ist Kobalium. Aber ich kann da glaube ich noch nicht hin. Zumindest in der Siegelstraße war auch so eine Höhle. Da habt ihr gesagt, da ist ein Ritter. Da konnte ich auch nicht hin. Die ist versperrt durch einen Kieselstein. Cool. Oh, müsst ihr recht haben. Äh, Blitz, Blitz, Blitz. Das ist keine VMS. Komm schon, Picocella. Nein! Aber ich brauche es nicht. Außer, da gibt es jetzt eine coole TM. Also wir müssen gucken. Übertrank, Granitstein, Steinhagel gibt es hier. Brauche ich aber nicht. AP Plus, Sonnebonbon, Carbon. Finsterstein. Brauche ich alles nicht. Das heißt. Milza! Wo bist du? Ah, scheiße. Ich hab. Was glitzert denn hier überall? Also es tropft von der Höhle runter. Krass. Nein, mein Top-Schutz muss aufhören. Und dann 20% Milza. Hier ist ein Ding. Ich würde auch so durchkommen. So wie wir früher... Ach, jetzt hab ich mein Seppi-Royal nicht dabei. So wie wir früher auch durch den Fels-Tunnel gekommen sind ohne Blitz. Indem du am Gameboy die Helligkeit sehr hoch stellst. Warum kommt jetzt nichts? Findest du es gut, dass man in Gen 5 über... ...Infrarot tauschen muss? Muss man nicht. Ich hab ohne Infrarot getauscht. Ist mir relativ egal. Denn es funktioniert. Okay, das ist kein Milza. Hallo, Error. Hallo, hallo. Dann level ich... ...wann anders. Wie hast du das gemacht? Über den Connex-Club? So wie man es machen soll? Ich wusste nicht, dass man über Infrarot tauschen kann. Also ihr habt es gesagt. Tauscht doch über Infrarot, es geht schneller. Aber ich bin einfach in den Connex-Club und hab getauscht. So wie man es überall macht von Gen... Heißt es in Gen 3 schon Connex-Club? Ich glaube. Von Gen 3 bis Gen... ...7? 6? 7? Heißt es Connex-Club. Gehst ins Pokémon Center, gehst hoch... ...und sagst, hey, ich will tauschen. Und dann tauscht du. Das heißt Connex-Club. Keine Ahnung. Doch in 7, als wir getauscht haben, das war ja auch so ein... ...weider heißes Plaza. Da heißt es nicht mehr Connex-Club. Hallo Sakura. Ich muss gerade überlegen, geht der DNS-Switch noch, wenn die Server jetzt alle runterfahren? Ich sag mal, zu 99,9% geht das noch, weil das hat ja nichts mit den... ...mit den Servern von Nintendo zu tun. Ich hab's trotzdem alles davor gemacht. Sag mal, hab ich jetzt so Pech, oder bin ich noch falsch? Okay, der ist auch 50%. 50, 30, 20. Wildsert 20, alle anderen haben mehr. Staubwolke ist roto Move. Brauchen wir nicht. Ja, es kann halt trotzdem sein, dass der Typ, der den DNS-Server hat, wer auch immer das ist, ich glaube, man weiß das nicht, ...denkt sich aus Spaß, äh, mach ich halt jetzt auch dicht. Ich mein, das wär komplett gegen den Sinn davon. Aber da das privat geführt ist, kann man sich sowieso nicht drauf verlassen, dass das für immer da ist, ne? Es kann einfach sein, dass der irgendwann keinen Bock hat mehr, den Server zu bezahlen, oder... ...um Gottes Willen, nicht mehr da ist, oder, ne? Schiebt es nicht heraus, alles. Macht es. Alles kann einfach... Und der hat erst recht keinen Grund, vorher zu sagen, hey Leute, übrigens, ich bin das, der das gemacht hat, und übrigens, ich mach das in einem halben Jahr dicht. Ich glaub, der wird erst recht irgendwann sagen, yo, äh, das geht halt einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, es war das erste Pokémon-Spiel, das du gespielt hast. Das erste Pokémon-Spiel, das es gab, hab ich gespielt. Bäh, blau. Also, was es in Europa gab. Hallo, Setti. Was war das Gespräch gerade? Was? Was soll ich darauf antworten? Was war das Gespräch gerade? Was, was heißt es? Das liest sich makabere, als ich meinte. Was machst du mit deiner Pokémon-Collection, wenn du nicht mehr sein solltest? Wären die alle in Pokémon Home verrotten? Wenn ich nicht mehr sein sollte, dann, keine Ahnung. Ich hab tatsächlich ein Testament, aber in diesem Testament steht nicht drin, was mit meinen Pokémon passiert. Soll ich das reinschreiben? Hier ist das Passwort für mein, für meinen Nintendo-Account. Ich vermache alles demjenigen, derjenigen und hier ist der Account. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, solange ihr es, solange ihr die Pokémon weitergebt an die Community. Hi, Ali. Gutes Essen. Warum sterbe ich sofort? Warum? Du bist nicht Boden, ne? Du bist nur Drache. Und man muss den Shinydex immer aktueller halten, genau. Leos 2800 Gedenk-Pokémon. Keine Ahnung. Im Moment würde dieser Account einfach verschimmeln, weil Rosa würde nicht mal das Passwort wissen. Die würde nicht mal reinkommen. Okay, du hast gefragt, worüber wir gerade geredet haben. Über viele Sachen. Aber ja, ab Mitternacht heute sind die Nintendo-Server offline. Aber die 3DS-Sachen werden sowieso nicht wiederholt. Also wenn Pokémon, wenn Pokémon verschenkt werden von Pokémon, also Events, dann ist es immer in der aktuellen Gen. Was jetzt Gen 9 wäre im Moment. Erstes Milza. Klick. Mit wiederholt meine ich das, was man bei Gen 5 machen kann. Also ja, Gen 4 und Gen 5 DNS-Server abrufen für die Geheimgeschehen, das kannst du wahrscheinlich immer noch machen. Aber das hat ja nichts mit Nintendo zu tun. Im Gegenteil, das ist ja der Grund, warum es geht. Weil es nichts mit Nintendo zu tun hat. Stell dir mal vor, Nintendo zieht das von mir. Falsche Kabel und dann sind die Switch-Server weg. So geht das auch nicht. Aber ja. Das wird schon nicht passieren. Das ist wie die South Park-Folge, wie die Leute kein Internet mehr haben. Und dann kommt Kyle zur Internet-Maschine und steckt den Stecker raus und steckt ihn wieder rein. Und dann geht das Internet wieder. Das Internet in einer Box. Oder wie bei IT-Crowd. Wo sie sie verarschen und sagen, hier ist die Box. In dieser Box ist all das Internet drin. Ich muss direkt an Randy denken. Wie ein Geist durch ihn durchgeflogen ist. Ja, ja, ja. It's Ectoplasma. Die Frage war, ob er uns erwarten kann, dass es für Gen 6 und Oros zum Beispiel passieren könnte. Dass jemand sowas macht? Nee, glaub nicht. Das hat mal einer von uns hier kurz nachgeforscht. Ich glaub, es war Jey... Joruta Jey oder was willst du machen? Ich weiß es nicht mehr. Und anscheinend ist Gen 6, 7, 8, 9 und so weiter halt sehr komplex, was das anbelangt. Und deswegen können wir nicht erwarten, dass irgendjemand sich mal die Mühe macht, die Geheimgeschehen per DNS-Server bereitzustellen. Wenn's jemand machen würde, hätte man das schon links gemacht. Wahrscheinlich, ja. Entweder ist es zu schwer, was ich mir fast nicht vorstellen kann, weil alles ist möglich. Ich glaub eher, dass niemand sich einfach der Aufgabe angeeignet hat. Jemand muss ja Bock haben, für alle etwas zu machen. Für umsonst. Was wahrscheinlich nicht sehr einfach ist. Genau, eins von beiden. Zu aufwendig oder es wird nicht für notwendig gehalten. Da ist es Nummer 2. Komm schon. Schambolzen. Funktioniert like a charm. Heißt es deswegen so? Bestimmt. Pokébälle funktionieren auch echt gut gegen einen Drachen einfach. Bis auf XY hatten die 3DS-Spiele eigentlich nicht so viele Fans. Zumindest kommt es mir so vor. Jetzt kann man übrigens alles, also monetär, könnt ihr das alles nachschauen. Ich hab das letztens gesehen auf Pokéos. Die haben da so eine Übersicht. Die überraschend ist. Ich, 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 ich Spoiler. Die Pokémon-Spiele, die ihr am meisten mögt, haben sich am schlechtesten verkauft. Weil man vergisst ja mal den Unterschied auf Fans und die große Allgemeinheit. Wo geht das nochmal? Database. Pokémon Game Sales. Hier. Gebt euch das. Rot und Blau. 31 Millionen. Gelb. 14 Millionen. Die Hälfte. Gold und Silber. 23 Millionen. Kristall. 6 Millionen. Aber ist logisch, ne? Warum sollte man sich das dritte Ding kaufen, wenn man die ersten beiden schon gespielt hat? Deswegen machen ja DLCs so viel mehr Sinn. Du kannst mit DLCs so viel mehr Geld verdienen, als nochmal das gleiche Spiel rauszubringen. Rubin und Saphir. Und hier Smaragd. Rubin und Saphir. Man sieht auch, wie der Trend von die Verkaufszahlen so krass abgenommen haben, über die Gents hinweg. Rubin und Saphir. 16 Millionen. Smaragd. 6 Millionen. Diamant und Perle. 18 Millionen. Platin. 7 Millionen. Hartgold. Soul Silver. 12 Millionen. Black and White. 15 Millionen. Black and White 2. 7 Millionen. Schau. Bis dato von den Hauptspielen, das am schlechtesten verkaufte. Schwarz und Weiß. An Schwarz und Weiß 2. Noch schlechter verkauft. Obwohl es eine Fortsetzung war. Obwohl es noch nicht mal ein Platin war, sondern eine Fortsetzung. Noch schlechter verkauft auf Platin. Platin kann man verstehen, weil es das gleiche. Schwarz-Weiß 2 war eine Fortsetzung. XY ging dann wieder hoch. 16 Millionen. Omega Rubin Alpha Saphir war sehr gut. 14 Millionen. Sonne und Mond auch 16 Millionen. Ultrasonne. 8 Millionen. Let's Go 15 Millionen. Schwert und Schild 26 Millionen. Ist nach den Originalen der Banger gewesen. Warum? Weil es das erste Pokémon Spiel war. Nach dem scheiß Let's Go. Die tatsächliche neue Gen, die auf einer Switch war. Das erste Pokémon Spiel, das nicht auf einem Handheld war. Außer Let's Go. Was eine Vermarktung von Go war. Und dann BDSP. 15 Millionen. Legends Arceus. 15 Millionen. Und Scarlet and Wilde dann wieder 23 Millionen. Wovon übrigens andere Spielemacher träumen. Solche Zahlen kriegen nicht mal AAA Studios wie Assassin's Creed hin. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es Assassin's Creed auch einige wahrscheinlich, die sich so in dem so 6 Millionen Mal verkaufen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mehr sogar. Aber das sind Traumzahlen. Aber für Pokémon ist es halt ein Flop, wenn ein Spiel sich nur 15 Millionen Mal verkauft. Heutzutage vor allem. Warum habe ich das jetzt gezeigt? Achso, weil es nicht so viele Fans gab. X und Y. Ja. Nicht so viele Fans im Vergleich zu. Aber 16 Millionen ist halt doch ein ganz schöner. Für ein Gameboy Spiel, für so ein Handheld Spiel 15 Millionen. Das ist schon krass. Ich hätte eher Angst, dass Nintendo mich verklagt, wenn ich Programmcode von denen über private Server verteile. Ja, vielleicht wissen wir deswegen nicht, wer die DNS-Server gemacht hat. Die sind ja nicht zimperlich, was an sich ja nicht schlecht ist. Japaner sind da sehr eigen bei geistigem Eigentum. Sehr eigen? Naja, sie bestehen halt auf ihr Recht. Wir wären auch sehr eigen. Du würdest auch auf dein geistiges Eigentum bestehen. Wenn du etwas erstellst und dann klauen Leute das. Aber wenn man sich auf Milliarden ausruht, dann drückt man ein Auge eher zu sogar. Wobei. Wenn Indie-Studio, wenn du Sachen von dem Indie-Studio klaust, dann ist das sogar vielleicht noch gutes Marketing für die und so. Aber bei Schwert und Schild sind die DLCs nicht separat aufgeführt, oder? Das wäre ja spannend, wie viele Leute sich im Vergleich zur ganzen Käuferschaft das DLC gekauft haben. Stimmt, das wurde da jetzt nicht aufgezählt, weil es keine eigenen Spiele sind. Okay, ich habe Milza zu früh gelobt. Hallo, Filu. Nicht eigen, sondern sehr streng. So, kann ich dir irgendwie noch mehr wehtun? Ich habe Angst, dir wehzutun, weil ich bin halt doch ein bisschen stärker. Aber Elektro ist schlecht gegen Elektro, Wasser, Pflanze und Feuer ist schlecht gegen Drache. Das heißt, Stromstoß sollte den nicht umbringen. Komm, wir probieren es. Kein Bock, Bälle zu verschwenden. Stopp! Oh mein Gott, hast du Robustheit? Nein? Wow. Das machen wir nicht nochmal. Das machen wir nicht nochmal, aber außer wir finden vielleicht noch ein stärkeres. Jetzt kann ich dich nicht mehr paralysieren. Wäre nicht so schlimm gewesen. Die 20% tun halt weh. Aber das meine ich, 20% sind eigentlich nicht sehr wenig. Und trotzdem dauert es 10 oder so 10, 15 Pokémon, bis mein Milza auftaucht. Wenn es eigentlich nur 5 Pokémon dauern sollte. Aber klar, Pech, Glück. Okay. Das machen wir nicht nochmal. Äh, heile ich jetzt mein... Was mache ich jetzt? Okay, das war das Zweite. Ich muss zumindest paralysieren können. Der Weg hier war so weit. Ich muss mich heilen. Ja, Schwert und Schild hat sich für mich auch bezahlt gemacht. Ich lieb Schwert und Schild. Ich hab auch nie verstanden, warum das so viele gehatet haben. Es war besser als viele andere. So, jetzt noch ein Milza und dann... Äh, hier, äh, Rotze, Rotzenase. Hat versteckte Fähigkeit. Schnuthelm können wir suchen gehen. Und Schadrago könnten wir auch suchen gehen, oder? Ja, Schadrago können wir suchen gehen. In Lin-Fu gibt es versteckte Fähigkeit. Biso-Funk hat auch versteckte Fähigkeit. Das heißt, das nächste wäre Schnuthelm und dann Schadrago. Oh, da ist schon... Oh, Weibchen. Oh, da hat es endlich Schambolzen. Das hat nicht funktioniert. Warte, dann probiere ich es jetzt nochmal. Level 31. War das nur Glück? Stromstoß. Schau, schau. Oh, das sind Volltreffer. Vielleicht hat es die ganze Zeit Attacken gemacht, die seine Stärke verringert haben. Äh, seine Spezialverteidigung verringert haben. Weil eigentlich sollte das ein Stromstoß aushalten. Oha, okay. Ich nehme es zurück. Wie 20%. Im Durchschnitt ist es 20% gewesen. Jedes fünfte oder so. So, jetzt direkt Stromstoß sollte doch... Sollte doch okay sein. Jawoll. Stromstoß tut mir selber weh. Mistchecke ich es jetzt. Jetzt konnte ich es nicht paralysieren. Aber das passt schon. Ich glaube... Wobei... Schaden... Ja, hier kann man es nicht so sagen. Bei den Legis kann man es so sagen, dass... Oder zumindest in Gen 3 und 4. Dass wenn du es paralysierst oder einschläferst oder Schaden zufügst... Aber im Verhältnis her macht es keinen Unterschied, wenn du dich entscheiden musst. Hier glaube ich, ist es immer besser, wenn man Pokémon im roten Bereich hat. Paralyse ist dann das kleine i-Tüpfelchen. Aber ich glaube, roter Bereich ist immer das Beste. Oder gelber Bereich reicht natürlich vollkommen. Maxax, klick. Okay, wo war... Wo war Schnute? Schnuthelm... Route 8. Im Sumpf... 40% nicht im Winter. Okay, müsste ich jetzt Zeit verstellen. Oder im Moor von Nevaio. Aber da ist auch... Winter heißt Moor ist weg. Ja, Schnuthelm gibt es nicht im Winter. Weil es kein Moor gibt. In Nevaio City... Da wird mir, glaube ich, eins geschenkt. Das will ich nicht. Nevaio City... Schnuthelm... Sumpf. Nee, im Winter gibt es keine Schnuthelms. Weil die nur im Sumpf vorkommen. Okay. Dann Schadrago. Kann ich zu Schadrago? Es wirkt mir wie eins, was auf der Siegelstraße rumläuft. Oder irgendwo noch viel später. Drachenstiege. Da kann ich hin. Da war dieser Story-Teil. Drachenstiege. Ja, genau. Da kann ich hin. Und Schadrago, Drachenstiege... Oh, ist krass. Nicht im Winter. What? Aber im Innenbereich. 30%. Höhle. Etage 1. So viel dazu. Also es gibt schon Pokémon, die exklusiv sind auf die Jahreszeit. Aber es gibt sie immer dafür auch woanders. Das heißt, immer zu jedem Zeitpunkt kannst du irgendwo das Pokémon im Spiel finden. Aber in bestimmten Bereichen sind sie exklusiv. Okay. Schadrago 30% in der Drachenstiege. War eigentlich Black & White das erste Spiel, wo du Karpodau für Geld kaufen kannst? Weiß ich nicht. Was war in der Spielhalle in Gen 1? Dratini, Abra, Sichlor, Porygon. Kein Körper da, oder? Drachenstiege ist hier. Rot-Blau. Sicher. Sichlor, Pinsir. Porygon, Abra, Dratini. Gen 1 vor dem Mondberg. Ah, stimmt. Da konnte man was kaufen. 500 Pokedollar am Mondberg. Und was war das? Irgendwas konnte man doch kaufen von jemandem für eine Million. Das Fahrrad aber noch irgendwas. In Gen 2 konnte man irgendein Item von jemandem kaufen für eine Million, was natürlich nicht geht. War das nicht so ein Riegel oder irgendwas? Fleckmann Route, genau. Die Fleckmann Route. Ich habe mich immer gefragt, ob das geht. Ob man irgendwie das kaufen kann. Aber es war einfach so ein Story-Teil, der einem sagen soll, die sind sehr wertvoll. Und deswegen will Team Rocket die. Okay, das ist einfach. Hier kommt man einfach hin. Danke für die Inspiration und die vielen Anleitungen. Genau, gestern mit Origin Form Decks Light in Gen 1 gestartet. Kindheitserinnerung pur. Was ist Light? Was ist für dich Light? Was machst du anders? Fun Fact, als ich in deinem Video mal deine schwarz lackierten Fingernil gesehen habe, war ich so überrascht, weil ich mir sie hin und wieder auch schwarz lackiere, weil ich es einfach mag, zur Herbst-Winterzeit vor allem. Keine Ahnung, ich mache das einfach manchmal, vor allem wenn ich auf Festivals gehe oder sowas. Aber lustigerweise, warst du das dann? Ne, du warst es aber, dann hättest du das nicht so geschrieben, oder? Heute erst habe ich einen Kommentar gelesen. Ich weiß nicht, in welchem Video man das sieht. In Gen 2 oder 3 oder so, keine Ahnung. Und jemand hat darunter geschrieben, warum hast du schwarze Fingernägel? Und ich weiß ganz genau, warum Leute es darunter schreiben. Weil sie denken, Männer dürfen keine lackierten Fingernägel haben. Und ich glaube hier ist es, oder? Das erste Etage, oder soll ich unten bleiben? Warte mal. Innenbereich. E1. E2. Eingangsbereich. Eingangsbereich. Ne, hohes Gras. Da eben nicht. Außenbereich. Was ist der Unterschied zwischen Außenbereich und Innenbereich? Ach, vielleicht ist der Innenbereich. Aber Eingangsbereich ist auch hohes Gras. Dunkles Gras. Ich muss doch gerade Höhle E1. Goldbit. 50%, 30%. E1. Es sollte doch hier, es sollte E1 sein. Wie soll ich sowas fragen? Eben. Aber jemand hat das darunter geschrieben und ich habe geantwortet, weil ich ein, weil ich ein krasser, böser, weil ich ein krasser, böser Goth bin. Ne, Satanist. Weil ich ein krasser, böser Satanist bin, habe ich darunter geschrieben. Nicht Goth. Das würde man ja nicht verstehen. So, Linfo brauche ich nicht fangen. Versteckte Fähigkeit. Leid, weil ich erstmal auf die Form von Shaman, Dioxus und so weiter verzichte. Das kommt dann ganz zum Schluss mal. Okay. Na, dann machst du ja nicht leid. Du, 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 du. Du lässt dir halt Zeit. Richtiger Edge Lord? Schon, gell? Schon, gell? Dem habe ich es gezeigt. Zehn Minuten habe ich nach dieser Nachricht in meinem Gehirn gesucht und dann gecraftet. Und noch ein Komma hier, ein Punkt da und Ausrufezeichen hier. Komm, 30 Prozent. Hey, oh, nice. Männchen. So geht das. Schambolzen. Ohne Schambolzen. Was würden wir tun? Doppelt so lang suchen. So, hältst du, du bist doch auch nur Drache. Oder ist es Feuer, Boden? Ich glaube, Shadrago ist auch nur Drache. Das heißt, du hältst auch einen Stromstoß aus, denn du bist viel krasser als Milza. Okay. Rauchhaut. Okay, okay, okay. Hallo, Sarah. Lucky, du bist ein Nebulak. 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 Nebulak lagt, denn das Nebulak lagt. So, dann. Shadrago kann ich mir vorstellen, hat eine miese Fangrate. Aber, es geht alles. Geschenkt. Geschenkt. Vizofunk, Geronimatz und ich glaube auch Skaluk sind alle mit versteckten Fähigkeiten zu finden. Jopp. Das heißt, ich bräuchte nur noch Duodino, drei Stück. Die finden wir auf der Siegestraße. Und ich meine Igelava, aber ich glaube das ist Endgame-Content, oder? Igelava, Ramoth und so. Ich schaue noch mal nach Capuno. Gibt es einen besseren Ort für Capuno? Capuno, Siegestraße. Siegestraße, einziger Ort. Capuno. E1 und E3, 20%. Ja, sonst nix. Also, erstes Stockwerk in der Höhle Capuno. Da, wo wir es vorhin gefunden haben. Und ich nicht gefangen habe. Irgendwie wo auf Route 18 in einem Haus bekommst du ein Ei? Tatsächlich? Okay, dann gucke ich nochmal. Äh, Ignivor. Auf Route 18 als Ei vom Schatzsucher in einem Fertigbauhaus. Tatsächlich, aber 18. Route 18 ist leider für mich noch nicht betretbar. Ab, 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 okay, okay. Aber Ramoth ist doch dann so ein Static-Encounter, oder? Ist das nicht so krass? So alter Palast? Ja, alter Palast. Ja, das ist so ein Static. Was eigentlich voll krass ist, weil das ist kein Leggy oder irgendwas. Das ist einfach ein geiles Pokémon. Ramoths Raum. Level 70. Krass. Häufigkeit einmal. Auch gut. Ja gut. Aber von Anfang an, warte mal. Nachdem der Spieler Drachenstiege gefolgt ist, trifft man hier in der untersten Ebene auf Jesus. Nach Spielende tut sich im Raum, in dem man Jesus beginnt, seine Treppe auf. Ja, man muss es nach der Story machen. Okay, das heißt, wir können im Moment wirklich nur noch uns Capuno holen. Drei Stück. Dann haben wir alle bis jetzt fangbaren, außer Leggies. Wir könnten uns schon Borreos und Voltolos holen. Oder nur Borreos oder nur Voltolos. Ich weiß gar nicht. Alle anderen haben eine versteckte Fähigkeit, die wir auch im Endgame uns holen können. Beziehungsweise in Weiß uns holen müssen. Oder wenn es nicht Winter ist. Schnute. Lass mich hier raus. Doch, du kannst das Ei holen, sobald du surfen kannst. Aber es ist Route 18. Es ist Route 18. Ich komme nicht auf Route 18. Was meinst du? Ich kann gleich nochmal gucken, wo Route 18 ist. Lass mich raus. Wow. Route 18 ist 13, 14. Also hier ist 15, 13, 14 und 12. Und hier hinten, hier irgendwo ist Route 18. Die ist von der Anfangsstadt aus dem ersten Graffeld links. 17. Geht es hier noch weiter? Er kommt hier dann 18. Ach krass. Gefährliche Stromschnellen machen, das surfen hier schwierig. Okay, dann könnte ich eventuell, wenn du vielleicht recht hast, mir ein Ignie-Worm-Ei holen. Wir holen uns jetzt trotzdem nur noch 3 Cup-Bonus. Dann sind wir erstmal zufrieden. Dann muss ich leveln, um die Top 4 zu schaffen. Und ich hätte mich heilen müssen. Vielleicht kann ich da unten weiter surfen und dann komme ich zu 18. Und Dominik, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. 470 Bälle hast du für die Ritter bisher gebraucht. 470 bei den Rittern? Warum? Sind die so schwer oder hast du einfach nur Pech? Also die sind wahrscheinlich auch. Also um die 1%, oder? Es müsste sogar Flammkörper haben, falls was gebrütet werden muss. Bin mir aber nicht sicher. Stimmt, was hat eigentlich hier Flammkörper? Vielleicht hat... Was hat eigentlich mein... mein Skillabra? Vielleicht hat es Flammkörper. Flammkörper. Als Skillabra hat Flammkörper. Dann kann ich das Igni-Wor-Ei auch schneller ausbrüten. So, und hier sollte eigentlich jetzt direkt Capuno sein. Du hast Pech. Terrakium, Versuch Nummer 2. Welcher Stadt bekomme ich Fliegen? Ich habe Weiß im Oktober zum Shiny-Handen bis nach Rayono gespielt und bin sofort zurück zur Route 3. Ich weiß nicht mehr, wann du Fliegen kriegst. Ich weiß aber, dass es einfach per Story war. Du musstest einfach nur spielen und du hast automatisch die VM und natürlich den Orden gekriegt. Fermicula. Das war eins meiner allerersten Shinies, die ich gefunden habe, ohne es zu wollen. Ich habe in Schwert und Schild einfach nur den Pokédex voll machen wollen. Bin auf die Insel. Dann habe das allererste Fermicula getroffen jemals, das ich jemals gesehen habe. Ich wusste nicht, dass Fermicula existiert. Und ich kannte das Pokémon nicht, habe dann geguckt, wo es ist. Und ohne Schillerpin natürlich logischerweise, ohne irgendwas. 1 zu 4000. Ich bin ins Gras. Da war ein Fermicula. Und es war instant shiny. Das war krass. Und keiner hat zugeguckt. Ich habe einfach privat den Pokédex voll gemacht. Das allererste Fermicula, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe, war in shiny. Und dann dachte ich, dann kam halt die Animation. Weil ich wusste auch nicht, ob das braun oder silber ist. Bronze oder silber wusste ich ja nicht. Warum kommen hier nur Fermiculas? 40% Capuno 20% Linfu 10% Flecknoll 10% Sedimanto 20% Aber... Fermicula 40% E2 Ich bin aber nicht in E2, oder? Ich meine, ich bin noch ganz unten. Aber es kommt wirklich nur in E1 und E3 vor. In E2 kommen andere vor. Aber Fermicula kommt überall vor. Aber ich bin noch keine Treppe gegangen. Das heißt, es muss hier sein. Glaubst du dir die... Glaub ich dir nicht? Kannst du deinem Elf Friseur erzählen? Ich weiß, ich würde mir auch nicht glauben. Aber es war so. Du hast gehört, es gibt einen Call. Wann hast du das gemacht? Vor 8 Minuten. Happens hat das gemacht. Ich habe extra geguckt, ob du es gemacht hast, weil du es so gerne machst. Okay, was ist das? Was Großes, Böses. Das klingt eigentlich fast so lang wie ein Leggy. Nur Leggy's haben so ewig lange Rufe. Warum ist dieses Zappler-Lag so unfassbar langsam? Okay, ich darf Zappler-Lag nicht als erstes haben. Fermicula killt einfach mein Team. Irgendwelche Vorschläge. Was könnte das sein? Es ist nicht... Es ist nicht... Ich sage Monte Carbo. Nur weil es am Ende so leichte Steine-Geräusche hat. Aber es muss nicht sein, es kann auch ein Schleim-irgendwas sein. Phantoros Golgantes. Echner toll. Phyll, ich kann Terrakium nicht kriegen, da ist ein Stein davor. Anscheinend ist der Stein erst weg, wenn ich Champ bin. Und selbst wenn, heute ist nicht der Stream, wo ich Legis fange. Muramura, oh das kann sein. Muramura oder Schlingking? Wulauso, das wäre zu böse. Nein, fuck, jetzt bin ich schon wieder. Aber Picochilla kann sterben. Muss es sogar. So, mal schauen, was es ist. Drei, zwei, eins. Natürlich Hut-Hut. Das ist Hut-Hut, Leute, wie ihr alle wisst. Das ist Hut-Hut. Warum habt ihr das alle nicht gewusst? Äh. 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 Ganzhaft. Ihr werdet nie erraten, was das ist. Ich hab den, also das Bild ist falsch. warum auch immer. Vielleicht habe ich... ich guck kurz nach warum das Bild falsch ist. Macht keinen Sinn. Naja, weil es mit einem Minus geschrieben ist. Jetzt wisst ihr, es ist mein Tipp. Es hat ein Minus im Namen. Also hahaha, Minus hahaha. Das heißt ich muss die Sounddatei, ich muss der Sounddatei auch ein Minus geben. Das ist mein Tipp. Dieser Sound hat ein Minus im Namen. Aber ihr kommt nicht drauf. Hä? Hä? Das wird nicht mal aufgelistet. What the fuck? Hier. Minus. Minus. Und noch ein weiterer Tipp. Ich muss dieses Minus jetzt in vier Pokémon einfügen. Jetzt könnte man es wissen. Komm. Welche vier Pokémon gibt es mit Minus im Namen? Es ist tatsächlich Caputoro. Das Bild hat nicht gestimmt. Jetzt soll es aber wieder stimmen. Jetzt kann ich den Sound aber nicht mehr abspielen, weil das Minus jetzt drin ist. Das heißt aber in der Liste. Sorry, das muss ich jetzt kurz fixen, sonst wird es nie gefixt. Das heißt in der Liste ist der Name auch schon falsch. Das ist Caputoro. So hört sich Caputoro an ey. Caputoro. Caputoro. Minus, 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 Minus. Okay. Es soll alles immer richtig geschrieben sein, damit sich die Dateien und Namen finden und was nicht alles. Aber jetzt stimmt es wieder. Caputoro. Hättet ihr das gedacht? Hey, ich will spielen! Yellowfish. Yellowfish, du bist ein Stern, du! Stern, du! Weg! Du warst ein Stern, du! Hier, Stern, du! So, ich muss Zapplerleck da wegtun. Fermicula ist gefährlich. Was ist hier schnell? Zornes. Nochmal ein Call. Was ist das? Was kommt hier eigentlich? Oh. Was ist das? Das hab ich schon mal gehört. Das ist sowas wie Polaros, genau. Ich wollte auch sagen. Das ist sowas wie Phantoros, wollte ich sagen. Ich sag Polaros. Ich sag Polaros. Ich sag Polaros. 4 geschafft. Ja, wir haben heute einige gefangen. Aber ich muss dann erstmal ein bisschen grinden, um die Top 4 zu schaffen. Alle von mir sind so auf Level 47 und ich muss die so auf 55 leveln, dass ich die Top 4 machen kann. Wenn Ross ist Polar. Polaros. Bonita. Ich hab's. Klirr das Eis nicht so? Weil da hör ich eben kein Klirren, ich hör nur einen Geist. Aber es klingt nach Gen 9. Ich sag Phantoros. Schauen wir nach. du sagst Phandra? Espinodon? Nee. Ich bleib trotzdem bei Phantoros, weil ich es gesagt hätte. Es ist tatsächlich Phandra. Der Lurky hat gegoogelt. Lurky hat Pokémon Shazam benutzt. Schämst du dich? So klingt Phandra. Das war ein Shiny Phandra, by the way. Shiny Phandra. So klingt Shiny Phandra. Ey, schon, oder? Das klingt viel zu krass für so einen Teenager. Das ist in Kapu drin? Ja, wow. So, wo ist jetzt mein 20% Kapu nur hier? Ich liebe Katapultra. Das ist einer meiner Lieblinge. Eines der besten, ey. Wie kann man so ein cooles Pokémon machen? Ich kriege eher die 10% Linfu als das 20%. Wie kann man so ein bisschen und wie kann man so ein bisschen einen Ich liebe Katapultra. Wenn ich hier und ja, ich bin weil ich auch bin In Karmesin ist es nicht drin. Zwei mal hintereinander. 10% Linfu. Oh, wie ich spiele auf meinem 3DS. Warum seid ihr alle so delayed? Warum kriege ich Nachrichten jetzt, die sagen, die Pferde sind es nicht? Leute, es ist 5 Minuten her. Aktualisiert mal euer Twitch oder mein Chat ist so hinterher. Auch nur ein paar von euch sind hinterher. Also müsst eigentlich ihr das sein. Aktualisiert mal den Chat. Es kann nicht sein, dass ihr jetzt erst sagt, es kann kein Pferd sein. Capuno! Nice. Männlich. Ähm. Überlebst du ein Aero-Ass? Hm. Ja. Stopp! Oh! Warum habe ich so ein Glück? Milza. Capuno. Hä? Da stand nichts von Robustheit. Philipp, du bist ein Stahlos. Stahlos. Was ist es? Was ist es? Was ist das? Du bist zwar das Pokémon, das sich am spätestens entwickelt, mit Level 60, Trikephalo Level 60 oder 70, ne 60, 70, das ist auf jeden Fall das, was sich am spätestens entwickelt, am spätesten entwickelt von allen, die existieren. Nummer 1. Also es sollte eigentlich 70 sein, aber ich glaube, es gibt welche, die auch 65 sind. Aber 70 klingt so krass, 65, dann ist 65, wunderschön, was haben wir hier, 64, Toni, du bist ein Zytomega. Komm direkt noch eins, wir haben es verdient. Ey. Männlich. Oh mein Gott. Alles gleicht sich aus. Ähm, traue ich mich das nochmal? Ich traue mich das nicht nochmal. Das war doch verrückt, dass Aero-Us funktioniert hat. Wir machen es nochmal. Ich kenne keine Skruppel. Aero-Us. Volltreffer. Ja gut, Volltreffer hätte immer gekillt. Ich glaube, wenn es kein Volltreffer gewesen wäre, dann hätten wir es. Welcher deiner Videos bist du am meisten stolz? Ich empfinde dich wirklich stolz. Hm. Hey, jetzt habe ich aber den Kobuno-Run hier. 38. Weißt du, das ist mir jetzt egal. Ich ziehe das jetzt durch. Aero-Us. Hey. Ich verstehe dieses Ding nicht, es ist so krass. Okay. Nice. Okay. Ähm. Ich weiß es nicht. Alle Origin Decks Videos. 1, 2, 3, 4. Man kann daran sehen, wie ich immer besser werde im Schneiden und mir mehr Mühe gebe. Wobei ich mir mit Gen 5 nicht mehr so viel Mühe geben werde, weil die Videos an sich nicht mehr so viel hergeben. Der Inhalt halt so. Mhm. Auf das Pokerus Video bin ich auch stolz, obwohl es so wenige Leute angeschaut haben. Das macht schon, das macht immer sehr traurig. Weil, da bin ich drauf stolz, weil es einfach ein trockenes Thema ist, das ich anscheinend lustig gemacht habe oder unterhaltsam. Weil der Pokerus war so das erste Video, wo ich eigentlich, was eigentlich, wo ich einfach quasi eine Geschichte erzähle. Weißt du was ich meine? Es ist ein Video über Standard Fakten, die ich aber in eine Story gepackt habe. Das finde ich cool. Pokerus Video voll gut. Ja und so wenige haben das geguckt und werden es jemals sehen. Ich weiß bei vielen Videos weiß ich, dass sau viele das Video cool fänden. Aber natürlich der Titel und der Inhalt des Videos dafür sorgen, dass es niemandem vorgeschlagen wird. Weil nichts an diesem Video triggert irgendein SEO. Nichts. Pokerus. Warum sollte jemand Pokerus googeln auf YouTube? Pokémon ist nicht am trennen gerade. Nichts passt gerade, dass es irgendwie, dass das Video sich gut verteilt. Was halt kacke ist. Aber ich weiß, dass es ein Video ist, was mindestens zehnmal so viele Leute eigentlich genießen würden, sag ich mal. Und das ist dann traurig. Weil du weißt, ich weiß nicht, was ich tun soll, dass es mehr Leute sehen können. Ich kann nicht mehr machen als Werbung dafür machen und das halt auf YouTube stellen. Das erste weibliche Kapuno. Schaus ist noch versprochen. Wehe nicht. Nicht so traurig. Leo mit acht. Pokémon Legenden Pokerus. Da hast du es dreimal gesehen. Nice. Oder Juliane. Eigentlich kann ich wirklich ein Video hervorheben auf das hier. Ich glaube am stolzesten bin ich auf das Gen 4 Video. Weil es unfassbar lang ist. Aber jede Minute ist wirklich halt detailliert gemacht. Deswegen würde ich glaube ich sagen, wenn du eins wissen willst, dann ist es glaube ich Gen 4. weil er es am meisten mit den CGI und so, was ich auch gemacht habe und den Witz nicht extra reingemacht habe. Dass ich extra raus bin und... Halt, halt. Fang, fang, fang. Dass ich extra raus bin und Honig an Baum geschmiert habe und so weiter würde ich sagen. Das ist Gen 4 Video. Komm, du bist jetzt 2 Level stärker. Du überlebst erst recht Aeroas. Nice. Alles läuft nach Plan. Das ist Nummer 3 glaube ich. Dann geh mal schnell aufräumen. Das sollten jetzt echt alle sein, die ich im Moment fangen kann. Alle anderen sind entweder weiß oder haben eine versteckte Fähigkeit. Ich könnte die Affen auch fangen, aber auf die habe ich keinen Bock. Jetzt. Hey, 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 Swarones, Swarones, was ist denn los? Die Honig-ans-Baum-Schmieren-Szene war unglaublich funny. Oliver, Dankeschön. Ich habe die fast nicht gemacht, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Dann bin ich raus ans Meer. Da stand ein Baum. Überall sind Autos gefahren. Überall waren Fußgänger. Ich sah großer Film. Schnell, schnell, schnell. Film, Film, Film. Ich so, okay. Quatsch. Danach Wasser auf den Baum. Honig vom Baum wieder weggemacht mit Wasser. Meine Hände gewaschen mit dem Wasser, was wir dabei hatten. Krepp, äh, nicht Klopapier, wie heißt Zeva genommen. Die Hände gewaschen und ganz schnell weggelaufen. Ja, das mit dem Untergrund, der Honig, das Driftlon, was sich animiert hat und so ein Kind wegzieht mit dem Schrei und sowas. Ja, ich glaube, wenn ich stolz bin auf dem Video, dann das Gen 4 Video. Auch wenn das von den Origin Gen Videos am wenigsten bisher Leute angeguckt haben. Ja, das ist allgemein die Regel. Die Videos, die man am meisten mag, sind die, die am schlechtesten laufen. Weil man tatsächlich Kunst gemacht hat. Aber der Pöbel hat keine Ahnung von Kunst. Schaufler. Ich liebe jetzt deine Videos. Dankeschön. Auch mein erfolgreichstes Video. In dem ich einfach nur den Synchromodus von allen Pokémon, von allen legendären und mystischen Pokémon in Gen 9 gezeigt habe. Was 250.000 Aufrufe hat. Dafür, dass es null Arbeit war. Man mich nicht sieht. Man mich nicht hört. Nichts. Einfach nur eine Aneinanderreihung von... Einfach ein Showcase. Solche Videos muss man machen. Showcases. Sprachbarrierefrei. Quizze waren auch immer super. Immer die Shorts halt. Ja, aber die Quizze, die die letzten 10, die die gemacht haben, liefen so schlecht, dass ich jetzt wieder erstmal keine mache. Bis es mich irgendwann wieder packt. Wenn ich jetzt wieder Bock habe. So, schauen wir mal. Was ist denn hier? Was haben wir denn jetzt alles? So, können wir das ein bisschen ordnen? Splüsch. Anubis splüscht. Leoscher 900. Dankeschön für den Splüsch. Splüsch. Dankeschön, Anubis. Dankeschön für 900 Bits. Und Suppressor. Von 19 Minuten hat Suppressor geprimed. Suppressor. Nein. Hast du was? Bist du noch da? Suppressor. Dankeschön. Ähm. Warte. Wir können hier noch das Schallquap nach vorne holen. Oder nach hinten holen. So. Fär mich cooler. Zwei. Ich habe zuerst drei Gladiantri gefangen. Bis es mir aufgefallen ist. Moment mal. Zesurio. Äh. Zesurio. Und dann. Auf jeden Fall das dritte Zesurio Ding da. Gibt es ja erst seit neuestem. Dann haben wir hier drei Eisdinger. Zwei Laucups. Emolga. Molimorba. Blablabla. Äh. Hier sind drei Kaponos. Drei Milzas. Jetzt haben wir hier noch irgendwas was ich dazwischen machen kann. Nix. 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 Okay. Ja die in meinem Team halt. Die füllen die Lücken auf. Und hier sind übrigens das dann all die mystischen Verteilungen. Das einzige was mir fehlt ist Shiny Metagross. Shiny Metagross wollte ums Verrecken nicht kommen. Oder für alle anderen. Das sind die mystischen. Ja. Okay. Dann heißt es tatsächlich dieses Team leveln bis alle auf 55 sind. Das ist ein bisschen gegrindet. Ich mache es wahrscheinlich mit Ardino in Siegesstraße Gras. Ein Glücksei. Oder ich fange immer wieder die Top 4 an und verreck halt. Weil die geben wahrscheinlich noch viel mehr XP. Ich will irgendwie die Siegesstraße, also ich will irgendwie die Top 4 nicht dauernd anfangen und verlieren. Wenn ich die Top 4 anfange, dann will ich da durch. Dann will ich da durchrennen. Nicht durchrennen, aber. Wir versuchen die Top 4 zu besiegen während dem Kampf ohne Items. Nur zwischen den Kämpfen heile ich mich. Aber wir machen mit Wechsel. Wir machen mit Wechsel. Weil die, die es nicht mit Wechsel machen, die wissen was kommt. Ich weiß nicht was für Pokémon kommen werden. Okay. Jetzt speichern wir nach langem mal wieder. Hallo Krizo. Du hast das Gen 4 Video zweimal geguckt. Dankeschön. Was ist denn mit YouTube los? Was ist mit YouTube los? Ich meine Gladimperio, genau. Gladimperio. Ich wollte drei Gladiantris fangen, bis es mir aufgefallen ist. Moment. Es gibt Gladimperio erst seit Gen 9. Mit Gen 7 bist du erstmal fertig mit Origin Decks? Ne, ich muss Gen 8 machen. Gen 8 und Legends Arceus. Aber ich glaube ernsthafte Videos werde ich nur bis Gen 6 machen. Weil Gen 7 ist erst recht langweilig. Gen 8 ist langweilig. Gen 9 habe ich schon gemacht, aber es ist erst recht langweilig. Ich wüsste halt nicht, was ich da groß erzählen soll. Wenn man wirklich einfach nur Pokémon fangen muss und sonst nichts. Und es auch noch sacken einfach ist. Nochmal speichern. Es kommen Unlicht, Geist, Psycho und Kampf Pokémon. Danke Patrico. Wollte ich nicht wissen. Aber ist immer nett. Wenn Leute einem Informationen aufzwingen. Ist das ein Witz? Shiny Rayquaza im BDSP nach 6 Resets. Ist mein erstes Reset Shiny in 27 Jahren? Ist das so, Igor? Herzlichen Glückwunsch. Usum kann man doch machen, oder nicht? Ja, aber was ist denn interessant an Usum? Was kann ich euch in Gen 7 Usum erzählen, was interessant ist? Außer, und dann bin ich losgegangen und habe alle Pokémon gefangen. Zählt es denn, wenn man Videos öfter schaut? Du? Äh, tatsächlich weiß ich das nicht. Ich würde sagen schon. Weil warum solltest du... Ich finde auch immer interessant, wie sehr es zählt, wenn du... Also das Schlechteste, was du machen kannst, ist auf ein Video klicken und nicht anschauen. Weil das... Dann sagst du dem... All deinem Algorithmus, hey, ich habe das Video angeklickt, aber ich mochte es nicht. Deswegen habe ich wieder weggeklickt. Dann Video anklicken und komplett von vorne bis hinten gucken, ist das Beste, was du machen kannst. Ähm... Deswegen weiß ich nicht, wie gut es eigentlich ist, wenn man... Manche sagen auch, man soll keine Kapitel machen, damit Leute nicht springen können im Video. Weil es auch schlecht sein soll. Aber ich will den Leuten lieber die Möglichkeit geben zu springen, weil es halt Kapitel gibt. Und weil manche Leute wollen halt nur dieses eine Kapitel anschauen. So wie... Ab hier habe ich das Shiny gefunden. Du brauchst nicht 10 Minuten durch das Video klicken. Geh einfach zu der Stelle, wo das Shiny kommt. Aber ich weiß nicht... Weiß ich nicht. Ich meine... Es wäre logisch, wenn sie es sich verhindern würden, dass man Videos mehrmals anschauen kann. Weil sonst wären ja Click-Farm super einfach. Lässt einfach die Videos laufen. Und einmal die Stunde klickt jemand auf Replay. Wofür du wahrscheinlich noch nicht mal einen Menschen brauchst. Und um dem entgegenzuwirken, kannst du sagen, nur einmal am Tag oder nicht in Folge kannst du ein Video mehrmals schauen. Weiß ich nicht. Das sind so Sachen, die... YouTube einem nicht verrät. Weil auch wenn man solche Sachen verraten würde, wüssten quasi böse Menschen, wie man das umgeht. Deswegen sagt man oft nicht, was Sache ist. Weil wenn du verrätst, was Sache ist, kann man damit auch böse Sachen machen. Ne, jetzt ist ja alles gut. Es ist irgendwie schade, dass die modernen Pokémon-Spiele nicht mehr so diese besonderen Fang-Herausforderungen haben. Dafür gibt's andere Sachen. Dafür gibt's Dummi-Miesel. Und, und, und... Famibs. Mit zwei oder einem Baby. Dafür gibt's Paradox-Pokémon. Dafür gibt's Pokémon, die sich verbinden lassen, wie Kalrix und Phantoros. Und dann hast du so ein Misch-Pokémon. Dafür gibt's keine Ahnung. Pokusan, das 63 Formen hat. Ne. Auch 63. 7x9. 63. Bam bam. Ich hab mir dein Gen 3 Video verdammt oft angesehen. Nice. Dankeschön. Ich hab keine Ahnung, wie sehr das was bringt. Aber... Schaut sie einfach, wenn ihr Bock habt. Ihr müsst nicht extra auf ein Video klicken und es laufen lassen. Nur weil ihr denkt, das hilft mir. Schaut sie einfach, wie ihr Bock habt. Vielleicht hilft es mir. Ich denke schon. Das wäre logisch. Vielleicht gibt's da Schutzmechanismen, dass eure Kamera angeht und dann beobachten sie euch, ob ihr wirklich hinschaut. Und wenn ihr nicht hinguckt, dann zählt's nicht. Nein. Variable Größen, was mich total verrückt macht. Variable Größen, so wie... Du meinst den Titel Humangus und Mini oder sowas? Oder meinst du sowas wie Pumpkin? Pumpkin sind ja Formen. Du meinst wahrscheinlich zusätzlich noch, dass ein Pokémon unterschiedliche Größen haben kann. Ja. 255 verschiedene Größen, ja. Dein Video über den Pokémon Transfer ist auch mega mit dir übersiehst. Dankeschön. Das war so ein Service Video halt. Und es war klar, dass es nicht viele Klicks gibt. Weil wer braucht schon diese Informationen? Nur sehr wenige Leute. Und wenn, das Video ist ja dafür da, dass Leute, wenn sie es brauchen, es finden. Ist klar, dass das nicht von Anfang an so, oh mein Gott, da muss ich draufklicken. Das schaust du halt an, wenn du es brauchst. Und da ist ein Kapitel eben wichtig. Kapitel sind super. Die Leute, die es ganz ansehen würden, es so oder so tun. Und die, die nur eine bestimmte Stelle sehen wollen, skippen durch, bis sie zu der Stelle finden. Ja, genau, das denke ich mir auch, dass wenn du skippst, würdest du eh skippen. Und wenn du nicht skippst, skippst du eh nicht. Aber, es gibt bestimmt ein paar Leute, die eher skippen, weil sie unten in der Leiste angezeigt kriegen. Oh. Sieht so aus, als ob es da spannender ist. Deswegen muss das eigentlich sowieso so machen wie MrBeast, dass einfach ein Video acht Minuten geht und jede einzelne Sekunde ist purer Hype. Dann kann man gar nicht wegklicken, weil, warum soll ich bald was wegklicken, wo gerade die Erde explodiert? Dann verpasse ich das ja. Und deswegen sind ja seine Videos so, wie sie sind. Acht Minuten purer... ...pure... ...sen...over... ...Übersensor... ...Trigger... ...Trigger... ...Sensor-Triggering? Ich fand deine Shiny-Challenges am besten. Danke. Aber zur Zeit gibt es da nicht viel zu tun, was Shiny-Challenges anbelangt, weil ich alle Shinies hab in Gen 9. Und die alten Gens dauern sehr lange. Ich sitze hier an drei Shinies grad. Entei, Deoxys und Manafee. Apropos, ich mach jetzt aus. Nehm all eure Freundschaften an. Äh... Mal schauen, ob wir auf 100 kommen. Für die Friends-Safari, was ich vorher nicht wusste. Vielleicht... Ja, ihr könnt auf dem Discord eure Friends-Safari-Codes einfach austauschen, eure FC-Codes austauschen. Ich brauch's nicht. Aber lieber haben als nicht haben. Und vielleicht in drei Jahren will ich Friends-Safari machen und dann bereue ich's, dass ich nicht genug Freunde hab oder sowas. Keine Ahnung. Ich kann... Ich kannte... Ich hab's einmal durchgespielt. Ich kannte Friends-Safari 0 und was man da machen kann. Hab alle geedit, bekomm kein Fee. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich hab ein Pokusan-Video gemacht, Retro. Gebe einfach ein, LeosMind Pokusan. Du glaubst eigentlich, dass ich kein Pokusan-Video hab? Gen 9 hat Pokusan. Natürlich hab ich ein Pokusan-Video. Ins Detail. Wie man alle kriegt, was man machen muss. Welche Drehungen und so weiter. Einfach. Ich glaube, es kommt, wenn du LeosMind Pokusan eingibst. Alle 63 Pokusan-Tutorial oder so heißt es. Tolles Gute-Nacht-Video. Nicht einschlafen dabei. Du musst auf... Du musst aufschreiben. Du musst währenddessen mitschreiben. Kannst du nochmal die Ansage machen, dass beide Seiten den Code eingeben müssen? Die Leute sind selber schuld, ne? Aber, ähm... Ja, wenn ihr euch befreunden wollt auf dem 3DS-System, müsst ihr beide Seiten haben. Das heißt, ihr müsst euren Code bereitstellen und dann müsst ihr auch den Code von den anderen eingeben. Es reicht nicht, wenn ihr einfach einen Code eingibt. Oder es reicht nicht, wenn ihr einfach euren Code hergebt. Ihr müsst immer beides machen. Beide Codes müssen sich treffen, damit eine Freundschaft entsteht. Wie auf Streams auf YouTube. Zur Zeit immer nur dann, wenn ich Gen 5 weitermache. Alle anderen so Shiny-Hans und sowas mache ich nur auf Twitch. Äh... Und zur Zeit streame ich jeden zweiten Tag Gen 5. Aber, das wollte ich jetzt noch sagen, äh... Rosa ist bis Donnerstag nicht da. Äh... Ich habe, glaube ich, vor, nachmittags Gen 5 zu machen und nachts Manafie. Manafie, Manafie. Das heißt, ich würde jetzt was essen. Eure Freundschaften alle annehmen. Und... Vielleicht mache ich auch heute nicht Manafie. Mal gucken, weil ich muss leveln, bevor wir in Gen 5 weiterspielen können. Ich kann hier nicht weitermachen und ich will nicht mit euch leveln. Leveln ist langweilig. Looten und leveln. Deswegen, vielleicht gibt es heute kein Manafie. Dafür gibt es morgen Gen 5. Aufgelevelt. Und dann in der Nacht Manafie. Manafie, Gen 5, Manafie, Gen 5, Manafie. Also, tagsüber Manafie, äh, tagsüber Gen 5. Und nachts Manafie. Denn ich muss... Ich will mindestens auf 500 Eier kommen in diesem Monat. Was schwer wird. Aber wir sind bei 80, glaube ich. Und es sind schon 8 Tage vorbei. Oh mein Gott. Ich will auf 500 Eier kommen. Ich will auf 500 Eier kommen. Dann haben wir wenigstens... Wie viel Prozent sind es? Ungefähr... 5%? Ne, 15... Ne. Zu wenig. Ich will auch beim Leveln zusehen. äh... Ich guck mal. Ähh... Ganz schnell. Bambam. Bi... Bumm bum. Bumm bum. Bumm bum. Bumm bum. Bumm. 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 prozent sein wahrscheinlich beim leveln lieber einen film schauen eben versuchst du schein ich meine vie ja im eckmann's april eier und sowas hat jemand eine empfehlung kennt ist gerade irgendjemand der pokémon spielt online warte mal je wen hat mir letztes mal den ich dann doch nicht gradet habe weil ich snox gesehen habe hier aber letztes mal hat er so ein altes spiel gespielt jetzt spielt er ein neues steve parker nee kann ich nicht es ist pokémon tag user zweiter unser zweiter durchlaufen pokémon emerald rogue das klingt doch subi moment sehe ich glaube ich nur ein starting screen aber wenn sakura bürgt sakura bürgt bürgst du du bürgst steve parker was sein name aber auch noch so einen namen haben auf twitch leo grimes leo g man ich kann aber ich finde namen steve parker finde ich irgendwie cool den namen ok vielen dank fürs da sein leute wir raiden steve parker kenne ihn nicht wir werden es rausfinden wie der die er glaube ich so ist vielen dank fürs zuschauen heute ich komme vielleicht später mit mannafi online ansonsten morgen wieder gen 5 müssen gen 5 fortschritt machen und wir müssen mannafi fortschritt machen was anderes gibt es diesen monat nicht fortschritt vielen dank fürs zuschauen bussi